Klappt oder nicht. Ich habe nämlich das andere Fenster nicht da. Ich habe jetzt gar kein Fenster da. Ich habe nur das, so wie es jetzt da ist. So. Sind wir jetzt da? Läuft. Oder was? Jo. Möchte ich mal fix hier den Bildschirm übertragen. Habe ich nämlich vergessen. Bin überhaupt gar nicht vorbereitet gerade. Bildschirmübertragung. So. E-Power-Mirror. Es ist bestimmt auch nicht cool, dass man jedes Mal alles hier sieht, wenn ich den Bildschirm übertragen will, was da steht, oder? Weil alle sagen, das sieht man ja alles. Aber, ja, keine Ahnung. Das sieht man halt alles, meinetwegen. Wisst ihr jetzt nicht, was da das Problem ist. Jetzt muss ich mir erst mal meine Liste raussuchen. Denn das ist heute ganz kompliziert, ja. Das ist heute so kompliziert, weil wir ja auch keine angeheftete Nachricht haben. Deswegen muss ich jetzt mal das hier auch umändern. Für Palkia Rates. Nur einen Code adden und auf Einladung warten. Die Werte haben wir schon mal mit 22,80 und 28,50 oder so. Glaube ich. Dann muss ich es jetzt hier rüber packen. Und muss mir hier drüben. Ja, die Codes aufschreiben. Das heißt, ich muss erst mal meinen ändern. Das muss raus. Dreimal. Dann muss ich mir angucken, was ich überhaupt für einen habe. Dafür muss ich das aber auch rauspacken, dass ihr das nicht seht. Und dann habe ich im Endeffekt jetzt was. Guck mal, Paula ist am Start. Paula ist am Start. Coolidita. Specki. Kuru. Seraphim. Ist auch am Start. Genaya. Mr. Cool Twitch. Hm. Ob der auch YouTube hat? So, Moment. Ich schreibe mir kurz noch die Codes auf. Dann gucken wir mal, ob wir überhaupt eine Runde zusammenkriegen. Weiß ich nicht. Es werden relativ wenig Leute da sein. Es wird so gut wie gar keiner da sein, glaube ich. Obwohl ich es jeden Tag gepostet habe, dass sie das am Sonntag machen. Ist halt das Problem, wenn man immer auf YouTube ist. Und dann wechselt man zu Twitch. Not gezwungenermaßen. Für die zwei Wochen. Und dann sieht man, dass das keiner mitkriegt. Oder die Leute einfach sagen, oh ne, Twitch mag ich nicht. Oder habe ich nicht. Und hole ich mir auch nicht. Die Leute holen sich ja auch nicht Telegram für Raids. Und sind traurig, dass sie keine Raids machen können. Und egal was du ihnen sagst, sagen sie, nö, habe ich auch nicht. Und hole ich mir auch nicht. So gefühlt. Ähm. So. 3. Ja. Ja. Das müsste passen. Ich brauche nur den Zweiten noch. Ein Dommaschsein. Ne. Den gucke ich mir jetzt hier drüben an. Den alle werden ja nicht bestimmt hier geschickt. So. Was ist das für ein Schwarz... Toll. Da kommt irgendein schwarzes Vieh und kackt mir da einfach den Code hin. Schreibe ich mir auf. Mhm. 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 Das heißt, heute müssen wir alle gut zusammenarbeiten. Ja. Ähm. Wenn eh wenig Anfragen da sind, dass wir immer wissen, der hat die 5, der hat die 5. Dann müssen wir euch nicht direkt löschen, weil wenn die sich jetzt alle da anstellen und dann da... Ihr wisst ja gar nicht, wer hat was und wer hat überhaupt nichts. Hihi. Ach, mein Gott. Ist das alles komisch. Ich... Weil wenn du die ganze Zeit auch nicht streamst, wirkt sich das auch alles irgendwie... Weiß ich nicht. Du wirst du total mischuggern. Hier ist jetzt die Nachricht für die Codes, die wir nicht oben anpinnen können. Das heißt, am besten, ihr nehmt euch einen, ähm... Ihr nehmt euch einen Code, packt den in den Zwischenspeicher, sodass, wenn ihr dann neu adden wollt, den im Zwischenspeicher habt und direkt wieder adden könnt, du müsst nicht jedes Mal die Nachricht wieder suchen. Das ist eigentlich ganz vernünftig, wenn man das so macht. Jetzt packe ich mir den Beutel wieder hierher, das mache ich wieder so, lasse ich jetzt mein Oberteil an, das ist mein Schlafanzug noch, ja, lasse ich einfach an, ist egal. Wir sind auf Twitch, da kann man ruhig im Schlafanzug rumsitzen. Das stört nicht weiter. Jo, das geht. So. Du könntest selbst einen Schlafstream machen, ja. Solange ich keinen, äh, Trinkstream mache, wie, äh, Axel, ja, der arme junge Mann, ist mein großes Vorbild. Der Holmes ist auch da, Stein ist da, Shenlong ist da, es gibt ja hier keine Mitglieder, das heißt, ich muss hier alle vorlesen, weil alle gleich, auf dem gleichen Level sind. Shenlong, genau. Chevy Art. Was ist denn das? Ja, die Abonnenten kommen später. Chevy Art, Chevy Art, Fahrrad Jan, ne, hier, 13,730, Foxy, Sarina, Bui Mann, so. Hast du schon eine Anfrage bekommen von irgendwas? Ich hab acht. Drei. Geil, oder? Acht. Drei. Was hast denn du für drei? Wir gehen erst mal zur Arena, weil, die brauch ich ja auch mal zwei, drei Minuten, ne? Wie gesagt, ihr müsst heute wirklich zuhören, wir müssen gucken. Dann, wenn der Thomas jetzt sagt, er hat die drei, und die drei stehen bei mir auch, ich lehne euch nicht ab und sperre euch nicht, ich kann euch ja jetzt nicht einfach bestrafen, sondern ich würde euch dann annehmen und löschen, und dass wir so, ne, und wer euch dann einlädt, bei dem stellt ihr euch weiterhin immer wieder an, wenn ihr mitmachen wollt oder wolltet. So. Ja, was? Welche Arena hier? Ah, das ist... Officina. Officina? Von John Cena ist sein Büro, oder was? Office. Ach, Officina. Elf Uhr sechs. Gehen wir halt da hin, wenn der Thomas was sagt, und gucken mal, wie viel er jetzt hat. Jetzt hab ich neun. Ich habe Annelay, Skyfall, Mio, Wifi. Und, heiße IRL. Mhm. Ja, bis jetzt sieht's noch gut aus. Andrejka wird auch jetzt ganz schnell den zweiten Kot essen, dann ist er auch gleich mit dabei. No, essen. Wenn ich jetzt selber mitmache, dann bräuchte ich ja nur vier, das würde ja passen. Aber eigentlich kann ich erst am 11.20 Uhr mitmachen. Musst du mich noch mein Handy holen, hab ich jetzt vergessen. Und ich brauch 20 Minuten, um das Handy zu holen, deswegen. Ja, Chevy, was willst du denn da klären, ne? Mit deinem shiny Xerneas. Du weißt doch, dass es die Ruheform gibt im Beutel und dass es die Aktivform gibt während des Kampfes. Und deswegen, wenn die in deinem Beutel so aussieht und im Kampf anders aussieht, dann ist das nicht shiny, dann ist das halt dann die Aktivform und nicht die Ruheform. Denn die shiny Ruheform sieht wieder anders aus als die normale Ruheform und die shiny Aktivform sieht dann natürlich auch anders aus. Ja. Die Aktivform, genau. Das ist aber das shiny. Warum? Ja, wir kennen ja Niantic. So, ich hab jetzt noch Teenchen. Fünf Leute hab ich. Ich hab noch nie... Wir kennst du von Niantic, wo sie auch schon mal eine andere Form von Zappos reingebracht haben, als es eigentlich sein sollte. Und haben es dann einfach noch etwas geändert. Also, das kennt man. Ich hab jetzt Kuli, Fox, Drachik, Specki, armes Schwein. Ich meine, ich hab mit Xenias selber noch nie gekämpft. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das dann aussieht, wenn ich mit meinem Xenias kämpfe. Wenn du sagst, nö, du hast schon mit dem Normalen gekämpft, das sieht anders aus als das, was dann plötzlich da war, dann... Okay, dann ist das... Dann ist das halt shiny. Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Wundert mich, was da wieder los ist. Aber okay. Hast du halt einen shiny Xenias. Gengar-Fan ist auch da. Was passiert nur mit dem iPhone? Ja, ich kämpfe ja nie mit iPhone. Guck, drückst auf die Arena und schon hängen sich's auf. Was passiert nur bei iPhone? Ja. Habe ich auch. Ich hab auch gerade extra das Handy nochmal neu gestartet. Oh, das Spiel neu gestartet. Ey, das... Das ist aber wirklich nur bei iPhone, ja? Mal ohne Spaß jetzt hier. Guck dir das doch an. Na, am besten ich starrte auch. Ja, Mann. So lange hole ich mir mal schnell noch was zu trinken. Irgendwo. Genau. So. Jetzt zwei Wasserkanister. Jetzt zieh ich mich noch um. Ja, Jenny, nächste Runde dann, ne? So, jetzt sieht es fast aus wie bei YouTube. Wieder das stinkende Hemd, was ich schon seit 10 Jahren anhabe, was ich immer für Rates für Zuschauer jetzt anziehe, weil ich immer was Helles anziehen muss. Und das eben zu dunkel war. Ich muss heute unbedingt einen Palkjahr auch mitmachen, am Ende zumindest, spätestens da, weil ich Glücksfreund bin und muss mir das dann rübertauschen. Du bist ja soweit, ne? Ich mache jetzt ja die erste Runde mal auf. Bisa, Samen und zwei Ratten. Aber brauche ich dir nicht vorlesen, dann weißt du ja eh Bescheid, was es ist. Fox. Fixfaxfox. So, hingeschmissen. Was trinkt man denn? Mit Kohlensäure. Hallo, 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 Teufelchen auch. Okay, hallo, hallo. Wo sehe ich den jetzt? Ich finde das alles so ungewohnt und so unübersichtlich. Ja, ist natürlich viel besser, aber halt voll unübersichtlich und komisch. Freunde online, Paula. Siehste, ich habe nur einen Freund auf Twitch. Das ist Paula. Sonst mag mich halt keiner. Nur Paula. Benutzer im Chat. Oh, da ist aber einiges los hier. Guck dir das an, was du da... So eine tolle Übersicht. Das gibt es aber auch nur hier. Ja. Wen haben wir denn jetzt noch gar nicht hier gesehen? Ja, alle sind die 46 Zuschauer sind. Ohne, dass sie schreiben. 12 sind drinne. Lobby ist voll. Seska on Voyager habe ich, glaube ich, gestern auf meinem Main-Account angenommen. Hat auch letztens schon mal eine Anfrage geschickt. Ich glaube, war wieder neu geschickt, weil die plötzlich wieder ziemlich weit oben war. Weil nach alle sieben Tage müsste man ja neu etten, wenn man nicht angenommen wurde. Weil das ja... Kennt euch ja aus. Hält ja nur sieben Tage, dann wird es wieder gelöscht. Automatisch. Aber gestern ist er reingekommen. So, Skyfall stand auch da dabei. Okay, ja. Ja gut, aber das gucke ich mir jetzt einmal an. Weiß ungefähr, wer da ist. Aber wenn die Leute hier reinschreiben, wissen sie auch, wer da ist. Und warum soll ich immer die begrüßen, die sowieso nie was schreiben? Soll die erwähnen. Man kann ja die, die sagen, hallo Ramses, kann man hallo zurück sagen. Deswegen, also eigentlich, die Funktion brauche ich jetzt nicht wirklich auf YouTube, oder? Ist jetzt nicht überlebensnotwendig. Doch. Nö. Aber es ist halt interessant, wenn du halt dann selber im Nachhinein sehen würdest, wer alles da war. Ja, und mich dann ärgere, wenn ich dann wieder irgendwelche bösen Accounts sehe mit bösen Namen, die heimlich alles mitverfolgt haben, um zu gucken, was sie melden können oder was sie rausschneiden können oder was sie gegeneinverwenden können. Sag mal deine, also hast du fünf zusammen für die zweite Runde oder müssen wir jetzt dann schon woanders hin und da wieder warten? Also ich habe Jenny, Lord Malor, Andrejka und Mr. Cool aka RM. Ich hätte dann Seska, Knut Lina, Serkan Schau, Der Home, Sumethylen, hätte fünf, Thomas braucht also noch einen, falls da noch einer rüberrutschen will. Eieieiei, was soll das heute bloß werden? Ruhiger Stream, ruhiger Stream, genau. Oh, siehste, man muss ja, man muss es ja immer zu posten, wenn jemand frisch reinkommt, die wissen ja gar nicht, wie macht man den hier mit, wo sind die Codes? Ja, ja, das ist ja kein Problem. Für sowas hättest du zum Beispiel dann auch gewisse Bots, die halt sowas reinposten. Genauso mit dem Discord-Server oder allem anderen halt. Ja, aber machen die das selbstständig, im Minutentakt, im Fünf-Minutentakt, so wie man das einstellt oder immer nur, wenn jemand Code schreibt, dass das dann kommt? Kannst du bestimmt einstellen. Jetzt habe ich nochmal zur Fix. Raid für Zuschauer ist doch super. Ja, aber auf YouTube wäre es ja auch super und für mich irgendwie angenehmer. Ihr freut euch natürlich, wenn ihr Raids für Zuschauer mitmacht und heute hier seid, weil wenn so wenig los ist, kommt ihr ja öfter dran, als wenn viel los ist. Das heißt, die, die heute da sind, die können da ordentlich was mitnehmen. Vielleicht. Wohl gleich nicht mehr, weil gleich mache ich nämlich mit und nehme euch dadurch immer einen Platz weg. Ja, guck ich, die größten zwei Dinge, die ich sehe, ist, Twitch bietet mir an, einzusehen, wer wirklich alles da ist, auch die, die nicht schreiben, ja. Aber das ist nicht so wichtig. Twitch bietet mir aber nicht die Möglichkeit, diese blöde Nachricht oben anzupinnen und das ist mir wichtig. Und schon weiß ich, dass ich auf YouTube streamen muss. Du, bevor du wusstest, dass man Nachrichten anpinken konnte, war es ja auch nicht wichtig. Ja, aber hier gibt es nichts, was man erforschen kann und einen übelst begeistert, weil hier... Du kannst die Nachricht zur Not sonst irgendwie in deine Beschreibung reinpacken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nee. Na? So was fangen wir gar nicht erst an. Beschreibung... Ja, aber man kann es ja ruhig ab und zu einfach mal posten. Das ist ja nun auch kein Akt, ne? Da fährt man ja die Zwischenablage. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist auch ein Vorteil, dass man hier keine Thumbnails machen... Ja, wie voll? Es ist ein Vorteil, dass man hier keine Thumbnails machen muss, weil man einfach reinschreibt, wie der nächste Stream heißt. Dann startet man einfach und dann geht das halt einfach los, ohne dass man das schon mit dem Thumbnail jetzt da ankündigt und die Leute dann da drauf gehen und jederzeit das so einsehen. Oder ist es ein Nachteil, weil dann irgendwie alles gleich aussieht und sich nur durch den Titel unterscheidet? Du kannst das auch leichter machen, ne? Leicht und lustig. Du machst ein Vorspann-Video, ne? Wo du dann alle Infos dazu reinschreibst. Lässt er schon um 10 laufen bis um 11. Ist alles sich schon mal versammelt. Um 11 schaltest du dann einfach nur auf die nächste Szene, wo du dann richtig live bist. Also ist der Akemi, kann es auch nicht fassen. Gleich melden. Rams ist auf Twitch, das gehört verboten. So, ich habe wieder 6 neue, das ist gut. Das heißt aber, wir müssen trotzdem die Arena wechseln, aber erstmal lösche ich die, dann wechseln wir die Arena und dann guck mal, wer da angetrudelt ist. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit hinausschiebe, dann kann ich auch mitmachen. So, was haben wir jetzt hier? Ich meine, diese Möglichkeit, das aufs Hintergrundbild zu schreiben, ist an sich auch eine gute Idee, ja? Aber dann ist ja mein Hintergrundbild kaputt. Normalerweise packe ich die Hintergrundbilder in einen Ordner und immer wenn das Vieh wiederkommt, nehme ich die einfach wieder als Hintergrundbild. Wenn die jedes Mal beschriftet sind, passen die Codes ja nicht mehr. Jetzt müsste ich es mir einmal abspeichern dafür, mit Schrift, einmal ohne Schrift, einmal mit ohne Schrift, einmal mit. Mit Schrift, einmal ohne ohne Schrift, also das klingt, das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Ich tue nur so. Wollen wir jetzt, ach komm. Torre oder Gerechen? Na ja gut, nehmen wir Torre. Torre? Vermutlich, ja. Informativa? Unten ist ein Obelix. Obelix sah gut aus. Ja, ich häng jetzt hier rum bei dem Typ. So. Hab sieben. Was hast du? Zwei. Okay, jetzt get ready to rumble. Ich hab Schrift und Sky vor bisher. So, Thomas hat keine Leute. Wisst ihr auch warum, weil es keine Codes gibt. Ich schreibe mal die Codes hier hin. So. Ich kann mir ja mal hier währenddessen ein Bild basteln. Ja, ich mach das jetzt mal so. Ich nehme das. Ich nehme hier den Backgrounds Ordner. Ich nehme das Palkia. Wusch. Euch schiebe ich mal kurz hier weg. Na. Boom. Man sieht das hässlich aus. Erstmal brauchen wir das. Und dann machen wir es bitteschön kursiv. Und dann müssen wir es bitteschön auch untereinander. 100%. 100%. Boah. Ja, nehmen wir den 100% Wert halt auch mit. Man sieht das alles schrecklich aus. Machen wir es mal linksbündig. Ich glaube, der Text muss auch kleiner werden. Ja, im Endeffekt vielleicht. Aber irgendwie. So klein, dass man die Codes nicht mehr erkennt. Guck, wie hässlich das aussieht. Vielleicht sollte der Text auch einfach weg. Und das soll auch weg. Und dann hast du das. Und du hast das. Und dann machst du es nämlich so. Und dann machst du das. So, jetzt hätte ich wieder 5. Jetzt habe ich noch Tienchen. Und 0 Max 6. Und Annelie. Na gut, das Edden schreibt mal nochmal mit drunter. Vielleicht ist es auch zu krass. Von dem Schwarz her. Und das ist zu blass. Hm. Ja, bin gleich da. Ja, das hätten wir doch alles. Lassen wir mal Zeit hier. Ah, ne, da wird er Dings wieder verschissen. Ne, lassen sie einfach so. So, jetzt muss ich mit. Schwarz muss schon mit als Freund. Das aber hier jetzt. Äh, nur kurz dafür. CA mache ich ja immer hier. Nix Challenge. So, wo ist jetzt der Neue? Haben sie den wieder hingepackt? Uff. Das kommt weg. Das kommt wieder hoch. Und das kommt hoch. Und das kommt zu. Und das kommt wieder rüber. So. Ist das jetzt besser? Nicht? Wen hast du denn jetzt? Sag nochmal. Habe ich vergessen. Also, ich habe jetzt 0,6 Mark, Chef für Annelay, Tietchen, Skyfall. Dann habe ich Koronica, Iverscharf, Lohayatown, Markus und würde mich selber mit einladen. Das mache ich jetzt dann einfach gleich. Herr Pixi, jeder kann mitmachen, der mitmachen möchte. Einfach einen der zwei Codes adden. Siehst du jetzt auch live links im Bild die beiden Codes. Einfach reintippen und dann nur warten. Wirst dann vorgelesen, wenn du angenommen wirst, wirst dann auch eingeladen. Genau. Sag dir mal kurz hier, was da abgeht. Ist bestimmt neuer Zuschauer, der einen das erste Mal sieht auf Twitch. und bei YouTube nicht vorher dabei war. Muss ich mein Handy noch anmachen, sonst kann ich ja nicht mitmachen. Ja, ist wichtig, dass man das Handy auch anhat. Ich habe es an die Powerbank gestöpselt diesmal. Mal gucken, ob die Powerbank den Strom hält oder ob die dann auch einfach abfuckt. Das lädt. Das lädt. Das lädt immer noch. Moment. So, bin ich jetzt zu Hause. Graulon. Ah ja, da kommen wieder die Louis-Jacke, da kommen wieder die Freunde rein. Vor allem, was nimmt man eigentlich für Konda? Ja, am besten Drache, Kryptodrachen, aber die Drachen, die fallen halt direkt um, weil das ja auch Drache ist. Wir sind effektiv, er ist aber auch effektiv. Und alles andere ist irgendwie, Fee ist gut, ne? Haben wir nicht. Ja. Oder Drache. Aber ich sag mal, bei dem bisschen, was da aushält, geht das schon relativ entspannt, auch mit Drachen. Naja. Ich habe einen Raidpass verloren, weil ich darauf vertraut habe, dass wir das gemütlich schaffen. Und dann war einer weniger drin. Und dann war es totaler Bockmist. Also ihm ist bestimmt eh wieder kein Team gespeichert. Dann könnte ich das aber jetzt in der ersten Runde gleich machen. Oder? Nö, ist nix da. Nennt man es einfach Drach. Und geben Drachen ein. Sortieren nach WP. Haben das. Haben den. Haben das. Ist ein besserer Brutalander oder Dragoran? Kommt theoretisch noch auf die Attacke an, aber Brutalander mit, ähm... Haben alle Wutanfall. Haben alle Wutanfall. Brutalander ist dann besser. Weil das bessere Werte hat. Und die Lobby ist voll. Das andere hat aber mehr WP. Da müsste sie eigentlich auch mehr Angriff haben. Sonst würde es nicht so hoch kommen. Ach, was weiß ich. Dann kann ich ja jetzt rausgehen, wenn alle drin sind. Ich habe jetzt Dialga drin, Knackrack drin, ähm... Drei Quaser drin. Wird schon schief gehen. Zwei Dragoran und einen Brutalander. Ich weiß gar nicht, ob das Brutalander auf 40 ist. Wahrscheinlich habe ich die XL zusammen gehabt und habe es noch nicht gepusht, weil ich das mal am Montag machen wollte. Dann wird es wahrscheinlich sogar höher kommen als das Dragoran. Das wird daran liegen, dass ich das noch gar nicht gepusht habe. Jo. Hast du noch welche für die zweite Runde? Also ich habe Siskan und Voyager, Otakon, Lady Gaga und Jenny und Lord Malor. Dann habe ich Drarik, Henry, Nikki, Specki, armes Schwein und Diver. Diver Scharf. Das heißt Tiva. Ja, dann passt es doch. Dann machen wir hier die und dann machen wir wahrscheinlich immer nur zwei Runden und wechseln dann immer. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv, wenn man selber da mitrainen möchte und sich immer mit einladen möchte und da immer mal gucken möchte, ob da was Gutes bei Abspringen. Der Pixie hat eine Anfrage an den Ersten geschickt. Okay. Dann bist du bestimmt jetzt in der nächsten Runde an der neuen Arena mit dran. Ich habe Togglekiss im Team. Togglekiss? Ja, ich meine Togglekiss hat ja Charme, was erstmal gut Schaden macht, aber dann hat es bei mir einen Flug und einen Feuermove und das ist ja beides nicht so prickelnd, oder? Nee. Ich meine, das Ding ist ja auch vom Typ Wasser und dann greifst du da mit Feuer an. Ach, was weiß ich. 22,57. Deswegen, es wählt natürlich auch oft Felinara aus und Xeneas, wobei Felinara wohl da immer noch die beste Option mit wäre, weil das wenigstens zwei Feenmoves hat, während es Xeneas ja nur einen hat, die immer Abstriche machen muss. 91. 90. 10. Lobby ist voll. Die Arenen sind eh ruhig. Ist bisher schon mal irgendjemand anderes dazugekommen? Scheint mir nicht so. Sind immer unter uns bis jetzt. Ja, es ist Sonder. Die Leute sind gerade dabei, Klöße zu machen, deswegen. Ah, nee, die Leute, die tun die Klöße schon gerade wieder raus auf den Teller und dann... Boah, Leo Power hat eingeladen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Obwohl, ich wollte eigentlich nicht mehr da drauf. Da wird mir immer abgezogen. Es gibt keine Gruppe mit dem Code. Gut, dann hat es sich schon erledigt. Ist er wieder raus, weil keiner dazugekommen ist. Ich konzentriere mich jetzt hier drauf. Sonst passt es auch zeitlich nicht, wenn ich dazwischen noch was anderes annehme. Das kann ich ja machen, wenn ich nicht streame. Aber jetzt im Stream am besten nur hier die Lobby annehme. Da habe ich ja trotzdem verschiedene Leute, mit denen ich dann auch interagiere und mit denen ich zusammen raide. So ein Drarek, der kann ruhig auch mal bei mir in die Lobby rein. Gehen wir mal zum Kubus. Kubus, 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 NKIDA, L24, okay. Ja, Regigigas, genau. Regigigas hat es auch oft ausgewählt und dann mit Gigastoss angegriffen. Warum nicht? Letterking, Beste. Ich brauche vier Leute, ich hätte jetzt genau vier. Serkan Schau, Josef Kut, der Holmes, Lukas, Minkus 2. Zocker, Zocker Maid, Samara, Koli Uwe, Burkenkönig, Mazofix. Also brauchst du noch einen. Nö, ich hab, es sind fünf. Hast du dir nur vier vorgelesen? Nein, fünf. Hast du eine Standardperson etwa drin, von der ich nichts weiß? Nein. Oder weiß ich nicht, wo ein Name aufhört und der nächste anfängt? Ja. Richtig. Ja, nehmen wir den hier wieder mit dazu, den kleinen Ramses. So. Zusammen mit, ja mit Serkan Schau bin ich ja, glaube ich. Da interagieren wir auch. Hier ist ein Scaraborn-Raid in der Nähe. Will jemanden Scaraborn machen? Vergesst die Frage, bevor jetzt alle... Ja, ja, ja. Obwohl wir sind auf Twitch, da schreit keiner hier. Da sind alle gesittet und ruhig. Ich komme mir gerade vor wie im Kloster. Irgendwie im Gegensatz zu YouTube. Ich weiß nicht, ob das vorteilig sein soll oder... Ist halt ungewohnt. Sag mal so. So, ob sie wieder. Ja, 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 ja. So, kann liegen bleiben. Nee, danke, ich brauch nur Palkia. Habe ich sowieso. Gestern habe ich gesehen, in der einen Pokémon Go Deutsch-Gruppe hat einer einen fetten Beitrag geschrieben und sich beschwert. Haar, Niantic hat die wilden Scaraborn abgeschalten. Wie dreist kann man sein und bla bla bla. Und hat sich da übelst aufgekovert. Die sehen nur auf Profit aus. Die wollen, dass alle raiden. So eine Unverschämtheit. Und fast alle Kommentare waren sich einig. Nach dem Motto, heu leise. Ist doch besser so. Wäre ja fies, wenn die am Miami Beach sitzen und das einfach wild fangen. Können gemütlich und wir raiden müssen. So müsste jeder raiden. Das ist also gleiches Recht für alle. Und wer wirklich ein bisschen Grips in der Birne hat, der würde sich sagen, wenn ich kein Geld dafür ausgeben möchte, das zu raiden, fürs Shiny, dann warte ich halt, bis der Hyperbonus um ist. Und wenn der Hyperbonus um ist, ist es ja in den entsprechenden Regionen wieder wild und kann dann Shiny sein. Also brauchen sie doch nicht raiden fürs Shiny. Irgendwie checkt das keiner. Auch in so vielen Spoofer-Gruppen bei WhatsApp habe ich gesehen, dass es heißt, boah, ich habe schon 70 Raids gemacht, kein Shiny. Ich raste aus. Und ich sage auch, warum gebt ihr denn dafür Geld aus? Wartet doch, bis es um ist. Wenn ihr eh Spoofen könnt, könnt ihr doch danach einfach hin. Ich hatte es beim ersten Raid, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe auf dem Grosem... Ein Raid gemacht, Steini mitgenommen, fertig. Ja. Ich wollte gucken, dass ich ein männliches und ein weibliches Shiny kriege, weil das ja so schön unterschiedlich aussieht. Also das wäre ein kleines Ziel. Aber ich würde dafür jetzt auch keine Pässe kaufen. Ich mache die freien Pässe weg auf den kleinen Accounts. Entweder ist es dabei oder nicht. Ist ja... Man hat ja ein bisschen Zeit, also... Es ist ja fast zwei Wochen, oder nicht? Wo das da ist. Ja. So. Wie haben wir jetzt hier? Jetzt habe ich genau fünf. Ich hätte nämlich dann... Mika, Minkus, Aiwarscharf, Koronika, Glemdet... Ach, Glemdetdog und Methylen. Ich habe Skyfor, Steffel, Annelay, 0MAG6 und Ginny. Das sind ja genau fünf. Guck mal, wie ich mitzählen kann. Dann machen wir das so. Wie gesagt, wenn ihr nochmal mitmachen möchtet, dann stellt euch einfach wieder an. Dann könnt ihr noch eine Runde machen an der nächsten Arena dann. Und stellt euch am besten immer bei dem an, der euch eingeladen hat. Damit es keine Komplikationen gibt. Jetzt ist hier drüben das gleich tot. Und macht es nicht wie der Glemdog, der beide editiert. Also habe ich theoretisch doch nur vier. Ist egal, die werden es zu neun Stunden schaffen. So, hallo Prime. Nein, 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 nein. Du hast ihn abgelehnt, oder was? Ich habe mir das gar nicht angenommen. Ich habe das 100%ige. 15, 15, 15, 15 mit 22, 80. Das heißt, ich muss heute nicht mehr mitraiden. Ich bin fertig für heute. Ich überlasse euch die Bühne fertig. Jetzt muss ich es aber nur noch fangen. Denn es hat ja noch zwei Raid-Stunden. Und in denen kann ich ja immer noch Bonbons sammeln. Und der tägliche Raid-Pass sammelt ja Bonbons. Also, nehme ich das 100er gerne mit auf dem Großen jetzt. Fange das fix. Ist drin. Und es war, ich kann es euch gleich sagen, der wievielte Raid. Also, es war ja damals schon mal da. Da habe ich schon Raids gemacht. Und diesmal, also insgesamt habe ich jetzt 68 Raids drauf. Aber ich glaube, 40 Stück oder 42 hatte ich schon von damals. Also, seit der Rückkehr habe ich vielleicht 20 Raids gemacht. So, ich bin fertig. Gute Nacht. Ziel erreicht. Hier, abgezogen hier, das komische Kabel. Braucht kein Mensch und das braucht auch keiner. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich es hinlegen soll, weil alles voll liegt. Loppy ist voll. Ja. So, hier, jetzt bin ich voll und ganz für euch da. Obwohl es ja keiner großartig da ist. Und deswegen brauche ich gar nicht voll da sein. Scheng Long, was mit dir los war, ganz einfach. Sie macht sich immer mehr selber zur Lachnummer. Was anderes ist es nicht. Die Flair. Die kann nur noch rumheulen. Sonst nichts. Hey, die Flair ist doch die stärkste Healerin, die es gibt momentan. Ja, aber die heult aktuell einfach nur sinnlos rum. Die heult mehr als Sascha Banks. Naja, die ist ja erstmal jetzt frisch wieder da. Aber wer will die schon, ne? Wenn ich mal das durchblicken lasse, also die Crazy O hat letztens gesagt, die ist heiß. Also, der würde die schon da so ein bisschen wollen. Ne. Außerdem, Prime, hallo Prime, nochmal. Zu der Frage, streamst du jetzt öfters hier, muss ich sagen, heute? Und eventuell vielleicht am Dienstag und am Mittwoch? Vielleicht auch am Wochenende noch einmal Sonntag? Also, ich glaube, drei Stück werden vielleicht noch folgen, aber... Du vergisst den Donnerstag. Nee. Doch, den hast du vergessen. Dienstag stream ich nur, damit die Leute hier gucken, anstatt bei Sabrina, ja? Müssen ja das Konkurrenzdenken hochhalten. Aber Donnerstag streamt eh keiner, da brauch ich auch nicht. Weil das ist ja wieder Perlen vor die Säue. Ich weiß es nicht. Also, ich würde die Raidmania am Mittwoch schon auf jeden Fall übertragen, weil das toll ist. Auch wenn ich die nachträglich hochlade. Am Wochenende ist der C-Day. Ich glaube, den werde ich nicht streamen. Den werde ich wahrscheinlich fast auch gar nicht spielen, weil ich Samstag dann wieder mit Pupsi unterwegs bin. Und Sonntag, falls uns langweilig ist, ich aber keinen zweiten Hoster habe, könnte ich den C-Day streamen. Aber eigentlich habe ich dazu keine Lust. Und... Ich weiß es nicht. Ich wäre froh, wenn ich hier gar nicht streamen müsste. Sagen wir es mal so. Weil ich streamer nur jetzt gerade hier, weil YouTube gerade gesperrt ist zwei Wochen. Ansonsten würde ich das ja alles auf YouTube machen. Und das ist einfach für mich ergiebiger. Weil YouTube ist ja das Beständige, was auch weiter wachsen soll. Es bringt mir nichts, wenn jetzt hier dann 200 Leute hinkommen. Und dort sich nichts tut. Und dann mache ich da weiter und habe hier 200 Leute generiert. Also... Naja. Sind wir schon beim Cambo angekommen? Cambo Football. Gehen wir halt zum Cambo. Ja, auf jeden Fall. Die Leute sagen ja schon die ganze Zeit, stream doch auf Twitch, stream doch auf Twitch. Ich meine, wenn ich ein reiner Streamer wäre, der wirklich nur streamt, weil der immer zockt. Der zockt Fieber, der zockt WWE, der zockt Fortnite, der sonst was. Würde ich euch recht geben, machst du auf Twitch. Machst du einfach an und zockst einfach und hin und her als reiner Streamer. Aber für mich, mein Hauptteil ist ja trotzdem Videos machen. Und das geht eben hier nicht. Das geht eben nur dort. Und dieses dort Videos und hier Streamen, finde ich halt kacke, weil ich gern alles an einem Ort möchte. Und nicht, die Leute müssen sich aufteilen, müssen immer da gucken und da gucken und da gucken und da. Wo ist jetzt was oder wo geht gerade was? Ich möchte alles an einem Ort. Deswegen, weil es hier keine Videomöglichkeit gibt und weil ich dort angefangen habe, mir was aufzubauen, möchte ich das dort weiter ausbauen. Und das ist jetzt nur zum Übergang. 100 Follower geknackt. Super. Das heißt, wenn du jetzt noch ein paar Stunden auf die Uhr kriegst, dann könnt die Leute abonnieren. Macht's nicht. Doch, du brauchst nur noch Stunden. Ich bin der Einzige auf Twitch, der sagt, abonniert mich nicht. Lass das bitte sein. Während die anderen sagen, ihr könnt doch gerne mal ein Abo da lassen. Kriegt Kohle, Bruder. Dann machst du das wie Papa Platte, weißt du? Und sagst, Alter, wer hier jetzt abonniert und Geld spendet und alles Mögliche, der ist bekloppt und dumm, weißt du? Und die Leute, die rennen in die Bude ein. Ne? Ganz normal. Hast du jetzt Leute am Start? Ja, ich habe Serka und Voyager, Otacon, Lady Gaga, Serfandas und Jenny. Dann tue ich den Serfandas raus, den nimmt der Thomas. Also Serfandas, keine Sorge, du wirst trotzdem jetzt eingeladen. Ich nehme Specki, Henry, Low-Hire-Town, Josef, Kutt und armes Schwein. Machen wir die erste Lobby hier dran. Normalerweise war das ja immer so, dass wir Samstag vier Stunden gemacht haben, Rates für Zuschauer. Und Sonntag auch vier Stunden Rates für Zuschauer. Eigentlich wäre das gestern und heute so gewesen, weil nächste Woche ja der C-Day wäre. Also hätte man dieses erste Wochenende für Palkia genutzt. Aber, weil ich eh nicht auf YouTube streamen konnte, deswegen habe ich gestern halt lieber was anderes gemacht. Und wir geben euch heute den Tag. Und wie ihr seht, man kann es die ganze Woche ankündigen, dass wir Sonntag das hier machen auf Twitch. Die meisten haben es eh nicht mitbekommen. Oder die, die es mitbekommen haben, haben gesagt, Twitch habe ich nicht, brauche ich nicht. Und so habt ihr halt eine kleine gemütliche Runde heute. Ist ja, ist auch mal was anderes, ne. Ist die Ruhe vor dem Sturm. Na genau. Obwohl ich immer noch traurig drum bin, denn gerade die Palkia Rates auf YouTube hätten dem Kanal nochmal einen ordentlichen Boost gegeben. Hätte gut Werbung gemacht, dass Leute erstmal darauf aufmerksam werden, die dann vielleicht sehen, was ich noch auf dem Kanal mache. Und dass ich ja auch immer diese Infos reinpacke, meine Meinung immer sage. Essen teste, viel auch draußen bin und da unterwegs was zeige, an den Daränen. Und sie sagen, hey, der sitzt nicht den ganzen Tag nur zu Hause und streamt. Lobby voll. Der macht ja alles mögliche. Und finden daran gefallen. Du brauchst irgendeinen Aufhänger, der dir neue Leute ins Haus holt. Und die sich dann im Haus umgucken und sagen, hier gehe ich nicht mehr raus. Da ist Rates für Zuschauer einfach eine gute Sache, um erstmal Leute einzuladen ins Haus. Und gerade Palkia, neue Shiny, Scaraborn, neue Shiny. Viele haben den Eintrag noch nicht mal. Und dann so. Das hätte gut gezogen. Das wäre richtig fett gewesen. Und nun verpasse ich beides. Beziehungsweise, wenn die Sperre an einem Montag um ist, könnte ich ja trotzdem an einem Dienstag nochmal Rates für Zuschauer machen mit Scaraborn auf YouTube. Weil die, weiß ich nicht, die Spotlightstunden mir eh nicht so taugen. Gar nichts. Obwohl die ja die zwei neuen, ne, die kommen erst im Teil 3. Ach, ich blick gar nicht durch. Ich weiß gar nicht auf der Timeline, wann was ist jetzt. Seht, kaum habe ich kein YouTube, habe ich kein Zeitgefühl mehr. So. Also ich habe Samara, Trades, Föller, Tiso Taiva und Skyfall. Wieso hast du mehr als ich? Ich habe da noch zwei über. Was hältst du denn davon? Ich habe vier. Also wer noch nicht geedit hat oder sonst was, guckt mal, das ist mein Code. Stellt euch mal da an, ich brauche noch einen. Waren wir überhaupt hier so? Also ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich oben nochmal gucken. Hier ist dann zwei darunter. Palkia, Palkia, Essen. Also jetzt hast du bestimmt noch eine Anfrage. Weil man kann es ja auch so sehen, selbst als Pandimos als Shiny eingeführt wurde und man musste das, konnte das aus Eiern brüten zusammen mit den anderen Regionalen. Man musste ja, wenn es nur um Pandimos gegangen wäre, hätte man gar keine Eier brüten müssen, denn man sieht ja, man hat mittlerweile zehn Shiny Pandimos, weil Pandimos einfach überall spawnen und an jeder Ecke rumsitzt. Also man hätte nicht brüten müssen, wenn es nur darum ging. Ich bin aber trotzdem immer noch gespannt, wie sie es machen, wenn sie dann Megasgaraborn einführen. Natürlich kommt das auch in Raids, aber die machen sie dann auch wieder überall. Und dann habt ihr ja nochmal die Möglichkeit, das Shiny zu bekommen. Man müsste jetzt also gar nicht raiden. Man könnte genauso auf Megasgaraborn warten und dann erst raiden. Aber wenn man sieht, die Megaraids wiederholen sich ja immer zu. Du hast ja das eine oder zwei Wochen da, dann kommt was anderes, dann was anderes, dann was anderes, dann wieder das. Dann was anderes, was anderes, dann aber auch wieder das. Und das wäre ein regionales, was dann immer wieder in die Megaraids reinkommt und immer wieder, obwohl es regional ist, überall erscheint. Also für uns wäre es natürlich Vorteil, das würde nur in Amerika erscheinen und wir können das euch aber hier anbieten. Da würden die Leute erst recht durchdrehen. Dasselbe wäre aber auch mit Kangama. Ja. Kangama hat keiner auf dem Schirm. Der holt einfach seinen Beutel raus und das war's dann. Das ist nicht spektakulär. Mega-Entwicklung! So, du steigst, du läufst jetzt selber. Und trägt sein Baby immer mit rum und dann raus damit. Das ist die Mega-Entwicklung. Ich setze mein Kind auf die Straße. Das muss heftig sein. Was war mit der Flair los? Ich bin raus hier. Wir können ja auch Sabrina auf Twitch und dich auf Twitch gucken. Ah, das. Der eine auf Twitch und der andere auf Twitch. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, dass man das so trennen kann. Also, hm. Dann kann man doppeltwitchen. Ich meine, ja, ich muss nochmal zugeben, es ist bei Twitch natürlich auch schön, wenn ihr jetzt da einen Stream habt und guckt und ihr geht einfach raus und macht nebenbei was ganz anderes an eurem Handy, dass ihr ein kleines Fenster von dem Stream dann habt, was euch überall mit hin verfolgt. Sodass ihr gekühlt... Sehr fondest, hat ein Shiny. Sodass ihr gemütlich in Pokémon rumwühlen könnt. Hört trotzdem alles. Kiegt alles mit. Und müsst nicht erst dann auf die App rüber wechseln. Und dann startet die neu und dann verpasst ihr noch die Einladung. Ich kriege das halt meistens nicht mit, weil wenn ich einen Stream gucke, sitze ich meistens jetzt auf dem Sofa und gucke über die Playstation den Stream und da habe ich sowieso mein Handy für Pokémon so griffbereit. Aber diejenigen, die am Handy gucken, die, äh, ja, die müssen wahrscheinlich dann in der YouTube-App sein, wollen dann auf die Pokémon-App und dann startet die erst neu, weil es sich regelmäßig aufhängt und dadurch ist wieder Zeitverlust da. Kasa Solanz. Ich habe auch nur drei gerade gehabt. So. Ich tue einfach den immer so hin. Hier seht ihr das ja. Ich bin der erste Code und der Thomas ist der zweite Code. Aber ich kann ja mal meinen Hunderter in die komische Fangruppe posten und damit rumprahlen. Statt 323 Rates jetzt nur circa 20 Rates, also 300 weniger als bei Dialga. Ich tal den Urlaub. Sag mal, Thomas, ist es eigentlich ratsam, wenn ich jetzt einen Hunderter Dialga habe und habe 900 XL Bonbons und ich ziehe das hoch auf 50? Dass ich sage, ich kann ja noch zwei andere auf 50 ziehen. Ich ziehe noch einen 98er auf 50 und ich ziehe noch einen 96er Shiny Glücks auf 50. Nööö. Ich würde vielleicht noch einen Shiny 50 ziehen, um damit zu flexen, aber es trittet definitiv nicht. Weil es wird eh wieder kommen und dann kommt es noch mal wieder. Dann kriegst du irgendwann noch der 100id einfach so aus Prinzip. Dann kannst du das auch aufziehen. Weil du brauchst das ja so an sich eh nicht. das sind 100. da kannst du in der GBL in der Meisterliga dann gut nutzen. Aber da reicht ja eins. Aber der Drops ist halt dann auch schon wieder gelutscht. Ja, man kann ja nicht drei Stück in der GBL nehmen gleichzeitig. Man hat ja sowieso dann nur eins. Und deswegen... Was mich jetzt aber beschäftigt, die haben die Levelerhöhung gemacht von 40 auf 50. Was ist denn, wenn sie irgendwann eine Levelerhöhung machen von 50 auf 60 und du kannst die Pokémon nochmal höher ziehen? Da brauchst du ja sicherlich auch wieder XL Bonbons. Also wäre es ja vielleicht Ratsam, wenn du noch 600 übrig hast und kannst mit weiteren 296 das von 50 auf 60 ziehen und dann beißt du dir in den Arsch, wenn du damals... Ach, ich kann ja noch zwei pushen. Ich nehme noch das 890er und das 96er und dann fehlen dir die fürs 100er wieder. Was du dann direkt von 50 auf 60 ziehen könntest. Außer es gibt dann wieder andere Wege, das zu pushen. Du brauchst ein XXL Bonbons, weißt du? Für die mega dicken. Da musst du die nochmal tauschen, 1 zu 100. Da braucht man dann Japanese Extreme Super Sour Lemon, Oh Juicy, Oh Noble Bonbons. Ich habe jetzt hier Taubsy-Trainer Jeff Goat, Josef Kudei, Wachar von Specky. Wenn du keinen davon hast, dann ist das auch toll. Ich habe 0, Max 6, Adelaide, Mazofix, Sibidea und Jenny. Okay. Passt. Ist gleich eine Stunde um. Haben gerade mal zwei Rates gemacht. So viele ziehen heute auch die Shinies raus, das ist heftig, ne? Jenny hat den Bann gebrochen mit dem ersten Shiny und dann der Rest kommt hinterher. War Jenny nicht sowieso auch, wo ich gesagt habe, hier mal gucken, wer bei Palkia das 100er zuerst kriegt? Habe ich da jetzt gewonnen? Was kann ich dir nicht sagen? So, 107 XL Bonbons, naja, das sind circa fast 30 Rates wahrscheinlich. Kommt immer auf die XL an, genau. Jetzt packe ich das mal hier rein. Get my game ist am Start. Ja, du hast gewonnen. 300 Rates weniger als bei Dialga. Na, vor allem Genaya ist jetzt hier auch in der Hebo-Gruppe drin, dass sie die, dass ich das immer in den Fanshade rein poste und dass ich dann das gleiche aber auch immer in die Hebo-Gruppe poste. Hannes und Genaya und... das machst du nur zum Flexen, ne? Überall rein schicken und zum Flexen. Aha, ich hab's ihr nicht. Die anderen Flexen noch schon vor mir. Wenn du mitmachen möchtest, dann siehst du links im Bild zwei Codes, dann bitte einen von beiden Äten. Dann wirst du vorgelesen, wenn du angenommen wirst und du wirst dann eingeladen. So krass ist Palkia nun auch nicht in der GBL Ramses. Drei muss definitiv nicht auf 50 pushen. Aber in meinem Meisterliga-Team habe ich immer die Jalga drin und mache so vieles damit. Und das ist nur ein 40er gewesen. Also muss das 50er dann in meinem Team ja trotzdem wirksam sein. Zusammen mit meinem Tonga-Kiss auf 50 und das Giratina, was immer noch bei 40 rumhängt. Also das fliegende Giratina, da brauche ich Bonbons. Das muss als nächstes kommen. Dann habe ich alle drei, die ich sonst immer nehme, auf 50. Und damit bin ich ein Stück weiter als jemand, der den ich auf 50 habe. Da habe ich ja trotzdem alle drei Funktionen drinnen, das reicht. Was willst du mit drei? Raid Challenges, Shiny, genau. Keiner muss gesperrt werden. Das wäre nicht so entspannt. Und Naruto. Ne, ich will ja gar nicht 3 auf 50 pushen. Ich habe ja nur gesagt, ob es sinnvoll wäre, wenn man die XL-Bomboms, die man hat, ausgibt. Oder ob man wirklich geduldig sein sollte und sollte jedes XL-Bombom aufheben für das, was in der Zukunft vielleicht noch kommen kann. Weil viele sagen ja, ich kann jetzt das und das und das alles maxen, also mache ich es auch. Oder sollte man immer nur einen 100er maxen und den Rest aufheben, weil das 100er vielleicht irgendwann noch weiter geht. Das Moderationsfenster. Wie sieht denn das Moderationsfenster aus im Gegensatz zu dem normalen? Hm? Ist das so viel anders? Ich schicke dir fix ein Bild, dann siehst du es. Also bin ich letztens schon ein Bild geschickt. War das nicht davon? Drachräger. Ich blende einfach wieder meinen Code ein. Und dann gehe ich hier hin und gucke, was der Thomas mir schickt. Auf dem Main. Glückwunsch, Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Da schickt man einmal ein Bild, ist das Spiel eh abgekackt. Ich muss mal Werbung machen für den Stream. Ja, eben im Stream. So, was hast du denn hier Schönes? Taub, taub, sie will nur sehen, wie oft er Mary halt getimelt out hat. Das ist alles. Mod-Aktionen. Das ist das Mod-Fenster unten links. Wo immer steht, was ihr für komische Sachen macht. Auto-Mod-Warteschlange. Dann ist hier das und Chat. Und hier hast du Kanal-Tools. Und hier hast du... Du hast ja da... Bei dir sieht es aus wie in der Kommando-Zentrale, ja. Vor allem hast du zehnmal den Chat und alles andere gleichzeitig. Aber gut. Nö, ich hab nur einmal so den Chat. Also das andere ist ja vom Stream her. Ja, eben. Da reicht doch nur der im Stream, auch wenn er kleiner ist, ne? Ja, und wo soll ich schreiben? Wo soll ich schreiben? Hä, du musst doch gar nicht schreiben. Du redest doch. Und die Nachrichten, das macht doch der Bot, der immer die Codes reingesendet alleine. Und den braucht man schon nicht mehr. Den haben wir deaktiviert, weil die stehen ja jetzt im Titelbild hier hinten dran. Auf jeden Fall sieht das sehr verwirrend aus, wenn man sich das so anguckt. Alles kunderbunt und durcheinander. Und hier einfach nur... So muss das auch sehen. Rechts sieht man, wer alles im Stream ist. Ja, das haben wir ja vorhin schon mal uns angeguckt. Schade, dass da nicht oben drüber direkt eine Zahl steht, ja? Dass man auf einem Schlag eine Zahl hat, wie viele da sind. Also der Switch kann ja gar nichts. Ich hab gestern, ich hab gestern auch bei jemanden geschaut, da kam die Frage auf, wie viele sind gesperrt, also gebannt, richtig vom Kanal, ne? Wollen sie wirklich nachgucken, so nur der Moderator an sich kann ja nachgucken. Was steht dann da? 99 plus. Aber ne übelst fette Liste, weißt du, aber steht nur da, 99 plus. Hm. Hast du noch 5 Leute? Na freilich, ich hab sogar mehr. Ich hab 8. Und du? Hast? Ja, wen hast du denn? Sag mal. Stimmt, was doppelt ist dabei. Serka und Voyager, Otakon, Lady Gaga, Samadra, Zogon. Mike? Okay, dann hab ich der Holmes, Waage, Drachik, Spieler01, die E-Loll, der Max. Und Benni, wenn am Montag die Sperre eingetreten ist, äh, zur Kaffeezeit, dann müsste dir an dem Montag dann auch wieder um sein, gefühlt. Aber halt nicht den Montag, der jetzt kommt, sondern den Montag danach. Hoffe ich. Weil wenn, Montag auf Dienstag wäre ja ein Tag Sperre. Und dann wären ja das, äh, bis zum Montag wären ja dann 7 Tage, dann wäre das ja um. Und wenn es 14 sind, ist es halt der Montag darauf. Ich hoffe nicht, dass es dann erst ab Dienstag ist. Dann hätten die mich nämlich fast und einen Tag geklaut. Die müssten genau zur selben Uhrzeit das ja eigentlich wieder freigeben. Hoffe ich. Also, die erste Woche ist fast überstanden. Nächste Woche dann nochmal irgendwas. Ich verpasse die erste, äh, äh, Palkia-Raid-Stunde. Obwohl ich sie auch nicht verpasse, weil die übertrage ich ja dann hier fix und lade sie dann danach träglich da hoch, so. Hab trotzdem mein Community-Raid gemacht, am Freitag ganz normal, den ich auch nachträglich hochladen muss. Muss mich mit Teil 3 noch beschäftigen, vom Hyper-Bonus. Den gucke ich mir aber dann erst in Ruhe an, wenn ich wieder Videos machen kann. Ich hab so viele ungelesene Nachrichten, aus diesen ganzen News-Gruppen, wo ich nicht reingucke und nicht weiß, was abgeht, weil ich dann erst drauf drücke, so ist alles gelesen da und dann blicke ich gar nicht mehr durch. sehr näher als Glücks. Auf YouTube wäre das nicht so entspannt, moderaten Fenster, alles auf einen Blick. für mich ist die Alka interessanter als Palkia. Na gut, wer jetzt hier einen auf Brandon Ten macht, ne, der muss aber trotzdem jedes als Hunderter bekommen. Und wenn man dann jedes als Hunderter hat, muss man im nächsten Jahr jedes als, äh, shiny Hunderter bekommen. Und jetzt, wo Brandon Ten nichts mehr reincasht, ist das meine Sternstunde, jetzt kann ich ihn überholen. So, du wolltest die Arena wechseln. Das ist überhaupt zwar gar nicht mein Ziel und ich auch, ich glaube nicht, dass er jetzt nie wieder da was macht. Die werden vielleicht das so sagen und dann mal eine Woche Ruhe, um zu zeigen, dass da nichts geht, aber... Er selber hat ja gesagt, er wird so lange nichts mehr reincashen, bis von denen eine Antwort kommt, ne. So, die haben aber kurz darauf eine Antwort gebracht mit der Aussage, sie werden extra eine Taskforce einrichten, die sich etwas einfallen lässt bis zum 1.9., wie es halt dann mit weitergehen soll mit den ganzen Sachen. Also, Antwort haben sie gegeben, Brandon Ten kann also wieder reincashen. Ganz normal. Er hat das Video rausgehauen und fünf Minuten später hat er direkt wieder aufgeladen, weil dann der Beitrag kam. Centro Formaggio. Das ist ein Zentrum voller Käse oder was? Formaggio? Vom Taskforce. Gab es nicht mal einen Film, wo irgendwelche Meerschweinchen Spione waren und sonst was und sich verkleidet und waren eine Taskforce, die irgendwas lösen mussten? Na, Jendik züchtet jetzt also Meerschweinchen, die dann irgendwelche die Hacker ausfindig machen. Taskforce. Sollte doch einfach jetzt keine Strafen mehr geben und die Leute spielen lassen. Die G-Force, genau. Statt T einfach G. Also ich habe Loll, der Max, Annelay, Be My Gülletop, Triso, Taiva und Jenny, weil du hast auch Be My Gülletop oben. Ach der, Be My Gülletop. Okay, also Be My, du wirst jetzt vom Thomas eingeladen, also stell dich dann bitte wieder beim Thomas an, wenn du noch einen machen möchtest. Ich habe Helena, TZ, HB, Specki, Iva Scharf und Josef Kut. Achso, und Taub, sie wird ihm das jetzt noch auf Englisch schreiben, weil er das so gut kann. Also, schreibst du einfach, Thomas, in What's You Now? Look at your phone, sagt er ja immer so. Restart. Boom. Ah, wieder fehlt das Erd beim Jura. Ist ein Täter. Look at YouTube, look at you, porn, we start. Mal gucken, ob er reinkommen. Wickedu, wickedu. Das wäre ein typischer, jetzt fühle ich mich wieder wie bei YouTube, wenn ich da solche Leute dabei habe. Das war bei YouTube immer gang und gäbe, dass die alle kamen. Keine Arbeit für mich, okay. Ja, übernehme dich nicht, ja. Wir waren gestern in der Märchenhöhle, wo die ganzen Märchen drin waren. Da fand ich das so schön gemacht. Die Tauben, die da das, die Erbsen sortiert haben, ja. Die Taubsies. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ja. Was ist ein Kröpfchen? Ihr wisst, was gemeint ist. Die schlucken es einfach runter, schön ins Kröpfchen. Ja, habe ich mir Taubsi vorgestellt, wie er da den ganzen Tag steht und die Erbsen sortiert da mit seinem Schnabel. Frecher, Oh, jetzt bin ich wieder irgendwo drauf gekommen, oh mein Gott, aber wir haben 37 Medaillen, wie lange geht das eigentlich? Dieses olympische Zeug da. Keine Ahnung. Du bist unten wieder auf dein Wetter gekommen. Ja, das war's. Voll sanft, da streichelt man einmal kurz drüber und schon zah. Ja, ne. Wusste ich nicht, gefällt mir. Also bei mir kommt das nicht, bei mir kommt es erst, wenn ich wirklich draufklicke. Das liegt aber nicht an Twitch, das war bei YouTube genauso, ist also kein Vorteil für Twitch. Nein, das liegt an deinem Rechner. Oh, jetzt, bestes Thema, Fast and Furious 9. Normalerweise habe ich ja immer die, ähm, immer Ramses Review gemacht, so, wenn ich im Kino war. Aber das interessiert eh keine Sau. Und es bremst den Kanal noch mehr aus, wenn zwischendurch dann Videos mit 20 Aufrufen kommen. Also sollte man vielleicht auf Ramses Review an sich verzichten und ihr könnt sowas direkt im Stream mit einem besprechen. Das ist auch eine gute Idee. Ich muss sagen, ja, es stimmt wirklich, Fast and Furious 9 ist für mich der schlechteste Teil der Reihe. Wer hingeht wegen Autos wird enttäuscht, wer hingegangen ist, weil die letzten Teile coole Actionfilme waren, wird trotzdem auch irgendwie enttäuscht. Keine Ahnung. Weil das, was übrig bleibt, ist einfach nur Bockmist. Ich verstehe es nicht. jetzt war einfach nur so ein bisschen gepusht mit John Cena. Aber so an sich war der irgendwie doch sehr bescheiden. Mein größtes Problem, mein größtes Problem, was ich habe, ich bin einfach kein Vin Diesel Fan. Ich kann mit Vin Diesel an sich nicht wirklich was anfangen. Der ist für mich, der strahlt nicht so was charismatisches aus, wie jetzt ein The Rock oder wie ein Jason Statham oder sonst was. Und wenn du als letztes eben Hobbs & Shaw gesehen hast, wo genau diese beiden großen Giganten da sind und in so einer Art Buddy-Komödie Actionreichte durchgehen, es Stunts gab, Action gab, coole Sprüche gab, das hat für mich komplett gepasst. Als so eigenständiger Film war das eine super Sache. Aber jetzt gab es eben kein The Rock mehr. Jetzt gab es eben kein jetzt gab es einfach nur noch Vin Diesel und Vin Diesel überall. Egal wo du hingeguckt hast, immer nur Vin Diesel. Und John Cena. Und alles hat Du hast Du hast John Cena vergessen. Ja, aber John Cena war halt unter allen Bösewichtern, die es bisher gab, ist John Cena wirklich einfach der, den du einfach gar nicht ernst nehmen kannst. Der wirkte nicht mal böse. Der wird im Film von jemand anderem nur voll gelabert und wirkt so, als würde er gleich anfangen zu weinen und du denkst, das ist der große, böse, starke, fiese Gegner, der selber eigentlich gar nicht weiß, ist er eigentlich böse oder ist er doch lieb oder nicht und weiß ich nicht. Das konnte ich ihm nicht abnehmen. Also, der böse, fiese Typ hat gefehlt. Was bei Hobbs & Show, da gab es einen bösen, fiesen Typ. Das war richtig krass. Das war ein richtiger Dude, hat da gefehlt. Dann haben die bekannten Leute gefehlt, die so Bock gemacht haben. Ich finde, mit Paul Walker und Vin Diesel, die Anfänge, wo es um Autorennen ging, da war mir der Vin Diesel als Schauspieler eigentlich komplett egal. Da standen die Autos im Vordergrund, Straßenrennen, sonst was, das Tuning. Das ging auf, das hat gepasst. Also, wenn sie von den Autos weg sind und sind eher im Bereich Action und haben sie Rock mit reingebracht, hat mir das auch gepasst. Aber jetzt also übertriebene Action bringen wollen, ohne The Rock, ohne diese tollen Schauspieler, ohne einen glaubwürdigen Bösewicht, einfach nur mit Vin Diesel, dann... Das ist langweilig. Bla, da blieb für mich halt nichts mehr übrig, großartig. Ich will nicht sagen, dass der Film halt komplett Mist ist, aber es ist der schlechteste auf jeden Fall von der ganzen Reihe. Die meiste Zeit wartest du auch eigentlich nur drauf, dass was passiert. Wenn was passiert, denkst du, naja, okay. So, du wolltest Arena wechseln, hast du gesagt. Wenn sie sich immer übertreffen wollen, manche Sachen sagen, oh, das war viel zu übertrieben und das war viel zu unrealistisch. Man geht ja eigentlich ins Kino, weil man was sehen will, was es sonst nicht gibt oder was halt was Besonderes ist, aber manches wirkte halt nicht spektakulär, sondern halt einfach nur dumm. Und dann hat es einem auch keinen Spaß Du willst zu deinem Park gehen? Ja, Infantile, ja. Zu deinem infantilen Park. Jenny ist bestimmt schon fertig mit ihrem Raid, deswegen schreibt sie so viel. Deswegen nehme ich Jenny an DREKA, PVP2-Account, Serkan on Voyager und Mew V-Fi. Wir sehen kurz davor, eine Woche davor, haben wir ja Cash-Track geguckt mit Jason Statham und ich fand, der Film war wirklich stark. Der hatte so eine tolle Atmosphäre. Die Dialoge, die sie sich gegenseitig volllabern, der mit seiner Mannschaft da, dann die starke Action, dieses brutale, raue, kompromisslose, die Musikuntermalung, den würde ich mir sofort bestellen und in meine Sammlung aufnehmen. Bei dem anderen denkst du, ja gut, wenn du die anderen Teile hast, musst du den ja nehmen, damit er mit daneben steht. Aber eigentlich müsstest du den nehmen und verbrennen, damit er die anderen Teile nicht beschmutzt. So fühlt sich das dann an. Jetzt habe ich wieder fünf. So, ich habe dir wieder mal nicht zugehört und habe Taiwa, der Holmes-Drarek-Spieler, Eivarscharf. Und dann bleibt Specki übrig, aber ich denke immerzu, du liest Specki vor und dann habe ich den auch, aber irgendwie bilde ich mir das nur ein. Du hast bisher noch keinen Speck gehabt, oder? Nein, ich habe keinen Speck. Ach, Thomas, es tut mir voll leid. Ich würde dir gerne welchen abgeben. Ich habe genug Speck. Ja, ist so schön. Was man auf der Hüfte hat, braucht man hier auf der Liste. Ha, 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 die Tour habe ich noch nie gehört. Sorry, war eben auf der Toilette, aber hast du ein Rüstungs-Mewtwo, Akemi? Du wirst es nicht glauben. Ja, ich habe ein Rüstungs-Mewtwo und ich habe auch nur noch ein Rüstungs-Mewtwo. Die anderen sind draufgegangen für Trades, weil die Leute immer, hast du Rüstungs-Mewtwo, kannst du mir das abgeben? Ich glaube, eins der letzten ist sogar in einem Glückstausch mit BisaFanTV draufgegangen und deswegen habe ich nur noch genau eins übrig und das eine, was ich übrig habe, ist ein hundertprozentiges Rüstungs-Mewtwo. Wo ich sagen würde, dass das schon wertvoll ist für eine Sammlung. Gibt es aber Leute, die mir dann entgegenkommen, ey, ich habe gerade mal gefragt, meine Kollegin meinte, das Ding ist voll wertlos und es ist voll kacke. Ich sage ja nicht, dass es stark ist, aber es ist nicht wertlos. Das hat Wert mehr als alle anderen Fünfer. Denn jeder Fünfer, den ihr so seht, der kommt rein, der kommt irgendwann wieder als Shiny, der kommt irgendwann wieder mit einer anderen Attacke vielleicht oder er kommt als Shiny mit einer anderen Attacke wieder und wieder und wieder. Aber Rüstungs-Mewtwo glaube ich eigentlich fest dran, dass das eine einmalige Sache war. Ich glaube nicht, dass das nochmal reinkommt. Bin ich froh, dass ich noch Accounts habe, wo einige davon drauf sind. Ja, da habe ich auch. Pupsi hat er auch nur einen ganzen Sack voll oder so, aber... Ja, ne? Aber die wollen es immer nur vom Main-Account haben. Na, wie voll. Ja, ich mache schon auf. Glaubt ihr, dass Rayquaza wiederkommt? Ja. Irgendwann. Irgendwann. Rüstungs-Mewtwo war doch schon zweimal da oder nicht? Meiner Meinung nach nein, nur einmal, als da der komische Film rauskam. Und der Film ist ja nicht zweimal rausgekommen. Und wenn sie eine Fortsetzung von einem komischen Film bringen, dann bringen sie vielleicht auch wieder ein anderes komisches Pokémon dazu. Aber nicht dasselbe nochmal, denke ich mal. Da gibt es ein Rüstungs-Mewtwo mit Partyhut. Früher war das lustig, wenn man einfach bei jedem Pokémon einen Partyhut aufgesetzt hat. Heutzutage sind die Leute nur noch genervt. Das kann man ja nicht mal entwickeln. Und ich denke, ja, zum Glück, sonst bräuchte ich ja mehrere davon als Shiny, ja, wenn es um irgendwelche anderen Sachen ging. Das ist dann auch einfach was für Sammler. denn mal ernsthaft, wenn ich jetzt irgendein Pokémon haben will mit einem mit einem Partyhut, was entwickelt geht, was richtig krass ist, wie sieht das aus? Ich kämpfe mit meiner heftigen Armee und eins von den heftigen Fightern hat einen Partyhut auf. Nee, nee, deswegen ist es in seiner Grundform mit Partyhut da, das entsprechende Pokémon und ihr könnt es nicht entwickeln. Und das ist nur für eine Sammlung. Mir fällt nicht mal ein Beispiel ein, aber egal. Wollen wir die Arena schon wieder wechseln, weil ich nur zwei habe, da kann ich nämlich dann an der nächsten schon wieder neue Leute suchen. Na, dann gehen wir halt woanders hin. Wir haben... Moni Cote? Achso. Ja, gehen wir Moni Cote. Ha, Taubsi hat einfach zwei von verschiedenen Daten, ne. Das eine ist bestimmt getauscht und deswegen steht da das Datum dran. Hast du die beiden selber gefangen? Das war ja auch nicht nur ein Tag da. Ja, aber es ist ja nicht von Februar bis Juli da gewesen, oder? Das wäre schon ein bisschen krass. Guck mal, dafür gibt es ja eigentlich Goggle, ne. Wenn man nicht weiter weiß, geht man auf Goggle und guckt und dann guckt man nach. Rüstungs... Mewtwo... in... Echt? War das echt zweimal da? Pokémon Go... Mh... Drei Spieler... Wie... Wie... bekomme ich Mewtwo? Wie... bekomme ich Rüstungs-Mewtwo? Ja. Wann? Wie? Wo? Mann, 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 Mann. Shiny Mewtwo in Rüstung. Genau. Spiele-Trend. So ein Clickbaiter. Rüstungs-Mewtwo ist da, aber niemanden juckt es. 12. 7. 2019. Super saftig. Da kann man sich drauf verlassen. Das passt zu der Aussage, dass das bei dir im Juli gefangen wurde. Eins. Are more Mewtwo raids. So. Wann aber noch? Im Juli. Und im Februar. Rüstungs-Mewtwo? Und zusammen ist es der Dicke. Dann habe ich da was dazu. Shiny holt heute nur noch 96er raus. So muss das. Ich glaube sogar, dass... Ich glaube, dass Rüstungs-Mewtwo kam, wo ich meinen Kanal noch gar nicht hatte. Könnte es sein. Und deswegen habe ich gar keins davon. Irgendwas. Kann sein. Thomas, du musst es doch wissen. Es war einfach zweimal da. Ich kann selber nicht wissen, wann es war. Einmal zum Detektiv-Pikacho-Film und dann zum Mewtwo-Rückkehr-Film. Ganz einfach. Es war zweimal da. Und Heiden hat es gejuckt. Was ist denn das? Rüstungs-Mewtwo finden, Tausch. Ja, hätte es sein können. Die schreiben da irgendwas dazu. Von wann bis wann das irgendwie... Hat keinen gejuckt, aber jetzt fragt jeder danach. Ja, weiß ich es halt nicht haben. Das ist es halt. Das sind jetzt alles so die neueren Spieler, die erst seit einem Jahr zocken uns halt nicht haben. Also dem war das echt ein mittelletztes Jahr da? Während Koronica da war? Mewtwo. Shiny. Hm. Wie kostet das? Hm. 30. So, was war denn das älteste? Mewtwo X-Raid und Spezialtausch. Erster Mewtwo nicht X-Raid. Mewtwo Triple Raid. Mein Mewtwo. Dann habe ich Hong getroffen. Der frühe... Ah! Der frühe Ramses fängt das Mewtwo. Rüstung. Elfter, siebter. Ja, und dann nochmal im Februar danach. Shiny Raid, Gen 5. Mewtwo ist zurück. 17er 9 da. Aber dann das normale, 100% Shiny. Mewtwo. Lobby Lobby. Mewtwo Massen X-Raid. Tauksi, wenn bei mir der Tag im Normalfall um 10 anfängt, ist bei mir Mitte des Jahres halt Februar. Weil die kühle Zeit ist bei mir die schöne Zeit und nicht diese heiße Zeit. Hm. Was für ein hässlicher Screenshot. Also ich weiß ich nicht. Ich finde trotzdem, egal wo ich gucke, ich finde immer nur was von Juli darüber. März 2020, Februar, März. Hey, komm. Let's go. Na, weiß ich nicht. Moment, jetzt habe ich 5. Und zwar habe ich jetzt Specki, Josef, Kurt, Henry Nicky, Iva Schaf und der Holmes. Samara, Anneli, Jasrea, Bienelegend und Jenny. Sabrina spielt vor 15 Minuten. Murmel hat wieder nicht aufgepasst. Ich glaube Murmel ist für Sabrina das, was Adi für mich ist. Deswegen macht immer regelmäßig Videos und bezieht Murmel mit ein. Der beste Spielkamerad. Magdeburg, Sachsen, Anneli, Deutschland. Ja schön, das ist Photoshop. Ich lasse mich doch hier nicht so leicht veräppeln. Hat das Rüstungsmythe später nicht auch dann Psycho-Stoß bekommen? Da müsste uns jetzt mal der Drachik sagen, ob seins Psycho-Stoß hat. Und das Taubsee müsste uns auch sagen, ob Iris Psycho-Stoß hat. Was heißt die Iris? Ja, so. Oh, das war richtig. Der wurde es ja. Guck doch mal, wie das aussah damals. Da hat der Ramses gar nicht geredet, ne? Der hat einfach nur alles auf den Stromkasten gelegt und das war's. Es ist gelb geworden bei 100... Super. Und war's schlecht? Wahrscheinlich. Team Instinct. 22 Sekunden. Du meinst die Team innen stinkt's? So, ich geh hier mal raus. Da sind zwölf drin. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal... Rüstungs-Mewtwo in 2020. Vom Dienstag, 25. Februar 2020 bis 2. März 2020 Kannst du an dem Event zum Pokémon Day teilnehmen, dass Mewtwo in Rüstung und Pokémon-Klone in Raidkämpfen beschert und Pokémon mit Partyhüten zum Feiern verleidet, als der Pokémon Day kam? Wo es dann auch einen Raid-Day gab, wo man die Klon-Pokémon aus den Raids gezogen hat? Das war ein ganzes Wochenende, wenn ich mich sogar richtig erinnere. Es waren zwei Tage. Und deswegen haben auch alle gedacht, dass Rüstungs-Mewtwo dann in Shiny kommt, weil es das zweite Mal zurückkam. Und dann war's aber nicht Shiny. Da hatten auch die geklonten Visaflor, Glurak und Turtok sogar die CTA-Attacken. Also dem ziehst du von wegen Spiele-Trend, der Clickbaiter, da haben wir's doch. Deswegen war ja hier auch der Juli 19 und dann natürlich hier der Februar 20. Scheine Mewtwo in Rüstung. Pokémon Day, da hat man vorhin direkt am Anfang schon die Lösung. So, warum vertraut ihr dem, den Herrn Schilling nicht? Mensch, ihr seid aber auch wieder gut drauf, Alter. So, nehmen wir raus. Wir haben keine neuen Anfragen, das heißt, wir müssen die Arena eh wieder wechseln und die Leute hier löschen, dass die, wenn sie fertig sind, mit ihrem Raid vielleicht dann wieder etten können. Thomas, möchtest du nicht nächstes Wochenende den Evo DC Day hinten anstellen und lieber zwei Tage lang Raids für Zuschauer mit Palkia machen? Und du siehst, wie stark das Interesse da ist. Ach, da kriegt man schon was hin. Wir müssen da nichts hinkriegen, keine Sorge, alles wird gut. Irgendwas kriegt man da schon hin. Das Problem ist, du hast mehr Interesse daran, dass ich streame, als ich selber. Du willst jetzt zu Lago de Casablanca, habe ich gehört. Ja. Weil da gibt es einen guten Kaffee so richtig auf dem Wasser. Ey, das sieht aus wie ein halbes Fußballfeld, so. Nur in blau. Das Wasserfeld, wer kennt das nicht. Der Thomas, der sagt nicht nur, wann ich streamen muss und wann nicht und was. Er sagt auch, wo ich hin muss und wann ich wo zu sein habe. Ja. Und wo du streamen musst vor allem. So eine schöne, so eine tolle Fürsorge, oder hat man selten, findet man gar nicht mehr. Genau, genau. Ah, wie ihr seht, wir haben auch unseren Bot eingerichtet, hier in Moonlight. Unser Bot, der regelmäßig in Abständen da immer die Nachricht reinpostet, mit den Codes. Der ist doch keiner, Yannick-Partner. Den kann man doch nicht trauen. Ha, ha, ha. Ah. Taubsy hat angefangen, mich mit den Klonen zu gucken, ne. Was ist das für ein Klon? Warum gibt es da Klon-Pokemon? Gucke ich mir an. Genau. Ja, dankeschön. Wie gesagt, der allererste Sea-Day, den ich auch je auf dem Kanal hochgeladen habe, war ja der Evoli Sea-Day. Und der ging ja gleich zwei Tage. Und jetzt haben wir bald Jubiläum, alles kommt wieder Evoli Sea-Day. Damals einen Tag, feste Coburg rumgelaufen am ganzen Tag, Best-of-Video gemacht. Und am nächsten Tag am Sonntag durch Hibo gelaufen am ganzen Tag, Video gemacht. Wart ihr jeweils drei Stunden. Jetzt habt ihr jeweils sechs Stunden. Zweimal. Ach so, also ich wäre soweit. Das Mohnboot. Aus Mohn. Wie beim Kuchen. Ich hab vier. Schwimmerin, Super-An-Loo, Josef Kudrachek. Hast du auch was davon? Serkan und Voyager, Andréga, PvP-2-Account, Otacon und Genie. Dann warte ich noch auf eine 5. Das muss schon fair sein. Die schaffen sonst nicht. Rest ist für dich. Aus welchem Film ist der Spruch, Rest ist für dich? Keine Ahnung. Aus der goldene Handschuhe natürlich. Als er die Bockwurst in den Arsch gesteckt hat. Und dann hat er da rumgewühlt und dann hat er es abgerissen. Du, du. Rissen hat sein Stück gegessen. Und hat gesagt, Rest ist für dich. Du, du kannst auch mit deinen Zuschauern live einen Film schauen, ne? Könnt's auch machen. Dann könnt ihr alle zusammen gemeinsam einen Film schauen und dann mit denen kommentieren und so, ne? Ja, ja. Rest Bescheid. Kannst du auch machen. Kannst du einen Cinema-Stream machen. Genau. Ich crake gerne ins Kino, filme das ab. Du fährst in Furious 9 und dann strahle ich den hier aus und wir gucken alle zusammen. Nein, na, so war es nicht gemeint. Aber du kannst ja wirklich auch noch einen Stream machen, wie du einen Film schaust und die Leute könnten ihn dann auch mitschauen, wenn du den über Amazon Prime oder Netflix guckst. Oh. Und wenn ich aber Wrestling auf ProSiebenMax gucke, das war ja das. Könnte theoretisch auch gehen. Also Schwimmerin, super Ando, Josef, Katrachek und Specki haben wir jetzt hier. Das ist ja das, was für Mittwoch interessant wäre, wenn ich hier alleine sitze und Wrestling gucke, dass ich nicht hier alleine sitze, sondern hier Wrestling gucke und ein paar mitgucken und wir dann immer sagen, Let's go Cena, Cena sucks. Was gar nicht geht, weil der bei Smackdown ist, aber trotzdem. Let's go Cena, Cena sucks. Du kannst es auch leichter machen. Du streamst es Samstagsabend erst zu Smackdown und danach kommt ja eh Raw nochmal. Ja, aber Samstag ist ja Sandra da und die tut mich auf dem Sofa immer sich da so anlehnen, an mich so dran und da kann ich nicht schlecht hier vorne sitzen, weil so lange ist ich nicht, dass ich vom Sofa bis hier herrag. Das, das muss man noch austesten. Und dann muss ich danach, Und dann nach 0 Uhr muss ich ja ins Bett, weil du ja Sonntagfrühst immer streamst, da kann ich nicht abends streamen, meine eigenen Interessen verfolgen, wenn ich Sonntag immer dein, äh, Sonntagstream mitmachen muss. Okay, geht also nicht mit, äh, ProSiebenMax. Geht also nur mit Prime. Hello, Alex, my friend, welcome back. It's the first time I see you. Nein, geht nicht, gibt's direkt. Boah, geht nur irgendwas auf Prime und die anderen brauchen das auch, damit sie gucken können. Vor allem, dann hätten wir diesen, äh, Schwarm des Schreckens gucken können, ja, den neuen Horrorfilm auf Netflix mit diesen Heuschrecken, wo die Frau Heuschrecken züchtet, will die dann immer verkaufen als Delikatessen zum Essen und der eine verfüttert die immer an die, der eine verfüttert die immer an seine Schweine und dann merkt die, sie kann nicht ausreichend Heuschrecken produzieren, die vermehren sich nicht genug, bis aus Versehen sie sich mal verwundet und die Heuschrecken ihr Blut fressen und dann plötzlich werden's gleich 10.000 und die brüten wie verrückt und dann geht sie regelmäßig rein und tut sich den Arm aufritzen und lässt die Heuschrecken von sich selbst ernähren und weil sie dann schwach wird, muss sie dann natürlich anfangen, Tiere zu töten und zu opfern und schlachtet irgendwelche Kühe ab in der Umgebung und tut die opfern und gibt ihnen die Heuschrecken und die werden auf jeden Fall total bekloppt, die Heuschrecken, ja. Alex, wenn du willst, mit uns zu töten, dann musst du nur einen Account von den beiden Codes und dann werden wir dich anschauen. Ja, das heißt, danke. Wir haben sogar einen Sprachbot, wie ihr seht, der kann alle möglichen Sprachen. Muchas gracias. Hast du nochmal? Ich hab hier, ich kann sogar eine zweite Runde. Ich hab Lady Gaga, Tiso, Taiva, Yasir, Binelegend. Ja, dann hab ich The Homes, Milky Way, Ai, Tai, Wa, Ai, Wa, und King Schlemmer hab ich auch drin. Ja, dann haben wir doch schon wieder fünf. Achso, dann müssen wir ja wieder warten. Nee, nee, die schaffen das auch so. Na, natürlich schaffen die das. Sonst mach ich die Runde jetzt mit, dann kann ich hier noch... Let's go. Ach nee, warte mal, ich muss ja gar keinen Glückstausch mehr machen mit Palkia. Da hab ich ja mal einen Hunderter. Richtig. Was tauscht man dann? Riolu jedes Mal in der Hoffnung, endlich einen Hunderter zu kriegen. Praktipark in der Hoffnung, einen Hunderter zu kriegen. Oder weiter Terrakium. Aber ich kann mitmachen, weil ich hab ja noch den Pass von gestern drauf. Denn Terrakium wollte ich auch unbedingt haben. Das find ich auch ein sehr cooles Pokémon. Terrakium. Aber das kommt ja bestimmt auch wieder. Wow, die Flasche ist gar nicht stabil. Hab ich als Hunderter. Lucky. Hast du auch Dialga und Palkia? Dieses Duo? Wow. Nein. Weißt du warum? Gibt's bestimmt selten Leute, die sowas haben. Ganz einfach. Ich tausche mir erst mal das als Hunderter. Was sinnvoll ist. Was ich wirklich aktiv auch brauche für Raids. Und danach kann ich mir immer noch den Schrott aneignen, die dann andere eh und was noch liegen haben, weil sie ja massenhaft Raids davon gemacht haben. Na ja, ist doch gut. Du riechst nicht da so auf. Du bist doch nicht aufgeregt. So, alle sind drin. Denk an deinen Blutdruck. Boah. Aber Benni, ja, das ist genau das Thema. Deswegen hab ich ja gesagt, dass Twitch schön und gut, aber es ist halt einfach nur eine reine Streaming-Plattform. Klar könnte ich sagen, ich mach einen Raid am Mittwoch-Stream, ich setz mich hier hin, ich drück das Video an, dann können im Stream das alle in dem Moment gucken und dann beende ich den Stream. Damit die das vorab schon sehen, aber die Folge ist fertig und die wird halt dann hochgeladen, wenn ich wieder frei bin. Dazwischen kommt aber natürlich noch eine zweite Folge, die dann auch hochgeladen wird und die dann kommt, wenn ich wieder frei bin. Aber wenn ich wieder frei bin, kommt ja auch die, die dann dran ist. Also komm, an einem Mittwoch dann drei Räder Mittwoch folgen. Ich rede mal mit. Schickt einfach euer Zeug und dann ist alles gut. Tut einfach so, als wäre nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Bitte weitergehen und nicht drüber reden. Schickt einfach wie immer. Und den Rest seht ihr dann. Aufnehmen und auf YouTube hochladen. Hä? Was aufnehmen. Guck mal, die Räder Mittwoch Folge ist ja schon hier, wie gesagt. Das ist ja alles. Ihr habt da die Räder Mittwoch Folge. Können wir nochmal kurz abspielen. Ein Stück. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go beziehungsweise es ist wieder Zeit für Räder Mittwoch. Räder Mittwoch. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne, sozusagen. Nicht direkt, aber mein Kanal hat ja wieder mal eine Sperre bekommen. Diesmal sogar für zwei Wochen statt für eine Woche. Die gute YouTube Quarantäne. Das ist die Räder Mittwoch Folge aus der ersten Sperrwoche. Dann ist euch die neue Musik aufgefallen, ja. Die ist doch schön. Diese schöne neue Musik. Weil die Fahrstuhlmusik, wenn ich die genommen habe, wurde das Video immer direkt demonetarisiert. Ich habe aber an der Musik gehangen, weil ich die passend fand und habe nie eine Musik gefunden, die so ähnlich chillig war. Jetzt habe ich ewig gesucht und habe eine gefunden und jetzt packe ich die immer rein, damit ich gegen keine Rechte verstoße. Und habe auch mal probiert, in der Pokémon-Folge das vorne reinzupacken, dass das ein bisschen zur Stimmung beiträgt, damit es nicht ganz so langweilig ist. Habe ich ja früher auch. Da war die Fahrstuhlmusik am Anfang von jedem Video bis zum ersten Übergang. Dann Originalton nur und dann am Ende nochmal. Also das seht ihr hier bei der Dialga. Ach, bei dem Palkia Community Raid ist das auch so. Hier, Einblick. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir befinden uns immer noch in Woche 1 der Sperre, der 2-Wochen-Sperre. Also wundert euch nicht, wenn keine Videos kommen, wenn das Video kommt, wenn es schon gar nicht mehr aktuell ist. Zu gucken, ob vielleicht direkt im Asturade ein Shiny dabei ist, ob ein Gutes dabei ist. Guckt aber das schöne grüne Auto hier hinten. Bruderlander, Dragoran, Gardevoir, Dialga und hier fängt es auf. Ja, wir waren 15 Mann. Aber die Fahrstuhlmusik darf ich ja nicht mehr spielen. Aber die Raidmania habe ich natürlich auch abgescreenet und werde ich auch nachträglich hochladen. Seht ihr hier? Raidmania. Also ich will gerade ein Pokémon fangen. Ach, da lädt einer zum Fünfer ein. Da lohnt es sich ja nicht im Fünfer. Vor allem ist genau das Feld, wo man mich sieht, hinter mir jetzt. Für den einen Raid. Und dann lädt keiner mehr ein. Das ist Verschwendung. Dann siehst du so 10 Minuten später. Ah, da lädt gerade zufälligerweise wieder jemand ein. Hätte ich doch mal ein Ei angehabt. Also, keine Sorge. Ich möchte natürlich, dass das, was war, dass das keiner verpasst und dass das trotzdem zur Vollständigkeit da ist. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich könnte natürlich, das ist ja jetzt aber der große Knackpunkt. Ich könnte natürlich an einem Montagabend auf Twitch Chill mit Ramses streamen und mit euch zusammen Videos gucken. Aber das ist was, was dann ja eben viele verpassen. Und was blöd ist, wenn man das nicht direkt dann da hat und live da hat. Also das wäre was, was ich wirklich nur auf YouTube machen würde gerne. Gerade auch diese Gewinnspielauflösung bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier reinkomme und sage, so, ist derjenige da? Der Name wurde gerade gezogen und derjenige weiß gar nicht, was ist Twitch? Deswegen, das kann ich nur am Montag auflösen. Und das würde ich dann eben die Videos auch gucken, muss halt bis dahin warten. Da haben wir halt dann mehr Auswahl, was man gucken könnte, aber würde ich auch nur am Montag gucken. Ja, siehst du, ich habe mir nur wegen dir einen Twitch-Account gemacht. Aber so geht es ja vielen, die extra einen machen müssten. Und deswegen sind meiner Meinung nach auch nicht so viele Leute da. Die, die es nicht mitkriegen, kriegen es nicht mit. Und die, die es mitkriegen, sagen, extra dafür Twitch, ich warte lieber die zwei Wochen und dann geht es weiter. Gar nicht nachvollziehen. Was ist denn hier mit deinem VC-Alex gewesen? War der dabei oder nicht? Ich hatte ihn gar nicht bei mir in der Liste. Musste mal gucken, ob du ihn jetzt hast. Aber wir wollen ja erstmal Arena wechseln. Wir wollen jetzt zu Alien Grafitero. Ach, der hat gar nicht geeditet oder was? Also, ich hatte ihn noch nicht drinnen. Ich habe jetzt Samara, Kurvidita, äh, Kurvidiva, Dio Ninho, 0max6 und Genie. So, ich habe mal kurz übersetzt und zurückgeschrieben. Hast du überhaupt mal in deiner Liste geschaut? Ja. Ja, da steht er. Guck. Aber was kann ich denn, was tut er denn dann so, als wüsste er gar nicht, was hier abgeht? Dann passt das ja. Wir müssen jetzt aber trotzdem eine andere Arena nehmen, oder? Was war hier die zweite Runde oder nicht? Hast du wahrscheinlich schon wieder vorgelesen. Ja, ich habe dir schon mal gesagt, in welcher Arena. Ja, ich glaube, du hast gesagt Nuestra, genau. Nein, nein, ich habe Dino Graffitero. Hä? Weiter runter. Dino? Ich kenne, ich sehe nur Alien Graffitero. Hey, nee, dann nimm es Alien. Der Thomas, er verwechselt halt Dinosaurier und Aliens, ne, weil, kennt ihr nicht die Dinosaurier, die immer mit ihrem Space Shuttle kommen, Menschen entführen und dann, äh, Sonden einführen? Oder, oder, oder die Aliens, die immer sich gegenseitig hier zerflaschen, die Blätter von den Bäumen fressen und das kann man ja mal verwechseln. So, jetzt nimm an. Ja, ich muss annehmen, genau. Das ist nämlich, den hätten wir auch noch vergessen. Dann habe ich halt Rockcat, Dio Nino, VC Alex, Specky und Dynar Moftl. Na, dann gebe ich dir mal den Dio Nino und nehme dafür und nehme dafür den Pepo. Okay, du hast einen. Passt. Nee, ich habe alle. Ich habe alle. Du hast sie nicht mehr alle. Drei, äh, drei Stunden weiter, äh, bringt dir ja nichts. Musst du ja trotzdem warten. Deswegen würde ich gar nicht weitergehen. Ich würde einfach immer da warten und dann zusammen los traben. Ne, fertig. So, Alex, hier, der Invitation ist out. Schott. Look. Look, look. Ist ja fast dasselbe, sag. Hast du das schon mit den neuen Netschis nach Palkia mitbekommen, Ramses? Die sollen leider genauso scheiße wie Xenias werden, weil die auch nur Schrott-Sofort-Attacken haben. Also, ich habe eine Übersicht gesehen, gab eine Grafik, dass der Ultra-Bonus 3 total, das ergibt für mich eigentlich gar keinen Sinn. Du hast das, Teil 1, dann hast du das, Teil 2, dann hast du Teil 3, da kommt das. Und danach aber gleich das. Also, die können sich nicht entscheiden, was, wie, wo. Außer, weil der Bonus immer zwei Wochen ging, ist jedes nur eine Woche, dann würde es wieder Sinn haben, dass der 3-Bonus dann nur, ja, ich glaube, das ist sogar nur eine Woche jedes Mal, oder? Wo auch die ganzen Galashineis dann kommen, aus Eiern, aber eben auch aus Raids, eben. Aus dem Einer, aus dem Dreier in die Woche drauf, aus dem Dreier und dem Einer. Und dann kannst du alle raiden und musst keine brüten. Also, brüten würde ich, glaube ich, im Teil 3 gar nicht. Das Brüten spar ich mir wahrscheinlich komplett und würde mir den kleinen Accounts, statt zu brüten, lieber wieder raiden. Ich habe ja das Ziel, das eine aus dem Einer, das andere aus dem Dreier. Und wenn die fertig sind, die Woche drauf, dann wieder eins aus dem Einer und dem Dreier. Dann müssten ja auch alle da sein, hier, Flunschläge und Gala Smogmog und die blöde Katz und sonst wie. Und ja, die Leute haben sich erst gefreut, dass es zwei neue, heftige Raid-Boss-Equip direkt aus Gen 8, die es noch gar nicht gab und die komplett neu sind. Da weiß man ja, man kann es ruhig angehen lassen, weil die ja eh irgendwann zurückkommen und auch als Shiny eingeführt werden. Das ist das Erste. Zweitens sagen die Leute jetzt, dass die sowieso kacke werden, weil die genervt wurden und weil es andere Formen von denen noch gibt, habe ich irgendwo gelesen, hat einer gesagt, das sind nur die Formen, die doof sind. Die starken Formen sind noch nicht da. Und jetzt sagt ihr, es sind nicht nur doofe Formen, sondern die doofen Formen haben auch noch falsche Attacken, sodass das komplett doof ist. Das ist ja cool. Naja, laut der Serie kriegen sie ja dann im finalen Kampf dann nochmal jeweils das Schild und das Schwert in die Schnauze rein und entwickeln sich dadurch nochmal etwas weiter, wobei der eine dann halt ein Schwert in der Fresse hat und der andere halt ein Schild als kleinen Kragen und deswegen sind sie halt dann besser. Ja, so ein Schwert in der Fresse, das ist aber schon gefährlich, wenn der da irgendwo hängen bleibt und dann zack ist der Kopf ab, so sieht's aus. Teil 3 wird super werden. Dann jetzt Serkan und Voyager und 3K BVB 2 Account Völler und 3Days. Dann habe ich Josef, Drachek, Kinghammer. Nein, den Pepo hast du nicht. Dann Pepo bitte nur noch beim Thomas anstellen, sonst muss ich dich leider blockieren. Dann haben wir der Holmes Eiver Scharf und dann sind das 5. Der Pepo ist ja gerade am Reiten. Ja, das mache ich doch gern, damit du immer aufpasst und fit bleibst. Nichts ist besser, als das Gehirn zu beanspruchen den ganzen Tag. Wenn das Gehirn nichts zu tun hat, dann stumpft man ab. Ja, Benny, sei mal ehrlich, wie willst du es sonst sagen? Das hat ja dann einfach ein Schwert in der Fresse. Ne? Was anderes ist es doch nicht. Da hätten sie bei dem anderen das Schild aber auf den Rücken machen können, wie so einen kleinen Panzer, so einen Schildkrötenhund. Also, es ist aber ein Kragen, weißt du? So, hm, guck mal, ich ranne dich mit dem Schild. Ein Kragen. Wie invite everyone in die Reihenfolge kann er sich in die Haare schmieren. Coole Lechis, sie müssen ja die zwei Wawwau einpacken. Ja, ich hätte mich über Giratina gefreut, ja, dass es das so zu denen so passt, damit ich so noch ein paar XL-Bomb-Monster kriege und noch ein Hunderter fliegendes. Obwohl, wenn es wirklich irgendwann den Form-Wechsler gibt oder Form-Wandler, wäre das ja auch doof, wenn du ein Hunderter bebeindes Giratina hast und das dann einfach in ein Geflügeltes umwandeln kannst. Aber bevor das kommt, du extra das Geflügelte auch wieder mit 600 Euro zu Buche schlägst, damit du dann sagst, so, jetzt hab ich's. Jetzt brauch ich das andere nicht mehr. Yes. Aber der Wahresammler, der nimmt natürlich beide Hunderter mit und sagt, fertig. Guck mal, Reiquaza ist von... Vorhin hat jemand gefragt, kommt Reiquaza wieder? Ihr seht, jetzt ist es passiert, Reiquaza ist da. So. Zwar nur auf Twitch als User, aber es ist mehr als kein Reiquaza. In welcher Form auch immer. Da hätt ich mich übelst gefreut. Das war ich. Genau, Fro... Da ist gar kein R. Jetzt wollte ich Froxy sagen. Foxy. Froxy, Foxy. Wann kommt Reiquaza wieder? Kommt Reiquaza wieder? Jetzt ist Reiquaza da. Von YouTube direkt zu Twitch. Geflogen. Hat uns was mitgebracht. Ist mir aufgefallen, dass die Vigrachendrachen aussehen wie Dragoran. Das ist auch so ein kleiner... Der hat auch so eine Nase, also so ein Gesicht, dass da das so groß und wuchtig ist. Alle anderen sehen anders aus, alle anderen Drachen. Aber der, das passt. Wechsel? Ja. Wir gehen in die Fäden, klicken Raid Level 5, scrollen runter und wir sehen Maki Infantil. Da müssen wir zwar noch warten, aber da warten wir gerne. Eigentlich nett. Eigentlich war das voll. Denn wir haben jetzt Jenny, Tiso, Taiva, der Wanderer, The Rips und Nikothek 4. Okay, dann habe ich kein Problem. VCLU 8, 56, Rezix, 56, Rezix meine ich, Taiva, Mickey Way. So. Mickey Way! We have to wait 30 seconds, then we invite 3, 7, 8, 8, 4. The next players. Ja, wahrscheinlich. Samebro, Samebro, Rayquaza ist Rayquaza, Samebro. Was wird heute gemacht? Palkia Raids, steht doch im Titel. Heute werden Kekse gebacken, ganz einfach. Seht ihr nicht gerade diesen Ofen, wo das Ei drinnen steckt? Gleich ist es fertig und dann schlüpft das Ei aus. Oh, es ist ein Palkia geworden. Wow! Wollen wir es uns mal vom Nahen angucken? Gehen wir rein, gehen mal richtig nah ran, schauen es uns an. Oh, da sehen wir, wir haben Gegner, wir haben Radfrazz, wir haben Pikachu und wir haben Shiggy als Gegner, die werden wir schnell noch besiegen mit unseren anderen Leuten, die wir schnell noch einladen und dann gehen wir gemeinsam auf die Jagd, ne? Was ein Käse. Shalong, jetzt sagt doch nicht zu ihm, dass der warten soll. Der wurde gerade eingeladen. Jetzt denkt er, der kommt erst in zehn Jahren dran. Wenn er nicht die ganze Zeit hier rumspammen würde, würde der das ja auch mitkriegen. Aber im Endeffekt schafft er es ja trotzdem rein. Ihr wisst ja, wie das ist. Obwohl, eigentlich ist die Erfahrung, die, die die ganze Zeit hier schreiben, lad mich ein, lad mich ein, lad mich ein, genau die verpassen es. Peppo will auch eingeladen werden. Ich dachte, Peppo war gerade eh schon im Raid. Dann müsste Peppo... Peppo, you have to add again if you want to do another Raid. Please. Oh, der Kollege ist drin. Oh, und please add only the second account, Peppo. Der Ritzix ist drin. Mmhm. Peppo, please add the second code, because the second code invited you at the last raid, so he can invites you again. Ah, ich muss aus der Lobby raus. So, jetzt hätten wir es fast verpasst. So, einer geht noch. Habe ich mir gemerkt, diesmal, ne? Muss ich nicht fragen. Ich frage nach der Runde dann wieder. Wechsel. Und der Thomas so, ah, und ich dann so, äh. und freuen sich alle. Zwei Anfragen brauchen wir noch. Ist ein Semmel. Ist ein Semmel. Jojo ist auch da. Jojo kann jetzt übersetzen. Wohin geht ihr? Ins Bad hinein. So, also ich habe ihr jetzt schonmal Samara, Skyfall und P2AK. Dann fehlen noch zwei. Wer hat noch Bock? Wer edit schnell den zweiten Code? Nämlich Schwimmerin, Super Unloose, Rips, ne? Nico Deck, 4 und Curvy Diva. Den, den Rips hatte ich gerade und den Nico Deck. Aha. Thomas, du musst auch aufpassen. Rips und Nico waren ja gerade schon. Deswegen nehme ich jetzt Specki und einfach Schaf. Also immer dieselben. Hätte ja sein können, dass jemand kommt und bei mir auch mal mit Raiden will und deswegen. Ramses, wie viele Reikwaser hast du so und Ramses so Jetzt habe ich noch einen Dräker. Jetzt fehlt noch einer, außer du willst einfach schon starten. Was heißt, wie viele Reikwaser ich habe? Alle. Soll ich mal nachgucken, wie viel ich gemacht habe insgesamt? Weil man hebt die ja nicht alle auf, oder? Also wenn ich jetzt 500 Raids mache, habe ich ja dann nicht 500 Reikwaser auf der Hand. Das wäre ja Platzverschwendung. Du hebst dir ja eigentlich nur ein paar auf. Ich habe 200%ige. Ich habe 4,98er. Und sonst den Rest habe ich glaube ich in die Tonne gepackt. Ich kann mal anmachen und kann mal kurz reingucken. Extra für dich, Foxy. Foxy der Fuchs. Wie viele gute Reikwaser hast du? Das ist eher mal die Frage. Nee, die Leute, bei den Leuten macht es nur die Masse, nicht die Qualität. Wie viele hast du denn gepusht? Du stehst da und hast 600 auf Level 50 und die Leute, langweilig, du hast ja nur sechs Stück. Ich habe insgesamt 20 und das Beste davon hat 80% dann und so oh 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 cool. Alle Level 20 frisch aus dem Raid. Ja, aber es sind 20 Stück. Damit sind es mehr als sechs Stück auf Level 50 mit 100. Das ist halt ein Unterschied. Hast du denn wenigstens sechs Stück hochgezogen, wovon fünf auf 40 sind und eine auf 50? Ich habe eins auf 50. Das ist Based Buddy. hier 4336 Das ist Best Buddy. Danach kommt auf 40 ein 100er. Dann kommt noch eins auf 40. Das ist ein Warte mal, wir müssen mal so drücken. Ein 98er. Dann kommt noch eins ist auch ein 98er. Das ist also das vierte. Ist auch hochgezogen. Ihr denkt jetzt ich halte immer zu derselbe rein. Dann kommt noch eins 98er. Auch auf 40. Und dann ein 96er. Aber auch auf 40 hochgezogen. Und wie geht es dann noch weiter? Aha! Und danach WP sortiert ist ein Wetterboost Shiny. Das heißt, ich habe sechs Stück, wo von fünf auf 40 sind. Eins auf 50. und halt ja, also ein 96er, drei 98er, 200er. Und das ist mein 6er-Team. Passt für mich. So viel habe ich gar nicht mehr. Auch davon, wenn ich jetzt Requaza eingebe, habe ich insgesamt nur 14 Stück auf der Hand. Nämlich die sechs hochgezogenen und dann hier, wie ihr seht, ein paar Shinies und dann ist schon vorbei. Ich habe alle anderen Grün eigentlich theoretisch weggeworfen. Ich habe mir nur das Team so aufgehoben, was hochgezogen ist. Und Shinies halt zum Traden oder für irgendwelche anderen Späße. Weißt du was? Dann suchen wir uns dann demnächst mal windiges Wetter und dann machen wir mal was. Du willst mit der Requaza-Armee schon wieder ein Duo machen? Ich kenne dich. Ja, man. Kannst du dich noch an unser legendäres Dialga-Duo erinnern, was nie zustande kam? Oh ja. Ja, ey, das Wetter hat aber nie gepasst, ne. Es ist einfach nur krank. So. Ruhe, Jan, ich bin's. Uah. Da freue ich mich. Wir wollten den Arena wechseln. Du siehst, mittlerweile gibt es kaum noch Unterschied zwischen hier und YouTube, weil die Leute irgendwann hier rüber schwappen. So. Willkommen, gehen wir zu Nadadinadine. Nadine? Hängst du da einfach ein NE dran? Ja. Nein, nur ein N am Ende. So, sieben. Aber du sagst jetzt bestimmt, dass du die schon alle hattest. Hier, dieser TTV-Dark-Reihe. Ich hab ich hab nur ein bisher. Ist ja gut, dann post halt einen. Aber den hatte ich noch nicht. Und was ist mit Futureama-Trekki? Nein. Und Dio Nino? Äh... Den hatte ich dir gegeben beim ersten Mal, weil wir den gleichzeitig hatten. Jetzt willst du den zurück. Ich hab eh keine Anfragen von ihm, also nimm ihn. Ja, aber erst wenn er dran ist. Thomas. So geht's ja jetzt nun auch nicht. Jenny... Jenny will auch die Nadine besuchen. Okay. Macht mal, Palkia, du. Bitte. Ja, Rujan. War das jetzt schon alles, oder was? Ich dachte, oh, nee, jetzt. Warte. Ich verspreche, nicht zu nerven. Toll. Das ist doch aber doof, wenn du auf YouTube nervst und dann kommst du hier rein und nervst nicht. Dann sagen die Leute, Twitch ist viel besser. Dann nervt der Julian nicht. Auf YouTube nervt er immer. Wir müssen auf Twitch bleiben. Ich bin TTV Darkrai. Hä? Rai Quasa ist Darkrai? Stehe ich nicht. Ja, er hat sich entwickelt, weißt du? Er ist von einem sanften Drachen zum Bösen der Nacht geworden. Ja, der Twitch-Name ging bei Pokémon Go nicht. So, ich hab schon mal Samara, der Wanderer und Jenny und 0 Max 6, also hab ich schon mal 4. Erzählt noch der Fünfte. Thomas hat Furcht am Start. 4. Ja, Rai Quasa ist der sanfte Drache. Übrigens muss ich heute wieder was für meine Allgemeinbildung tun und muss mir der Mama dann das Tagebuch der Anne Frank schauen. Nachdem wir beim letzten Mal World Trade Sender The Movie geguckt haben mit Nicolas Cage. Wo es eigentlich egal war, wer da die Hauptrolle spielt, weil der war ja eh die ganze Zeit verschüttet und voller Dreck und man hat einfach nur zwei Umrisse von Augen erkannt und mehr nicht. Also war es egal, wer da gelegen hat. Ja, das war auf jeden Fall schrecklich, aber hat ja ein gutes Ende gehabt. So, jetzt habe ich noch Andréka, ich habe voll. Hui, also nehme ich jetzt den TV Makes It, TV Even Breaks It, TV Makes a Superstar, wherever you are, wir nehmen Drachek, wir nehmen King Hammer und der Holmes plus Dijon Nino, ja, Dijon, Senfglas. Ich glaube, der Jojo ist so einer, der am C-Day levelt, außer er ist aus Versehen in einem Raid gelevelt worden, wie bei Poopsie gestern oder vorgestern oder vorvorgestern oder gar nicht. TV Makes It, TV Even Breaks It, TV Makes It, Alter, das ist aber uralteres Leben. Ja, ich bin ja auch schon alt, also. Alter, so viel älter als ich bist du auch nicht. Heul nicht rum. Aber gut zu wissen, dass du jünger bist. Guck, bin ich überhaupt jünger. Warum bist du denn aber jünger? Du wirkst doch aber viel erwachsener, außer wenn du gerade nicht erwachsen wirkst. Wirkst du doch aber insgesamt eigentlich erwachsener. Welches Jahr bist du geboren? 88, da verstehe ich mit meinem Namen. Guck. Hast du zwei Jahre mehr auf dem Buckel? Ja, das merkt man auch schon. Deswegen trage ich immer nur Unterhemden, damit er nicht so viel auf dem Buckel hängen bleiben kann. Außerdem ist es für euch schade, dass der Montagstream ausgefallen ist, ne? Was? Nochmal. Der Montagstream war schon scheiße, dass er ausgefallen ist. Weil du Geburtstag hattest, genau. Das war so ein schöner, schöner Geburtstagsabend. Dich hätte ich den ganzen Tag bestimmen lassen müssen, was wir gucken. Das wäre es gewesen. Dann wäre zwar ein Sabrina-Video nach dem anderen gekommen, aber wäre halt so gewesen. Wir haben ja auch zu Natururins-Geburtstag mal einen Natururin-Stream genommen. Kira, frag mich, muss auch sein. Wo jedes zweite Video Natururin war. Habe ich auch schon mal gemacht, so ein Special. Aber Kira, frag mich, muss auch sein. Der ist cool. Der hat bestimmt dir auch verraten, dass man gegen Palkia Drachen nimmt. Nö. Da sagt mir mal Pugebettler, weil da gucke ich rein, das ist ja simulierte Kämpfer, da siehst du, okay, so viele Tote hast du, so lange brauchst du, da kannst du auch umstellen mit Zweckswetter, kannst Level 50er mit reinnehmen, an allem Möglichen, weißt du. Dann kannst du genau gucken, okay, das brauchst du an Voraussetzungen, um das halt zu schaffen. Voll kompliziert. Da ist mir aber Pugebettler halt lieber als sonst irgendwelche andere Infografik, weil ich das dann individuell anpassen kann. So, du wolltest schon mal zur nächsten Arena, weil auf dem zweiten Code keine Anfrage ist. Foxy, ich weiß nicht, ob es nächste Woche Raids gibt, weil nächste Woche ist ja wie gesagt der C-Day, Samstag und Sonntag. Im Normalfall wird es da ja eh keine Raids geben, auch nicht auf YouTube, aber weil ich den C-Day ja eigentlich gar nicht brauche, hätte ich nichts dagegen, entweder gar nichts zu machen oder Raids anzubieten. mit Olive hintendran, genau. Theoretisch sind es ja nur die X-Day. So, dadurch, dass er ja eh zwei Tage ist, kann ich auch zu Hause mit genügend Rauch auch so genug fangen. Also, ich gucke mich auch nicht so unbedingt. Aber, ja gut, die da sind, die haben ja was davon. Die, die nicht da sind, die haben ja Pech. wenn du wollen, zu Raid mit uns, dann add, bitte, den zweiten Code. Jetzt. Ich krieg's halt nicht hin. drei Anfragen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Du hast, du, du, lehn mal bitte den Julian bei dir ab. Ist der auch bei dir, ja. Und den da drüber gleich mit den Jörg Heineberg. Den Jörg Heineberg, Julian und Skate, 3-Fall, hab ich nämlich schon mal. Aber soll doch nicht einfach ablehnen. Ich lösche die halt dann raus, weil das, da können die ja jetzt nix dazu, dass die nicht lesen, was da steht. Die müssen ja erstmal Endung gucken. Also hab ich nur Futurama, Drecki, kein Problem. Und den Ritzix. Den Rutzix. Dann haben wir schon mal gleich viele. Ich kann ja mal mein Ding hier in die Kamera halten. Deinen poste ich in den Chat und meinen zeige ich hier. Dann enden die Leute wieder beide. Ja, halt mal dein Ding rein. Can I have Palkyai? Julian, der ist ja richtig gut drauf heute. Julian? No. Heineberg. Scheng Long. Durch eure Einladung mit Hannes aufgestiegen. Glückwunsch! Hannes hat einen Hunderter bekommen. Glückwunsch! Ich hatte heute früh keinen Durchfall. Glückwunsch! Ja, das muss gefeiert werden. Gibt's denn noch eine Streaming-Plattform? Außer Twitch und jetzt sagt ihr gleich wieder Omeckle oder was? Was ich immer noch nicht weiß, kenne ich nur als Kräuter-Budder, aber mehr nicht. Das ist Gormäckle. War das die Butter oder die Streaming-Plattform? Die Butter. Hä? Jetzt muss ich gucken. Dafür habe ich ja hier meinen Gorgel. Denk dran, du darfst hier im Stream noch nicht mal deinen Bauchnabel zeigen. Ne? Wie schreibt man Gormäckle? So wie du sprichst, mit Doppel-E. Oder? Mit einem E. Und Gour wie Gourmet, ja? Ja. Okay. Das ist auch da nur noch Seikin Mäckle. Da bin im Bild. Das ist aber trotzdem komisch, weil das ist doch von Mäckle. Ja, aber heißt Gourmetle. Ich bin ein Gourmetle. Und jetzt gebe ich nur mal Omeckle ein. Sprich mit Fremden. Wann kommt Sprich mit Toten, ja? Shedroulette, Tiny Shed. Ah, das ist mir schon wieder keine Ahnung. Da zeigen die Leute auch immer ihren Bauchnabel, habe ich gehört. Bei Omeckle. Jetzt kann es bei mir weitergehen. Ich habe jetzt noch Wanderer und Shandy dabei. Ich habe Sex. Guck. Dann let's go. Dann habe ich Fuchurama-Drecki, kein Problem. Den 56 Rezix, den Kinghammer und den Specki Gonzales. Gibt da auch eine griechischen Kriegkäse, der auf Deutsch grillen heißt, läuft. Ich muss aber sagen, du hast bestimmt gestern wieder Smackdown geguckt, ja? Ich hab Smackdown und danach Raw geguckt, weil ich Mittwoch nicht geguckt hab. Ich hab, ich versteh nicht, was das jetzt mit Roman Reigns auf sich hatte und zu bedeuten hatte. Ich mein, ich hab, der findet es kacke, dass John Cena einfach den Vertrag unterschreibt, der findet es kacke, gegen John Cena zu kämpfen, der sagt, eigentlich ist der Vertrag mit dem anderen, der andere muss das Mage kriegen, das ist eine Farce. Er hört, dass der Finn Bella jetzt antritt, gegen Corbin sagt, das ist interessant, da muss ich hin, das muss ich mir angucken. Und du denkst, okay. Dann sagt der Finn Bella, ey, ich hier, hab mir das verdient, ich will. Ich dachte, Roman Reigns sagt, das sehe ich genauso wie du. Stellen wir uns jetzt hier hin, fertig, hier, aber nee, Roman Reigns, nee, mein Name nicht in den Mund. Boom. Dann ist irgendwann aus und du denkst, was wollte er denn jetzt überhaupt? Eigentlich haben die doch die gleiche Sichtweise gehabt, dass John Cena sich da reingeschmuggelt hat und dass die zwei eigentlich gegeneinander antreten müssen. Und dann kommt nur, erwähnt mein Name nicht, fertig. Ich denke einfach mal, Roman Reigns wollte einfach ein Statement setzen und Finn Bella einfach so richtig abfährt. Aber dadurch, dass er ja gesehen hat, dass er doch was drauf hat, hat er einfach Schiss bekommen. Weißt er? Kennt man ja, so gegen Cena will er nicht kämpfen, weil er weiß, okay, Cena könnte ihn definitiv platt machen, ob er es machen wird oder nicht. Und dadurch sein Hype endlich vorbei ist, was mich schon freuen würde, steht halt dann in den Sternen. Alter, keine Julian. Julian, du bist raus. Du wurdest gerade eingeladen und hast deine Einladung verpasst. Du bist raus. So. Wie der Julian sich bei beiden ansteht und dann einfach mal nicht reingeht. Ey, du bist raus. Und du sagst noch, du willst nicht nerven, aber gehst nicht rein. Taubsee, der Taubsee. Komm. Was hast du denn jetzt gedacht? Wirklich Lego? Ja? Welcher legendäre Raid-Boss kommt nach Palkia? Weiß man nicht. Ach so, doch. Weiß man ja doch. Haben sie die ganze Zeit drüber gehabt. Ich wusste nicht, was er mit Lego meint. Na, diese kleinen Bausteine da. Wo man immer drauf tritt. Ach so. Hast du jetzt noch ein paar für die Arena oder nicht? Aber weißt du jetzt, warum Julian die Einladung verpasst hat? Weil er einen halben Roman geschrieben hat. Weil er... Deswegen kriegt er es nicht mit. Weil er... Heu verbringt Tomis Mutter Flyouts Julians Küche für Heu mit Pesto genannt. Deswegen. Das ist auf jeden Fall mal eine Erklärung, die hat es in sich. Eigel, denke ich da nur. Ja. Julian, alles gut. Ich werde dem Bjarne Bescheid sagen, dass du nach ihm gesucht hast. Ist der Bjarne da? Nein, Bjarne ist nicht da und jetzt geh weiter. Wir wollen Leute, wie dich hier nicht haben. Ist der Bjarne da? Gib ihm dieses Eichhörnchen. Hä? Das ist ein Nilpferd. Ich habe drei Leute. Das heißt, wir gehen. Ja, gut. Wir gehen ja immer. Dann gehen wir halt. Jetzt habe ich vier. Dann gehen wir trotzdem. Julian darf kein Alkohol trinken. Hä? Seit wann ist Pesto denn Alkohol? Ich dachte, das ist so... Matsch für die Nudeln. Witz. Markador. Zu deinem infantieren Park. Dann gehen wir halt zum Park. Das ist dein heiß geliebter Park. Ich will ja nicht, dass es hier ausartet. Also gehen wir lieber zum Park. Dann halte ich kurz nochmal das so rein. Ich habe schon Matzo fix, Gurkenkönig Andrejka, Samara und Tiso Taiva. Wieso läuft das denn jetzt so gut bei dir? Manu, wieso bleibt immerzu das Kabel hier hängen an diesem... So. Haben wir noch Freunde da? Vier haben wir da. Ja, wir haben noch welche. Taub sie. Kriegen wir noch welche. Guck mal, Julian hat sich schon wieder bei mir angestellt. Den ich abgelehnt habe, weil du ihn ja eingeladen hast. Aber er hat es ja eh verpasst. Da kann er ja jetzt mitmachen. Richtig. Wenn man mal guckt bei den Zuschauern, ne? Markus 24, 47, ne? Und dann genau danach, Markus ist da, 2. Och geil. Was bringen eigentlich Premium-Raid-Pässe? Foxy, du musst dir vorstellen, es gab früher keine Fan-Raid-Pässe. Es gab nur die Möglichkeit, mit diesen grünen Pässen zu raiden. Die waren keine freien Pässe, die musste man kaufen. Und die konnte man nur an der Arena verwenden. Denn den täglichen Pass, den freien Pass, hast du ja einmalig bekommen und konntest jeden Tag einen Raid machen. Wer mehr als einen Raid machen wollte, musste einen Premium-Pass kaufen. Aus dem Shop. Die waren dann grün. Für die man, wie beim täglichen Pass, eben an der Arena stehen muss. Und irgendwann haben sie dann halt die Fan-Raid-Pässe eingeführt und seitdem nutzen die Leute eigentlich nur noch die Fan-Raid-Pässe. Nicht nur, wenn sie eingeladen werden. Selbst wenn sie eine Arena in der eigenen Stadt haben und die ist 10 Meter entfernt, dann gehen die lieber mit einem Fan-Raid-Pass von zu Hause aus rein, weil sie es in der Umgebung sehen, anstatt diese 5 Meter hinzulaufen. Wenn du aber hinläufst, könntest du den grünen nehmen. Und wenn die grünen im Paket sind, wo du 20 Stück kriegst für 1480 mit Glückseiern, mit Rauch, mit Sternstücken, ist das eigentlich ein relativ gutes Angebot und dann sind die auch relativ günstig und dann sparst du gegenüber den Fan-Raid-Pasen und allem anderen. Und da kann man ruhig mal zuschlagen. Jojo, deine Banane ist gekommen. Die Bro-Banane. Oh mein Gott. Na, was hast du jetzt? Ich habe jetzt also Taubsee-Trainer, Holmes-Taiwa, Julian, Julian, mal gucken, ob du jetzt reinkommst. Julian, ich sage es nochmal. Um Baumonal habe ich jetzt hier. Julian, du bist jetzt dran. Julian, ja, wir laden dich jetzt ein. Julian, zu dem Palker-Raid. Julian. Ich sage es nochmal. Julian. Warum löscht du das? Jetzt sehe ich gar nicht, was er geschrieben hat. Er hat sich doch so gefreut danach. Das war nichts Deutsches. Das war nur Englisch. Wir sind Deutsche. So, hier. Julian. Guck mal, es ist immerhin, es ist Twitch. Wer da die Einladung verpasst, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Weil da kann er gleichzeitig Twitchen und Pokemonsen, also das ist ja, das beißt sich ja nicht. Freunde, er hat es einfach gleich nochmal hinterher geschrieben. So, jetzt kannst du schnell lesen. Hast du gelesen? Hast du gelesen? Vor allem Destroy mit I. Destroy. Das heißt nicht Destroy. Mit E ist ja Destroy. Also, das ist so. Ich weiß nicht, was er da. Das ist bestimmt ein Liedtext wieder von seiner Lieblingsband. Ich glaube, Togi Hotel machen ja auch jetzt international englische Texte. Julian, du weißt, was du da redest, ja? Ja, dann freut es mich ja für dich, dass du da weißt, was du redest. Heute, Anne Frank und Adams Äpfel. Genau, der wollte doch gar nicht nerven. Und jetzt auf einmal, daran habe ich gar nicht gedacht. Julian schafft es halt überall. Also, egal, was er halt macht. Nee, ist einfach so. Er ist einfach the Nerf King. Nerf, war das nicht die Firma, wo Hong Werbung für gemacht hat, mit diesen Schießgewehren, die da so Schaumstoffpfeile verschießen, wo die sich gegenseitig so mit Schaumstoffpfeilen abschießen können? Ja, aber Wasser auch noch. Gute Wasserpistolen. Ja, gute Wasserpistolen. Mit Wasser haben sie angefangen. Dann sind sie umgeschossen auf Schaumstoff. Weil Schaumstoff tut nicht so sehr weh wie Wasser. Weil gibst du Wasser richtig Druck, kann richtig wehtun. Ja, manche tun da ja auch Säure rein und schießen dann da rum so. Und alle so. Und dann alle. Aber wie kann die Säure denn die Menschen verätzen, aber hält in diesem kleinen Plastikgewehr und ätzt das nicht? Das verstehe ich nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Nee, ganz einfach. Weil die Säure greift das Plastik nicht an. Es kommt immer darauf an, was reagiert auf was. Wenn die Säure nicht auf Plastik reagiert, sondern nur auf Haut und mit Wasser und allem drum und dran, was ja in der Haut mit drin steckt, ätzt das halt und reagiert. Also wenn ich jetzt ein Mensch aus Plastik wäre, dann wäre das okay. Das heißt, wenn ich die Säure auf die Luca-Pizza sprühe, passiert nichts. Verstehst du? Du sollst sie nur nicht danach essen. Weil ja bei der Luca-Pizza damals die Produktion eingestellt wurde, weil da irgendwie eine Maschine kaputt ging und Plastikteile in der Pizza waren und deswegen mussten die die wieder zurückrufen. Die ist also sicher. Die könnt ihr in Ruhe essen, ohne dass da die Säure die Pizza angreift. Und da habt ihr dann auch Plastik aufgenommen. Alter. Taubsee ist doch richtig eklig, ne? Ich habe jetzt wieder hier Leute am Start. Wieso ist der denn eklig? Ich habe Kingy, 0 Mark 6, der Wanderer und Skyfall. Dann habe ich Kinghammer, Drex, Specki, Iverscharf und Futschurama, Drex. Geht ihm das Wasser aus, pinkelt er einfach rein. Das ist eklig. Taubsee, nein. Ja gut, er tut sich ja nicht selbst mit seiner Nerf abschießen, oder? Trotzdem, nein. Wie viel Pingel steckt in so einer kleinen Taube drin? Ich weiß es nicht. Ein paar Tropfen. Nee. Gibt es auch Leute, die das toll finden? Hm? Erst Schaumstoff und dann haben sie auch Wasserpistolen gebaut. Wer weiß, was als nächstes kommt, ne? Da muss ich aufpassen, wenn die schon so scharf aufrüsten, von Schaumstoff auf Wasser. Metallteile. Böse Ruhe, ja. Ja, Benni, aber guck, selbst wenn das dann nicht mehr Schaden zufügt, ich muss ja trotzdem Mittwoch in der Raid-Stunde jetzt immer hier sitzen und muss dann immer das annehmen und wir sehen dann, wie wir es zu fünft einfach immer nicht schaffen, weil wir dann alle schwach sind. Die Raid-Mania ist ja jetzt ein festes Format, was sich eingebrannt hat. Toys R Us. Toys R Us heißt jetzt, wo ist Biala? Wenn man ihn braucht. Smith, genau. Smiths ist das jetzt hier. Da waren wir doch in Aschaffenburg und haben den Smiths-Laden gesehen und ich wusste nicht, was das ist und dann hat er mir auch erklärt, dass das Toys R Us vorher war. Smiths-Ramses-Biala. Ramses und Biala im Spielzeugladen. Smiths Toys. Superstore. Schaffenburg. Ja, haben wir alles da. Alles, was das Herz begehrt. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Da ist wieder die Fahrstuhlmusik. Ich hab's gewusst. Dann sind wir da rein und da gab's übelst tolle Sachen hier, so von Pokémon und irgendwelche Puppen und irgendwelche Cans und dann gab's hier in der Sportabteilung einiges. Da gab's eine Wrestling-Abteilung. Da gab's alles ist verwaschen und verschwommen. Guck mal, da steht schon Super Mario, hier ist ein Garados, da ist der Undertaker und Seth Rollins. Pokémon und Wrestling noch nie so nah beisammen gewesen wie jetzt hier in dieser Folge. Und am Ende hab ich mir dann auch noch was mitgenommen, ja. Das war ja ganz toll, dass ich mir am Ende dann einfach eine Kackwurst gekauft hab. Also wer's nicht kennt, könnt ihr mal reinschauen. Ramses und Biala im Spielzeugladen, ne. Kann ich euch hier mal reinposten. Das ist schon wieder neues Audio-Gerät erkannt. Stechnicke. Ich red doch die ganze Zeit darüber, als ob's das nicht kennt. Hier, tu mal das mal rein. Weißt du, was bei Twitch richtig genial wäre, äh, wäre, wenn du im Chat, wenn du nen Link postest, eine Vorschau siehst von dem Link. Das sieht ansehnlicher aus. Das wär doch toll. Aber sowas gibt's halt nicht. Du wolltest jetzt zu Lafou Ente de Paraiso? Ja, ich wollte jetzt mal eine Leute löschen, damit wir die wieder etnen können. Deswegen dauert's ja auch immer. Deswegen krieg ich auch keine rein, weil ich immer die, äh, drin hab noch. Ja, so. Oh, wir haben schon zwei Stunden geschafft. Wir müssen noch zwei Stunden machen. Hab schon dem Muttertier Bescheid gesagt. 15 Uhr. Mhm. Gibt's bei YouTube auch nicht. Bisschen Zeitung bis dahin. Ja, nee, das, ja, eben, das gibt's bei YouTube nicht. Das wäre aber was, wo Twitch jetzt hätte trumpfen können. Dadurch, dass die ja sowieso schon so bunt und vielfältig sind in ihrem Chat. Lafou Ente, ja? War das? Jo. Ja, Paraiso. Jo, so viele. Oh, ich hab genau fünf. Pascal, Pepo, Aigwit, nee, Aigiv, Dionio und der Holmes. Ich hätte... Nein, das geht nicht. Da hab ich nur einen Träger. Weil der Pepo und der Dionino haben beide wieder geeditet. Da lass mir den... Das geht nicht. Obwohl, den Dionino hab ich ja die ganze Zeit eigentlich schon. Ja. Dann geb ich dir den Pepo. Ich nehm Pepo und den Andrejka. So, den... Dionino lehne ich aber gleich ab. Dann kann er nicht mehr beide. So, dann hab ich noch Samara. Dann nehm ich noch Jenny dazu. Also, hab ich jetzt vier. Ja, ich hab auch vier. Naja, gut. Äh... Und Julian, denk dran. Du wolltest nicht nerven. Halte dich bitte an deinen eigenen Satz. Alex. When you add, then you can rate. Only add one account, then you can rate. Mmh, 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 mmh Na, wer wird als erstes den fünften haben? Ich guck und schon hab ich welche. Also hab ich Pascal, I give Dionyo the Homes und I was scharf. So. Fertig. Videlde, all after the invitation, genau. Videlde. Du solltest mal ruhig in seiner Nachricht lesen, ich krieg's Lachen. Auf Deutsch heißt es. Ja. Ja, das wollte ich nicht, wieso hilfst du mir nicht, es rückgängig zu machen? Die einfache Wahrheit ist doch, du liebst mich nicht mehr. Also zerstöre ich vielleicht auch dich, mich, unsere Innung, einfach alles. So, und jetzt frag ich nochmal, du weißt, was du da schreibst, ja? Oder ausdrücken möchtest, oder was jetzt bei dir abgeht? Vielleicht ist das ja mal wieder irgendein Lied von seiner Materia oder wie er da hieß. Also wo du ständig das Lied vorspielen solltest. Dann merkt er ja jetzt mal, was da für inhaltsloser Müll dabei ist. Ja, ich hab noch Tiso mitgenommen als Fünftisch. Okay. Okay, so. Dann geht's jetzt ab. Okay, es ist aus einer Serie. Und Julian, wenn dir langweilig ist, dann öpel auf uns zu nerven, ne? Weil das wolltest du ja nicht, ne? Denk immer dran. Und du weißt, was das für Konsequenzen immer für dich hat. Und das ist egal, ob du auf YouTube bist oder hier auf Twitch. Es wird überall Folgen für dich haben, wenn du anfängst zu nerven. Oh, dein Spiel ist aus. Rückschnell aufs Spiel. Ramses, was würdest du eher? Mich zum Mod machen oder dein stärkstes Pokémon löschen? Ich glaube, ich würde dich eher von Twitch bannen. Damit ich nicht... Genau. Damit ich da nicht immer so komisches Zeug hier hab. Sagen wir es mal aber so, leicht gesagt. Wenn ich mein stärkstes Pokémon lösche, da habe ich alleine einen Schaden. Wenn ich dich zum Mod mache, dann haben wir alle einen Schaden. Also da ist wohl das Pokémon löschen das kleinere Übel. Also das würde man eher machen, meine Meinung nach, als das andere. Weil ich will ja nicht, dass du anderen die Suppe versalzt, ja? Da opfer ich mich lieber auf, wenn wir die anderen ihre Ruhe haben. Ich habe uns erst mal 10 Minuten Ruhe gegönnt. Voll gemein, was du da immer machst, der Arme. Bei dem anderen sind es wenigstens immer nur 5. Hier kann man zack, einfach mal einen ganzen Sack voll draufhauen. Eigentlich wollte ich mir nur die Uhr anzeigen lassen, weißt du? Deswegen habe ich auf die Uhr geklickt, weißt du? Und dann stand einfach da, hat Julian für 600 Sekunden in den Timeout versetzt. Also ich wollte eigentlich nur die Uhr angucken. Kennt ihr auch diese extra Funktion, du klickst auf eine Uhr? Dabei wollt ihr die Uhr nur angucken und dann ist einfach mal jemand für 10 Minuten ein Ruhrmodus. Wir gehen dann zum Graffiti, habe ich gehört. Mhm. Und angeblich habe ich auch schon 5 Leute, nämlich diesen Alex, Drarik, Taiwa, Toru, Speggi. So, Graffiti hast du gesagt? Den Alex hast du ja wahrscheinlich auch, weil er gesagt hat, dass der beide hat. Ich habe Alex und der Wanderer, mehr nicht. Tiso, wenn du aus der Arena geflogen bist, war das schon im Kampf, dass sein Pass da drin ist? Dann müsste der Thomas dich nochmal neu dazu einladen. Dann müsstest du ihn nochmal fix adden. Obwohl er jetzt ja wahrscheinlich schon zur nächsten ist auch. Wenn es natürlich beim Start war, dann ist egal. Dann war das so. Samara und Andrejka, auch aus der Arena geflogen. Pepo, auch rausgeflogen. Pepo hat es auch rausgekickt. Wann hat es euch rausgeflogen? Beim Start oder im Kampf? Wahrscheinlich beim Start, oder? Und der Holmes, der hat es alle rausgekickt. Auch bei dir. Nach dem Start. Okay. Jo, und finden wir die jetzt wieder zusammen? Also müssen wir jetzt alle nochmal neu adden. Also Pepo add again please. Also müssen alle wieder zurück. So, welche Arena war das? Dann scrollen wir runter. Und es war, was nicht, Lafwende de Paraiso? Jo. Also müssen alle jetzt nochmal fix neu adden. Ich habe schon mal Tiso, Taiva und Andrejka. Jenny habe ich auch. Pepo add please. Ähm, wen hatte ich noch? Der Holmes sagt, sie haben den Pass aber behalten. Also wenn da eh steht, kurz vor dem Kampf, nach dem Go. Also Go und dann raus. Dann hat ja der Kampf trotzdem noch nicht angefangen. Das ist, entweder wirst du gekickt, wenn dort steht Go, bumm, dass du rausfliegst. Oder du kämpfst und kämpfst und kämpfst und fliegst dann raus. Die zwei Sachen gibt es nur. Obwohl man eigentlich mit dem Kampf nicht rausfliegt, natürlich, dass die App sich dann mal schließt oder irgendwas ist. Also ich denke mal, sie sind zwar alle rausgeflogen. Das sind doch aber eigentlich nur fast alles von dir welche. Fünf sehe ich von dir. Obwohl Holmes wäre bei mir. Da blicke ich eh nicht durch. Die Frage ist nur. Die, die übrig sind, kämpfen die und schaffen es dann nicht. Und müssen deswegen nochmal. Ich würde dir fest sagen, es sind alle rausgeflogen. Pepo, you must add again. Only the second account. Tick Magdeburg. Ah, aber Taubsi, findest du das nicht ein bisschen frech? Oder war das in Absprache? Ich weiß auf jeden Fall, dass die Ticks nicht so gern sehen, wenn irgendwelche Nachmacher kommen. Oder wenn jemand sich einfach das Tick mit reinknallt in den Namen, obwohl der gar nicht zu den Ticks gehört. Sonst könnte ich mich auch einfach Tick X Ramses der Dicke nennen und sag, ha 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 ha. Aber selbst das wollten die nicht. Habe ich schon mich belesen. Also wenn alle beim Go rausgeflogen sind, ist es ja nicht schlimm. Das Problem ist, wenn wirklich nicht alle rausgeflogen sind, sondern vier drin geblieben sind und die es dann nicht schaffen und sagen, äh, wir haben es nicht geschafft. Plötzlich waren wir nur noch zu viert. Dann müssen wir es ja eh nochmal machen. Aber wer war noch dabei? Pascal, King Hammer, der Holmes. Ähm, hier theoretisch brauchen ja alle nur mal gucken, ob ihr eigenes Pokémon angegriffen wurde, wenn sie theoretisch alle vorher schon wieder belebt hatten und keinen Toten oder Angegriffenen hatten. Dann war doch Iverscharf auch eben dabei, oder nicht? Und King Hammer und Pascal, genau, und der Holmes. Und wenn die alle jetzt schon wieder geeditet haben, dann sind ja bestimmt auch alle rausgeflogen. Also ist der Pass ja eh nicht weg. Da könnte man auch alle einfach hier dann mit an der Arena nehmen, oder nicht? Also, was war denn das jetzt, wo du jetzt dran bist? Graffiti? Graffiti, ja. Okay. Dann keine Ahnung, was gerade das Problem war, aber es scheinen wirklich alle komplett rausgeflogen zu sein und keiner drin, weil alle direkt schon wieder geeditet haben. Glaub ich nicht, dass da also noch jemand kämpft. Keine Toten oder Abonnierten. So, 2, 4, 5, den Alex hast du ja auch in deiner Liste, oder hast du schon abgelehnt? Na, den hab ich unten drin stehen, den wollte ich jetzt eigentlich einladen. Äh, ne, 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 ja, dann nimm du den, dann hab ich erstmal, äh, Mazofix, Simeonea, Andrejka, Kiso Taiva und der Wanderer. Dann nehm ich die erstmal, die 5 erstmal. Also nehm ich auch meine 5, die ich normalerweise hätte und die Zurückkehrer, die kommen danach dran, damit die sich noch ein bisschen beruhigen können. Also Alex, Drarek, Taiva, Toru, Specki. Die Gamma hat den Raid gemacht. Wie du hast ihn gemacht? Ja, du hast gekämpft, aktiv. Und bist dann raus, weil sich nichts getan hat, oder was. Und du gemerkt hast, dass keine Leute drin sind. Na, lass erstmal hier rein, solange. Bevor die Antwort kommt. Ja, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt Leute aber hier reinpackst, die bei dem anderen ja eigentlich das haben müssen, dann fehlen die ja dann dort. Ja, aber die, die ich ja jetzt rein genommen hab, die sind ja da rausgeflogen. Deswegen. Also, dann kann ich erstmal hier, dass die alle Leute erstmal von meiner Liste da weg sind. Weil, so wie wir Kinghammer kennen, der hat durchgezogen. Vor allem, wenn du ihn gemacht hast, das klingt so wie, ich hab den Raid gemacht, fertig. Also hast du den geschafft? Ja. Ja, wir reden hier von Kinghammer. Der kommt mit seinem Hammer an, knallt da ordentlich drauf und dann ist der weg. Aber wenn er der einzige war, der nicht rausgeflogen ist, dann kann er den gar nicht gemacht haben. Oder macht der hier wirklich Solo-Raids, ja? Bisschen mehr Info, bitte. Andrejka sagt, trage ihn Chantil. Das ist aber länger her. Dadurch, dass du ja, Andrejka, dadurch, dass du keine Interaktion direkt hattest an der Arena, weil du ja nicht im Raid richtig drin warst, wird dir die Arena dann auch nicht angezeigt. Bibi! 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 Und Tina? Bibi und Tina? Ich seh nix! Bibi und Tina? Hallo, Frau Mexiko. Also, schau, hier, unsere Mexikaner Freunde. Also, hier sind zwölf drin, das ist sehr schön, dann können wir wieder raus. Genau. Jetzt blick ich hier nicht durch. Ah, hier ist Wasser. Das Wasser. Ih, Wasser, geh weg! Du hast auch Wasser in deinem Trog. Nein, manchmal kriege ich Milch. Ja, aber... Meistens kommt die Milch, so wie sie reingeht, bei dir gleich wieder raus. Und deswegen kann ich dir ja immer keine Milch geben. Du arme kleine Wurst. Du musst laktosefreie Milch nehmen. Ich nehm Katzenmilch. Willst du mir sagen, die gibt's mit Laktose und ohne? Nö, die ist ja laktosefrei. Ja, weil der ist so gierig, dass er hingeht und... Und dann dreht er sich um und... Mann, war das viel auf einmal jetzt. Wie ich, wenn ich alkoholfreies Bier sixpack trinke und dann muss ich mich übergeben. Und dann sagen alle, ah, Alkoholvergiftung. Und dann denke ich, hä, das ist alkoholfrei. Ja, Laktose, genau. King Hammer, ich lade auch noch ein paar ein. Wie kannst du denn... Hä? Du weißt schon, dass wenn du aber eingeladen wirst, du niemanden mehr einladen kannst. Ja. Und dann bist du zur Arena gespooft. Ach, Mann, das ist mir alles zu viel, Adi. Können wir nicht einfach jetzt uns ins Bett legen und schlafen? Rujan, ich sag's dir jetzt mal so. Es wird für dich keinen nächsten Timeout geben. Der nächste Timeout ist ein Bann. Dann haben wir das hier auf Twitch für dich auch geklärt. Und das schneller als auf YouTube. Also, such dir bitte aus, ob du nochmal so nett fragen willst oder ob du jetzt normal schreiben willst. So, Peppo ist auf jeden Fall wieder da. Ich glaube, das sind genau diese fünf, die ich hatte. Alva Scharf, Holmes, King Hammer, Pascal, Peppo. Ja, ich hab jetzt Samara, Jenny und jetzt auch den Peppo. Aber der einzige, der gesagt hat, dass er aktiv gekämpft hat, war King Hammer. King Hammer, soll man für dich jetzt nochmal an die letzte Arena zurück und die suchen oder sagst du, ach, egal, der eine Euro, nö, ess ich halt einen Burger bei mir nur nützt weniger. Die andere Frage ist, hat King Hammer den Raid geschafft oder nicht? Kann er ja eigentlich nicht, aber das muss er noch beantworten. Ja, King Hammer, hast du den Raid geschafft, ja oder nein? Ja, ich hab's dir gesagt, wenn du nicht zuhören willst. Jetzt kann er erst, jetzt kann er erst mal eine Anfrage stellen zum Entsperren. Foxy, 80.000 Staub für nicht eingetragener Legendäre, nur wenn ihr schon Hyperfreunde seid. Das staffelt sich. Wenn ihr beste Freunde seid, 40.000 bei Hyperfreunde, 80.000 bei Superfreunde, also Stufe 2, sind es 800.000 und wenn ihr ganz frisch befreundet seid, kostet das sogar eine Million Staub. King Hammer, hast du irgendein Raid jetzt in den letzten 20 Minuten nicht geschafft, ja oder nein? Wenn du jetzt schon fragst, welche Arena? Ich glaube, wir laden einfach neu ein für die nächste und dann fasst du es. Ja. Also ich hab jetzt Samara, nehm dann Jenny und Alejandro mit. Ne, bei dem Pepo, den schenke ich dir einfach. Also ich bin noch bei drei. Alvashar, Holmes, King Hammer, Pascal Pepo. Bei mir wäre hier eine von Alejandro, aber den hast du ja auch, hast du gerade gesagt, oder? Ja, also hab ich drei Leute. Und du vier. Ne, fünf. Fünf. Ja. Dann tun sie mal zwei noch auf den Thomas drauflegen, ne? Los, zwei noch auf den zweiten. Wer hat noch nicht, wenn wir nochmal, wer war der da noch nicht? Alejandro, Alejandro. Wo ist denn der Hannes hin, wenn man ihn braucht, ne? Hannes hat ja vorhin schon vor langer Zeit geschrieben, dass er geht. Ey, fühlt ihr auch diese Ruhe ohne Julián? So, jetzt hab ich noch Skyfall. Und Tienchen. Also Apfeln. Let's go. Findet ihr das entspannt jetzt ohne Julián? Ja oder nein? Du darfst reingehen. Ich frag kurz mal den Hannes hier, ob der den Raid geschafft hat oder ob der auch rausgeflogen ist. Weil der ist ja stark. Und wenn der Kinghammer und der Hannes drin waren und haben gekämpft und noch vielleicht zwei andere, vielleicht haben die das dann trotzdem so gepackt. Wenn er sagt, nö, er ist auch, er ist auch rausgeflogen. Und hat wahrscheinlich also gar keiner gekämpft und gar nichts. Und bei Kinghammer weiß ich jetzt nicht was wie wo, aber das ist jetzt so undurchsichtig. Und die Kommunikation ist das gerade nicht. Deswegen machen wir halt jetzt hier einfach so. Ich lade ein. Okay, wie schön. Ja, ich hab sogar eine Idee, was die erste Umfrage wird, wenn dein YouTube-Kanal wieder frei wird. Twitch oder YouTube? Nee. Julián oder kein Julián? Richtig. Dann sieht er selber mal, wie unbeliebt er ist. Foxy, wenn das eh so ein guter Freund von dir ist, gefühlt, dann level doch einfach ein bisschen. Das rennt doch nicht weg. Guck mal, ihr braucht 30 Tage, um Hyperfreunde zu werden. Das ist nix. Und nach 30 Tagen könnt ihr für 80.000 tauschen. Das hast du bestimmt und deinen Freund auch. Ich verstehe die Leute eh nicht, die sagen, ey, hier, wer bist denn du? Komm, lass uns mal ein legendäres tauschen. Okay, gute Idee, Fremder. Eine Million. Okay, ich hab eine Million und eins. Das passt, da hab ich noch eins übrig. Und Specki mobbt mich. Außerdem kommt das Rayquaza eh wieder in die Rates. Aber wenn du nicht so lange warten willst, dann level halt 30 Tage und mach dann. Specki, Specki, was fällt dir ein, mich zu mobben? Also ich hab schon mehr Rates gemacht als du mit deinen 12 und habe immer noch keinen Shiny. Na, das ist voll Mobbing, was du hier betreibst an mir. Foxy, dann such dir doch jemanden anderen. Rayquaza hat fast jeder, sag mal mal. Und die Leute spielen alle aktiv. Kannst du ja vielleicht gerne auch in der Fangruppe mal fragen, ob da jemand mit dir eins tauschen würde, der mit dir erstmal 30 Tage aktiv leveln könnte. Das würde ja vielleicht auch funktionieren. Oder wenn der eh keinen Bock mehr hat zu zocken oder gar nicht mehr spielt, dann soll er dir halt seinen Account einfach schenken und dann levelst du halt gegenseitig mit dir an seinem Account. Jeden Tag öffnest du einmal das Geschenk oder so und tauschst dir es dann rüber. Übrigens. Ohne Handy. Ohne irgendwas. Alejandro war nicht im Raid drin, ne? Ja, der kommt bei mir jetzt dran, dass sie das wenigstens. Aber King Hammer war drin, ja? So, du wolltest jetzt zu Captain Hook gehen. Aber dann haben wir noch ein paar Sekunden, dass wir noch Anfragen kriegen. Ach, wer denkt denn da an dich, hä? Das kann ich dir nicht sagen. Die Justizvollzugsbehörde. Captain Hook. Mit denen habe ich nichts an den Hut. Geh mal hier hin. Was wollen die auch von mir, weißt du? Adi. Adi, komm wir sitzen den Hut auf. Jetzt ist der Hut runtergefallen. Adi, du musst den Hut auch in Würde tragen. Guck. Proxy, du brauchst theoretisch jetzt einfach auch nur warten, weil das wird halt definitiv auch wiederkommen. Und dann kannst du es nicht nur in Grün bekommen, dann kannst du es auch in Shiny bekommen. Also warte zur Not einfach mal ab. Ja, die kann sich nicht mehr bewegen, weil der Deckel auf dem Kopf hatte. Das ist ja gemein. Traubsi, was soll ich denn jetzt im Discord gucken? Thomas, nicht alles zu denken, einfach machen. Das ist genau mein Fehler. Ja, ich bin ja drin, aber ich weiß jetzt ja nicht, was er meint, direkt. Da muss überall gucken. Discord ist groß. Ah, 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 Julian hat im Discord geschrieben, ich habe nur nach Mord gefragt, Ramses nicht mehr und deswegen banst du mich von Twitch. Alter, der Julian, der rafft es echt nicht, ne? Wieso kriege ich denn jetzt wieder die Schuld? Ja, ich raff's nicht, ne? Ich habe gesagt, wenn er nochmal fragt, er hat ja dann das dritte Mal gefragt, ne? Und er fällt einfach nur immer negativ auf, indem er nervt und sagt noch, er will nicht nerven, ne? Und jetzt fängt der andere auf Discord, Alter. Ja, dann klärt er das, schreibt das mal hin. Ramses hat damit nichts zu tun. Ich habe mit dir eine Konversation geführt und du hast es wiederholt ignoriert, was ich gesagt habe. Und deswegen habe ich dich dann raus, zack, weil du nicht auf mich gehört hast. Mit freundlichen Grüßen, dein Pringelsmann, zack. Und dann weiß er Bescheid. Dafür wird er jetzt zum Raid gleich eingeladen. Nice. So, jetzt kann ich die ja auch mal wieder hier hinpacken. Ist ja so schlimm, dass man das drüben nicht mehr sieht. Also, habe ich denn noch mehr bekommen? Nur, ich bin immer noch genau bei meinen fünf. Wie sieht es bei dir jetzt aus? Taubsi hat ihm auch geschrieben jetzt, ich wollte nur Mod und ihr habt mich nicht geantwortet. Also. Alter, klar haben wir geantwortet. Der rafft es noch nicht zu. Also, ich hätte Jennifer, Pepo, Tiso, Taiva, Andrejka, Serkan und Voyager. Pepo? Ja, der war ja bei dir in der letzten Runde. Der könnte schon fertig sein. Deswegen lade ich ihn einfach mal ein. Dann nehme ich Alejandro, der ja nicht reinkam. Ich nehme den frisch gebannten Julian, Toru, Tiva, Futurama, Tregi. Die King Hammer ist auch schon wieder fertig. Ja, guck mal es uns mal an. Und die Bro-Banane ist wieder da. Was geht ab, Bro? Alles Banane bei dir, du Pflaume. Was mache ich jetzt mit meinen ganzen Glücksfreunden? Äh, Shinies tauschen auf dem Shiny 100er. Von was? Von dem Teil? Von dem, was du willst. Dann wird, na, ha, 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 ist das genial. Jetzt wollte ich sagen, da mache ich lieber dann aber Shiny Dialga. Denn das fand ich als Shiny mit Glückshintergrund, sah richtig cool aus. Aber, ich habe kein Shiny Dialga. Ich habe gar keine Dialga-Rates gemacht mit meinen Accounts. Und ich bin fast nur mit meinen Accounts lucky. Der Huion, der nimmt sich jetzt echt was raus. Jetzt sagt er noch, ach sei leise zu Taubsi, Alter. Alter, was nimmt der sich raus? Der hat echt null Respekt. Ja, und jetzt bannt ihr den gleich bei Discord auch noch. Und als Dank meldet er dann alle meine Videos. Weil er mir die ganze Schuld in die Schuhe schiebt. Dann bin ich der Blöde. Wieso? Du schmeißt ihn hier raus. Taubsi schmeißt ihn aus Discord. Und dafür sperrt er meinen Kanal, wo ich gar nichts gemacht habe. Ey, wir sagen doch die ganze Zeit, dass du es nicht warst, weißt du? Er rafft es einfach nur nicht. Er rafft es nicht. Vielleicht kommt er dann auch auf Telegram, weißt du? Wo er dann vom Drama Night Game bann wird. Das wäre mega. Weißt du, du kannst für gar nichts. Er wird überall gebann. Weißt du, aber du bist da wieder dran. Schön, dass bei dir alle drin sind. Und bei mir natürlich nur drei. Dieser komische Andrei... 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 Andri... Andrei... Andrejko ist gut. Alejandro. Genau so rum. Er ist natürlich nicht am Start. Toro Taiva Futurama Das heißt, hat es bei dir verkackt, hat es bei mir verkackt, also wenn der nochmal edit, dann weiß ich nicht Und Julian, Julian hat auch nicht mitgemacht, der wurde doch eingeladen Guck doch mal, ich lade den sogar zu einem Raid ein, obwohl ich jetzt so ein böser Mensch bin Er schreibt die ganze Zeit auf Discord So, ich hab ihn hier eingeladen da hat er die ganze Zeit hier auf Twitch geschrieben Er rafft es nicht, weißt du Jetzt schreibt er die ganze Zeit auf Discord und rafft es nicht Auch wenn ich ihm da geschrieben hab, er wird gleich eingeladen Das ist einfach so ein richtiger Stressfaktor den er verbreitet Was anderes ist es nicht Aber wir wollten ja jetzt die Arena wechseln Monumento Ebro Irgendwas anderes Ja Hab schon wieder drei Mioify Ich tu mal wieder den Beutel Und er schreibt Jetzt schreibt er Und ich habe keinen Fernrad Pass Alter Sehr schön Thomas, wer ist Lennart? Na, Lennart ist doch der mit dem Toggerkiss als Profilbild oder nicht? Lennart ist Lennart Aber wie kommst du jetzt auf Lennart? Weil da gerade Lennart stand Guck Nein, ich meine Jojo Lennart Na, weil da Lennart stand Und deswegen braucht er dich Also ich habe keine Anfrage Deswegen Wer hat noch nicht Wenn wir nochmal Wer steht nicht beim ersten an Wer geht zum zweiten? Vor allem dem Mio Wifi Weißt du, den hatte ich auch am Anfang Jetzt ist er so bei dir Ach, der hat eine Krone deswegen Ja, das ist Wenn du dein Twitch-Account mit Amazon Prime verknüpft hast Dann kannst du automatisch halt als Icon dir direkt noch eine Krone verpassen Deswegen, wenn ich da draufgehe Steht ja auch da Prime Gaming Dass ich weiß, was da los ist Bei mir ist das Und da steht dann Broadcaster Ich bin der Broadkasten Und hier Moderator Deswegen haben die so ein Schwert Genau, ein Schwert als Moderator Hier XOA9 hat ja auch Krone Und Prime Gaming Und mehr sieht man nicht Schade So, also ich hätte jetzt 0,6, Mazofix, Völler, 3Ds und Urinalbecken So Dann habe ich Kinghammer, Mio Wifi, Leonard Iverscharf und Drachek Soll ich dir was sagen? Nee Äh Der Julian übertreibt's Er ist definitiv gleich weg auf Discord Weil er jetzt dreimal alleine hintereinander schreiben musste Virus mit Pesto Er Was hatte er zum Frühstück? Wie viel Zucker war drin? Was gab's zum Mittag? Wie viel Zuckerschub gab's da nochmal hinterher? So extrem überladen ist Ähm Pizza Dieses Sagt mir grad nix War eigentlich auf deine Frage bezogen Kennst du Dilexa Dialexa Wie auch immer Also sagt mir grad nix Sagt mir immer noch nix Er hat ein Clown gefrühstückt Das ist Amazon Prime Mit Twitch Twitch Prime Hast du schon mitgekriegt Dass die ganzen Abos jetzt ein Euro günstiger sind Und du jetzt anstatt 3,99 nur noch 2,99 zahlst Wenn du jemandem ein Abo geben willst und so Ne Das haben sie extra gemacht Weil sie die Abopreise mit den anderen Ländern Etwas anpassen wollen Ne Also weißt Bescheid Wenn du demnächst Abos verschenken willst Ja Weißt du schon mal was das kostet Boah ich klicke mich hier grad durch irgendein Tutorial Lobby voll Da stand doch einfach nur jetzt neu Und dann drücke ich da durch Und jetzt gibt es mir ein Tutorial Obwohl ich gar keine Zeit habe Mir das Tutorial durchzulesen Okay Uh Der Fulgen hört immer noch zu Wo ist denn hier was Mit Was Wenn einer gebannt war Ach hier Anfragen zur Aufhebung einer Sperre Vor 15 Minuten Richtig Eine Anfrage Neu ist sie zuerst Darf ich bitte Mod ich mach alles Zack wurde gesperrt Ich habe nur noch Mod gefragt Ablehnen Sperre aufheben Ja wenn ich die jetzt aufhebe Dann sperre ich den ja wieder Das bringt ja jetzt grad nix Weil er es eh nicht lassen kann Das ist es ja Jetzt hab ich mein Chatfenster kaputt gemacht Adi was machst du denn Jetzt mach noch nicht mein Mikro auch noch stumm Dann zeig mir nicht immer dein Po Tu den da runter So Hier Wie sieht das denn jetzt aus Äh Und werf doch nicht den Bildschirm um So wie krieg ich das jetzt wieder hier weg Hol Jan Auch wenn du jetzt auf Discord schreibst Der Hanses liest es nicht nebenbei Die einzigen die das lesen Bin ich Bin Sind Taubsee und Paula Ne Und mit deinem Geschreibe Nervst du noch mehr Dass du Immer nur weiter Dazu vor Überall gesperrt wirst Also mach weiter so Und du bist überall weg Thomas Hilf mir doch Was denn Wie krieg ich denn mein Chat jetzt wieder hierher Mach ich das jetzt ganz zu oder was Äh Oben hast du die drei Punkte Alter Was ist denn mit dir Ali Wie hast du Sag doch mal den Chat Wie du vorhin hattest Ja warte Rechts sehe ich gerade Chat von dir Jetzt hat er hier das ganze Zeug eingegeben Oah Wo war ich denn vorhin Was ist denn Mann Nein Komm dann geh mal raus Wenn du nicht möchtest Dann gehst du halt raus Ali Ich kann das auch nicht jetzt ändern So Na Du An die Küche So lange verwüsten Oder irgendwas Keine Ahnung Normalerweise Habe ich doch diesen Dings Irgendwo im Startmenü Hauptmenü gehabt Und konnte dann einfach als Popup Den ausblenden Aber weil ich da in dem anderen Ding Rumpelt habe Habe ich es ja jetzt irgendwie Sonst wo hingegangen Dann machst du einfach Dasselbe nochmal Dass du den Popup hast Ich finde aber immer nicht Das Feld Wo ich dann immer hin Will Oder muss Deswegen drücke ich jetzt einfach Überall Mein Kanal Genau So Mein Kanal Nö Streamchat Willkommen im Chat Einklappen Nö 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 So was hängt jetzt hier dran Rams ist der dicke melden Genau Teilen Nö So Jetzt hat der Juli Jetzt schon mal 10 Minuten Mute Auf Discord Also Er schafft Created Dashboard Stream Manager Da kommen wir schon Ein bisschen dahin Weil ich den ja jetzt hier habe Und von hier den immer Auspop Und dann rüber ziehen kann Oh mein Gott Schau doch mal Wie kompliziert Das ist Oh Mein Gott Das ist viel zu umfangreich Für so eine kleine Wurst So Willkommen im Chat Okay So Huhu So Damit Damit soweit durch sind Gehen wir erstmal In die nächste Arena Würde ich sagen Mal Ähm Ja Cinemat Ich habe drei Anfragen Was sagst du jetzt? Ja Ich habe Jenny Ich habe Andréka Und ich habe Tiso Was hältst du denn davon? Ich habe Hannes Hannes Der ist selbst wenn er nicht da ist Ist da Ne den habe ich nicht Den habe ich ja gerade gelöscht Weil ich Rulian habe Ich denke der hat keinen Pass mehr Der hat keinen Pass mehr Ne Da lege ich nicht Ne Hat er geschrieben Er hat keinen Pass mehr Toru Koseki Tai war Also hätte ich nur zwei Aber wenn er das jetzt macht Um mich zu ärgern Oder sonst was Dann Ne Dann muss ich ihn halt Auch bannen Für diesen Account gerade Dann ist das halt jetzt so Er ist ja eben schon nicht reingekommen Dann schreibt er dort Er hat keinen Pass Und jetzt stellt er sich aber wieder an Kann er sein Er hat jetzt wieder einen Pass gekauft Dann kann er ja das irgendwann schreiben Und dann wissen wir es Dann freut sich aber Sein Code Damit ich ihn wieder freigeben kann Oh mein Gott Ich hoffe ich Ich hoffe ich nicht überhaupt weiß Dass man ihn auch bannen kann Vom Kanal Selbst wenn er nichts schreibt So Zwei Zwei Wenn alle jetzt reinschreiben Wer wer ist Dann können wir rausfinden Wer er nicht ist Was haben wir jetzt Cinematografo Cinemat Jetzt brennt wieder alles Ich weiß nicht was jetzt In seinem Problem war Der sitzt hier Der drückt gegen den Bildschirm Das der halb umwirft Und du hast den Bildschirm zurück Und dann plötzlich stürzt er sich Auf deine Hand Und beißt sich wieder fest Wie so eine kleine Ratte Jetzt habe ich ihn halt In den Flur gesetzt Jetzt ist er wieder traurig Ach so Die Pizza möchte gern wissen Ob du Bäume magst Ach das ist bestimmt Das ist der Ruhl Jetzt hat er sich verraten Genau durch diese Aussage Weil er hat schon dreimal gefragt Bäume sind cool Die spenden Schatten Die sehen natürlich aus Also Bäume sind richtig toll Kannst du dich dagegen Kannst du dich dran setzen Dagegen lehnen Schön im Sommer Was wäre ein Sommer ohne Bäume Winter sehen die Bäume immer doof aus Ich habe noch ein Plätzle frei Das heißt ich werde nochmal Den Trainercode herlegen Bitte nicht Spann Lennart Ich habe fünf vor Ich bin Jiminy Mirko Okay Er hat ja schon Angst Um wann gehabt Deswegen schnell schreiben Jeder schreibt jetzt schnell rein Wer ist im Spiel Damit er keine Angst haben muss Dass er gebangt wird Da explodiert gleich was Adi der neue Twitchstar Die anderen armen Menschen Bäume Ein ganzes Auto voller Clowns Ich meine ihr habt ihn ja Ihr habt ihn ja genügend gewarnt Da Der hat ja das Und außer wenn ihr sagt Er ist immer noch da Da wird er ja das neue auch Alles immer hören und machen Ich bin ein Vogel Er merkt es halt einfach selber nicht Und das ist glaube ich mal so das Problem Jetzt habe ich fünf Jetzt habe ich Toru Taiwa Iva Kinga Drache Und sogar noch eins mehr Let's go Warum schreibt ihr jetzt alle eure Ingame Namen da rein Was macht ihr da schon Damit sie keine Angst haben müssen Dass sie gebangt werden Ach und wenn einer schreibt Ich heiß Karl Friedrich der Fünfte Dann wissen wir Ah das ist fake Den bann mal Und dann plötzlich haben wir eine Anfrage Trotzdem in den Raids Dass der eigentlich nur mitmachen wollte Ich bin Hans Otto Georg Drei Kandidaten die man sowieso kennt Weil jetzt Ach hier ist das andere Handy Muss nochmal Kontakt zum Muttertier aufnehmen Ja der Lennart ist mit dem Hannes aufgestiegen Durch den Raid Das Hat natürlich Nachteile Das könnte mir auch jederzeit passieren Wird ich da einfach immer mit Raiden unangekündigt Weil was sollen die Leute dann machen Oh der Rams ist in der Lobby Wir steigen auf Ich geh lieber raus Und mach doch nicht den Raid Aber die haben sich angestellt Und wollen den machen Dann wär's ja doof Wenn ihr Ich hab eh schon ne Ahnung Wer Der Hannes jetzt hier schon wieder ist Von daher Wie wer der Hannes ist Passt doch Wer der Julian ist Dann ist Julian also Hannes gut Ja Lobby ist voll Ey das passt doch aber Das heißt Hannes und ich Wir haben beide heute unser Hunderter bekommen Sehr schön 27 Sekunden Wir kommen im Club Da geht's ab Hier geh ich raus Das lege ich weg So Nix gemacht Hast du ein Discord oder WhatsApp Gruppe? WhatsApp ja Da sind meistens aber nur die Leute von Hildburghausen drin Es gibt aber Leute die sind schlau Link zum Discord hab ich dir hier reingeschickt Es gibt Leute die sind so schlau Wie der Henry Nicky Der hat nämlich letztens einfach gefragt Ob er in meine WhatsApp Gruppe mit kann Meine Legit Gruppe hier vor Ort Und jetzt jedes Mal wenn ich meinen täglichen Pass Hier weg mach Bei uns im Ort An der Arena Sagt er ich mach mit Und wird eingeladen So kann er jeden Tag gemütlich den einen Raid mit mir machen Während alle anderen in den Raid Gruppen sich die Köpfe einschlagen Da sie den letzten Platz kriegen In irgendeiner Liste Deswegen hab ich das ja in unsere Chillige Talk Gruppe reingepostet Wo so die wichtigsten Krassesten Aktivsten Leute sind Deswegen ist die Schenaya auch mit rüber gekommen Und der Schäffer hat das gesehen Der Aluhut Jojo war auch schon länger da Seitdem Hannes hier war mit Ist wohl zusammen Hab ich den Hannes auch da rein Weil wir dann auch hier Raids gemacht haben Immer vor Ort Der Thomas braucht sowas zum Beispiel nicht Der hat seine eigene Gruppe Ja Aber Thomas könnte natürlich auch Wenn er möchte Da aber Man muss ja nicht in 50 Gruppen sein Gefühl Irgendwann nervt es auch Weil da auch natürlich viel gespamt wird Ich bin in zu vielen schon drin So Toll Sarabaldo Habe ich gehört Ja geht ja nichts anderes mehr auch Müssen wir hier die alten verrosteten Raids nehmen Die gleich vorbei sind Ich tu mal den Code wieder hin Jo Ich hab mir jetzt nicht mehr in der Zwischenablage Was war jetzt Muss man mal hochscrollen Mal gucken Ah da Haben wir den Text gefunden Wollen wir Text kopieren Und gib ihn Wenn Ramses mit Raids beschäftigt ist Wie können wir dann in WhatsApp texten Ich mach ja selbst den Raid nicht Und du weißt Dass das immer ein bisschen verzögert kommt Kann sein Dass die Nachricht in dem Moment geschrieben wurde Und ankam Als ich hier gerade gesessen habe Und hab gerade direkt Leute eingeladen Aber das ist ja nur so 10 Sekunden Unterschied Zwischen Einladen Und dann kurz die Nachricht schreiben Und dann wieder an dem Handy hängen So Julien wurde jetzt Mit seiner Raid Anfrage Entfernt Vor allem Discord Er hat ja eh keinen Kernpass mehr Für die Leute Die Discord nicht mögen Biete ich euch aber Die Fangruppe an Auf Telegram Da könnt ihr euch austauschen Mit anderen Leuten Coole Gespräche führen Oder gucken Wie Aras und Maru Versuchen die Weltherrschaft An sich zu reisen Und Wer Raids außerhalb von Streams sucht Und keine anderen komischen Apps Nutzen möchte Wie Pogo Raid Oder Raid Party Oder Pogo Genie Der kann auch mal in die Telegram Raid Gruppe reingucken Mit Listen wird gearbeitet Da sieht das dann auch so aus Ich seh's kommen Gleich ist noch ruhig an den Telegram Für 5 Minuten Der Adi hat schon wieder Mein Dokument Bearbeitet Sehe ich hier Jetzt wollte ich die Nachricht Von vorhin nehmen Und kopieren Ist sie nicht mehr da Sind nur noch einzelne Striche da Weil irgendwie Das auf der Nachricht war Und er dann hier drüber gelaufen ist Und sie jetzt lauter Striche gemacht hat Und die Nachricht dadurch gelöscht war Aber man hat ja diese Taste Wo man einfach auf rückgängig Gehen kann Und schon ist die Nachricht Wieder da Guck ich post's auch nochmal Ne Ich so krass bin Und es hängt wieder unten drunter 4 2 Nix Shiny Bene Und Toru Koseki Das reicht nett Es ist eh nur noch eine Stunde Also eine Stunde lang Würde das noch gehen Mal gucken Also ich hab Ich hab nur ein Urinal Als Einfrage Thomas hat ein Ich hab zwei Also Das kann ja was werden Wenn das noch eine Woche So laufen würde Es ist halt Twitch Twitch ist halt klein Es ist eine kleine App Die aus dem Nichts Empor gestampft wurde Die Leute müssen erst den Weg zu uns finden Pizza ich denk mal du hast nur drei Kanäle Weil die anderen Kanäle gesperrt sind Und zu sind Und man ja beim Eintritt die Regeln sich durchliest Und dann bestätigt Und sein Team wählt Richtig Und dann hat man Zugang zu allem Dafür steht ja auch ein Text da Beim Eintreten Ich weiß nicht Wieso die Leute immer irgendwo reingehen Und sehen Ah da steht was Schnell weg Anstatt einfach zu lesen Was da steht Denn dann Würde alles funktionieren Ich weiß Wenn ihr euch bei Ikea Einen Schrank holt Und sagt Ich gucke mir nicht die Gebrauchsanweisung an Und die Montageanleitung eher Ich baue den einfach selbst zusammen Und der steht dann halt da Als Schrank Aber es sieht anders aus Als er eigentlich aussehen sollte Dann ist es ja euer Ding Hauptsache ihr könnt was drauflegen Oder reingräumen Aber bei sowas Sollte man schon mal Die Texte beachten Die da stehen Dann wird aus einem Schrank Ein Bett Ich könnte noch einen Scaraborn gebrauchen Aber allein schaffe ich es nicht Ja Gibt es bestimmt auch in der Raid Gruppe Scaraborn Raids Wo Leute danach Nach und zu Postet da auch mal jemanden Scaraborn Unter Umständen Ich kann ja nicht sagen Wo Leute danach fragen Das wäre ja Quatsch Normalerweise wollten wir auch Scaraborn Raids für Zuschauer machen Halt Nicht an den Wochenenden Aber vielleicht an einem Donnerstag Oder so immer mal Aha Donnerstag Aha Da müssen wir mal schauen Wie das jetzt ist Nächste Woche Ich tue das halt trotzdem Ein bisschen abwürgen Also Foxy Solange wie YouTube Noch gesperrt ist Dann behalte halt das Twitch Kurz im Auge Kann sein Dass vielleicht Dienstag Ich mal eine Runde Scaraborn Raids mache Statt die Raid Stunde Ach Statt die Statt die Spotlight Stunde Und am Donnerstag Vielleicht auch nochmal Weil viele die sagen Ich habe das Shiny Aber ich will die XL Bonbons Ich kann die sonst nicht fangen Jetzt kann ich die fangen Das hat eine Mega Entwicklung Ich will die XL Bonbons Also jetzt habe ich noch Max und Andrejka Bin ich schon bei 4 Machst du jetzt auch mit Nein Ich bin bei 6 Ich habe jetzt Shiny Bene Toroko Seeki Kinghammer Diver Eiferscharf Nehme ich die jetzt auch an Weil dann habe ich ja meine 5 schon zusammen Drachek wäre dann übrig Julian ist in Telegram Gleich das Handy nehmen Gucken was da abgeht Er hat schon mal Hi geschrieben Warte ich warte Ich warte auf seine zweite Antwort Ja aber vor allem Der schreibt in die Raid Gruppe So Und weg ist er aus Raid Gruppe Ja das ist ja Theoretisch gehst du rein Gehst du rein Siehst eine angepinnte Nachricht Wo der Link drin ist Zum Fanschat Ja eben Alter das ist einfach sinnlos Leute es gibt nicht viele Regeln Aber in der Raid Gruppe Das ist keine Chat Gruppe Da werden Raids gepostet Wie hat er denn den Link Zur Raid Gruppe gefunden In der Beschreibung In der Beschreibung Steht die Fangruppe drin Und die Raid Gruppe Ja Wenn ich also auf die Raid Gruppe drücken kann Kann ich auch auf die Fangruppe drücken Dann steht in der Raid Gruppe Trotzdem Die Fangruppe verlinkt Hier Das ist nur für Raids Für alles andere Die Fangruppe Kannst du drauf drücken Kommst da rein Oh Pupsi ist da Also irgendwie ist das Weiß ich nicht Sieht halt wirklich einfach aus Wie beabsichtigt Einfach nur Unruhe stiften So Florian Du hast jetzt eine Freundschaftsanfrage Nimm sie sofort an Dann kommst du sofort rein Und für den nächsten Raid Wirst du dann Den zweiten Account Immer wieder hätten So oft du willst So oft du mitmachen willst Also nimm jetzt an Weil dann wirst du gleich Sofort eingeladen Weiß Bescheid Hallo Pupsi Hallo Pupsi Ist jetzt den Florian Gemaßregel Ich hab ihm mal geändert Dass er schnell annimmt So schnell annehmen Florian Los geht's Du nimmst an Und wir laden ein Jetzt sofort Aber er möchte überspringen Das klingt so wie Er will jetzt nicht drankommen Du sollst ihn auslassen So let's go Rein da Ja Überspringen oder sowas Gibt's hier halt leider nicht Weil wir Hier gibt's ja auch keine Spenden Hier gibt's ja auch keine Mitglieder Außer der Florian sagt Ich hab grad bei Payboy 100 Euro dagelassen Deswegen möchte ich überspringen Aber überspringen ist Eigentlich Quatsch Weil es sind ja gar keine Leute In der Warteschlange Also muss man auch nicht Donaten um zu überspringen Weil es ist nicht viel los Weil es halt Twitch ist Und Da bin ich halt ganz frisch Drauf kurz Zum Übergang Und da sind halt nicht So viele Leute da Im Mega Rain Ist grad Mega Ampharos Wenn du deine Anflage Vom gelben Traum hast Brauchst du nicht So ich schreib's einfach Fertig Ampharos Hab ich zumindest gesehen Mit meinen Augen drinnen Jep Amphi ist drin Amphi Ein Bodengang Für Pupsi Jetzt muss ich gucken Ich muss mich bewegen Für was denn War eigentlich der Bodengang Nicht immer der Weg zur Post Extrem ist fertig Könntest du das dann Heute Nachmittag abholen Extrem ist fertig Nachmittag Vorbeischicken Ja bestimmt Was macht Pupsi da Und was ist extrem Die Frage ist Reicht es denn aber nicht Dann Nächstes Wochenende Weil Ob's nun dort liegt Oder hier liegt Ist ja eigentlich auch egal Oder Muss ich halt Wenn ich mit der Mama Dann reinfahre Müssen wir halt Hintenrum fahren Und dann müssen wir halt Extra ins Abgelegene Stadtviertel Zur Extrem fahren Und dann Da das Paket holen Mit der Ware Und dann Die Ware Hierher bringen Und hier verstauen Bis Pupsi dann Am Freitag Die Ware Nutzt Ja aber Ich weiß ja nicht mehr Für was ich das nutzen soll Aber wäre schön Wenn du den Rest Privat besprichst Und hier nicht dann Öffentlich Deswegen werde ich Jetzt dazu nichts mehr sagen Ich sehe nur nicht Wo ich das jetzt Nutzen kann Für was Genau Also ich habe bisher Wieder eine Anfrage Ja ich auch Immer noch Nämlich von Drachek Das heißt Wir gehen wieder Zunächst Arriba Wir laufen Und laufen Und laufen Und fahren In unser Wohnmobil Oh ne Für Ende vielleicht nicht Obwohl doch Für Ende Können wir gehen Weil Wir brauchen ja Anfragen Wir fahren zur Für Ende In unserem Wohnmobil Ihr seht ja Hintergrund Wann ist Wohnmobil Wir fahren zur Ende Zur Ende Ende Aber Jenny Ich hatte recht gehabt Julian geht auf Telegram Und ist keine 5 Minuten drin Und zack Ist er wieder weg Ich hatte recht Hat er es denn jetzt mal In den Fanchat geschafft Ich denke er ist hier Und hört alles Da haben wir doch ihm Tipps gegeben Wie er in den Fanchat kommt Im Fanchat hat er es nicht geschafft Erde an Julian Wenn du uns hörst Der Link Der Link zum Fanchat Ist in jeder Beschreibung Unter den YouTube Videos Und ist sogar In der Rate Gruppe Drinnen Verlinkt Ja Aber pass auf Fängst du da auch an zu nerven Bist du da auch schnell raus Du kannst da drinnen sein Du kannst normal schreiben Aber fängst du an zu nerven Bist du da auch raus Er hat auch schon jemand Geschafft Wegen reiner Dummheit Daraus zu fliegen Und das ist kein Witz Was Ich war gerade abwesend Ich habe gerade was gelesen Es hat jemand im Fanchat geschafft Wegen reiner Dummheit Aus dem Fanchat Operiert zu werden Operiert Man musste Man musste ihn Vor den anderen Leuten Schützen Weil er es sich so daneben benommen hat Und so einen Scheiß von sich gegeben hat Dass er da richtig gehatet Und angegriffen wurde Er konnte es aber auch nicht lassen Solche Sachen zu schreiben Dass er halt gehen musste Also wirklich dann wegen reiner Dummheit gekickt Und Jojo Ich werde nicht sagen Wie es ist Also ich habe schon mal Eurotika Unterwanderer Und Jenny Also schon mal drei Ist der nächste Der mich dann privat Immer anschreibt Und fragt Können wir vielleicht Freunde werden Bei Pokémon Und dann schicken sie mir ihren Code Und wenn du den Leuten erklärst Ja aber ich hätte eigentlich keine Leute Weil ich Ist voll Aber wenn ich abends aussortiere Und dann eine Anfrage von dir hätte Und du mit deinen Namen sagst Kann ich ja gucken Dass ich dich vielleicht mit annehme Wenn du schon so nett fragst Wo finde ich denn den Code In der Beschreibung Ich finde keine Beschreibung Unter jedem Video Guckst du da rein Finde ich nicht Könntest du mich ändern Da geht es die ganze Zeit Hin und her Das habe ich jetzt tagelang Mit einem gehabt Jetzt hat er es doch endlich Plötzlich doch geschafft Die Beschreibung zu finden Jetzt kommt der nächste Die gleiche Art und Weise Ich will den Leuten nichts Böses Der Nicke by the way Möchte wissen Wie viel Pykeer XL du schon hast Im Chainshit Guck mal Der Heisel ist am Start Ich habe nur Eurotika Heise Drache Also habe ich nichts Eurotika habe ich auch Und Andrejka Also ich hätte 5 Mit Eurotika Mal gucken Wer kriegt die nächste Anfrage Der kriegt Eurotika Wenn du jetzt voll kriegst Dann kann ich ja Eurotika rausnehmen Wenn ich auch eine Anfrage kriege Circa 100 Aber jetzt gemütlich die freien Pässe täglich machen Und die 2 Raidmenias mitnehmen Dann ist es am Ende automatisch auf 50 Aber man muss nicht mehr Ja egal Das Ding muss auf 50 Naja wird es ja sowieso 7 7 Jetzt sieht es gut aus Also Drache Die Eurotika soll ich weglassen Beziehungsweise nehme ich halt an Und wenn ich sie wieder lösch Den Heisel nehme ich rein Völler Tradase Trades Tiver Den hatte ich auch vorhin die ganze Zeit gehabt Aber jetzt nicht mehr Den Völler hatte ich auch vorhin die ganze Zeit Aber jetzt nicht mehr Einfach hier so fremd Dankeschön Für nichts Eddie Wenn du willst Raid Dann musst du Add So Ich sehe Du add So Du Must Only Wait So jetzt geht es weiter Komm Der Heisel ist wieder da Guck Mach das L weg Heisel Ähm Jo Ich dachte ich gehe zu Ramses Weil der nur 2 hatte Irgendwie ist der Thomas ja eh immer schneller voll als ich Hab ich das Gefühl Ich bin immer voll so richtig Nö Genau das heißt nämlich Heisel Ja Nicht Heisel Das ist nicht mal ein L Hm Darf ich dich adden Heisel Heisel Na gut Heise Iri Darf ich dich adden Du bist so heiß Du kleine Iri du Hä Iri Ist du Irmgard oder was Die heise Irmgard Wer kennt sie nicht Heise Iri Darf ich dich adden Was geht ab Iri Pass auf Ja Hast du denn deinen Pass wenigstens eingeworfen Ah ja Ah Aber hinten ist ja ein L Das heißt hinten Ist es Das ist ja dann weder Heisel Noch Heise Iri Sondern das ist ja dann Heise Iri Kennt der Heise Iri Ganz neu Ja die Lobby ist voll Das ist sehr schön Pizza Warum tust du das Dir an Ne Warum Warum schreibst du mit dir selber Ne Man hat natürlich auch die Möglichkeit In Telegram Wenn man privat belästigt wird Von irgendjemandem Den auch einfach dann Zu blocken Dass derjenige dich Nicht mehr belästigt Wenn du dich belästigt fühlst Save die first Ne Serviere die Wurst Und dann weißt du Bescheid Was heißt First und Wurst Genau So die tue ich jetzt raus Oh mein Gott Schilling hat schon wieder Neues Video rausgebracht Läuft bei ihm Ich höre auf Keine PvP Videos mehr Was macht ihr denn dann Überhaupt noch Noch mehr Zeit für den Main Account Main Kanal So du wolltest wechseln Hast du gesagt Es ist ja klar Es ist ja klar Dass er auf dem Hauptkanal Nicht jeden Tag ein Video bringen konnte Wenn er fünfmal am Tag Bei dem anderen Kanal PvP Videos bringen musste Aber jetzt Auf woher hinter Könnte doch alles da reinstecken Das bringt ihm doch dann auch mehr Aufrufe Und mehr Cash in the cash Als wenn das große leidet Und das kleine versucht zu wachsen Der gelbe Traum Und 38 Solo Hätte ich Ja Die hab ich auch Alle beide Don't Smap Don't Spam Genau Don't Smap Wo siehst du es Na Daubsi Du musst ja nochmal Fuente Übersetzen Dann wird es dir Bekannt werden Dass es wahrscheinlich Dann sehr viele sind Ich nehme einfach Urinalbecken Und dann Träger Für die Für die nächste Arena Einfach gleich mit Wird glaube ich Leichter Danke Bro Für die Räse Noch einen schönen Tag Jetzt Kuchen essen Und Kaffee trinken Okay Was ist es denn für Kuchen Gibt es ja so vieles Ich glaube Pizza und Kuchen Ist das Was die meiste Auswahl hat Schön Pizza Kuchen Vor allem Es gibt ja nicht nur Viele Fuenten Es gibt ja auch Viele infantile Gebäude Und infantile Parks Und infantile Bushaltestellen Wahrscheinlich Alles infantil In Zara So Ich habe immer noch Nur zwei Also nur die Brauche ich also Immer noch was Pizza mit Ananas Was ist mit Hoppa Nix Das haben sie aus Spaß Hingemacht Um euch zu verwirren Dass ihr alle denkt Dass die Latina kommt Und dann kam Wieso Hupa Bringt uns doch Die ganzen Rate Burser Stand doch da In der Ankündigung Auch für Die Bonus Nummer 3 Das ist alles Nur dann Hupa Dass wir die zwei Neuen Burser haben Dann hätten sie aber Hupa direkt von Anfang an Dahin packen können Und nicht Wo es dann Im Ende zu ging Und alle denken Danach Gibt es Hupa 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 Aber Mewtwo Also warum Können sie nicht Nach den Drei Bonus Sachen Hupa Dann trinken Ich kenne Du kennst nur Sippen Also ich kenne Sogar Schippen Von Paraschippen Ich kenne Nur die Lean Boys Mit dem Hustensaft Die den Für den Code Inflex Sippen Aber mehr Kenne ich Nicht Wieso Was ist denn Hier Außerdem Wenn ich das Nicht vorles Und vorlesen Soll Aber du Das Vorliest Dann hab ich Es ja nicht Vorgelesen So Jetzt hab ich Drei Can we Start Raid Und Der Streamer soll es nicht sagen Der Unterschied ist doch aber trotzdem Wenn der Thomas jetzt ein Gast ist Und es sagt Dann wurde es doch auch gesagt Interessiert sich doch keiner dafür Ob das der Streamer oder der Gast gesagt hat, oder? Dann wäre es doch so Es wurde gesagt In einem Stream Ja Wer sagt, ist scheißegal Du bist am Arsch Also ich kann nicht richtig in die Scheiße reiten Generation ist nicht verboten Ohne Zusammenhang Grund für Sperre Ach kommt Jungs Ich mach das jetzt mal Extra für euch Ein bisschen hier weiter Abwertend Person Bezeichnen Simba Achso Simba? Wo ist Simba? Gibt es dazu auch noch Timon und Pumper? Ein scheinheiliger Einfallspinsel? Stehe ich nicht Bin ich ein Was bedeutet Ah hier Das müssen wir nämlich Was bedeutet Auf Twitch Hä? Verstehe ich nicht Warum? Wegen was bannen die denn auf Twitch? Einfach die würfeln immer Und sagen Okay Das ist jetzt ein Wort Das Da bannen wir Und das nicht Oder hat das irgendwo auch Sinn Dass man für bestimmte Sachen bannt Ja und was ist jetzt Warum ist das Wort dann so schlimm? Warum wird man von dieses Wort gebannt? Wenn es doch nur Was bezeichnet Ich könnte von mir doch selbst Wenn ich weiß Ich bin so Mich selbst so bezeichnen Dann werde ich dafür gebannt Dass ich selbst erkenne Wer ich bin Und was ich mache Und wie ich drauf bin Ich meine Dass man das als Beleidigung nimmt Jemandem gegenüber Beleidigung Okay Das ist dann wie Wenn man A-Loch schreibt Oder wie Oder Hun Huson Dann ist das Oh das ist eine Beleidigung Fertig Und das ist jetzt auch Genauso eine heftige Beleidigung Jemandem gegenüber Wie alles andere Obwohl das dann Eigentlich keine Beleidigung ist Das ist ja eigentlich nur Eine Rolle Vom Verhalten Wie der sich Verhält So Jetzt haben wir 38 Solo Der gelbe Traum Jojo Daiva Und Der Wanderer Weil es ist ja keine Beleidigung Wenn derjenige das macht Und ich nur sage Ja Du bist ein Dings Weil du das so machst Und der ja ich weiß Dann fühlt er sich doch nicht beleidigt Geh mal Geh mal halt rein Ich schieb dir meine 3 noch dazu Und gut ist Ich krieg keine Anfragen Es will keiner mehr mitmachen Das N-Wort Das N-Wort Das sind ja keine Das sind ja trotzdem Afroamerikaner Und du kannst ja auch sagen Ich finde doch das Wort Sozusagen eine Beleidigung Und um das zu verstehen Und um das zu verstehen muss man nicht länger Auf Twitch sein Dafür muss man glaube ich einfach nur dumm werden Dass man das wirklich versteht Und das versteht heute doch nur noch die jüngere Generation Weil sie damit groß werden Aber so direkt Etwas dafür gibt es ja nicht Oh jetzt habe ich Fülle und Trades noch gekriegt 5 Sekunden zu spät Und Ein Versus 38 Solo Gets an Invitation But Doesn't join the Raid I don't know why The other 4 Were in the Raid But he not Ich lösche immer erst meine Leute Damit die in der Zeit schon wieder etten können Was gar nicht geht Weil die raiden Ich weiß Ja Ich gehe schon mal zur Trades-Moral Ja Na ja Klar Es gibt immer welche Die sich sofort beleidigt fühlen Aber Dann müsste ja Um Gleichheit herrschen zu lassen Noob auch verboten werden Weil das trotzdem ja Eine Form von Erniedrigung sein könnte Wenn man Denjenigen Als Noob Bezeichnet Das ist auch irgendwie Abwertend Du kannst Egal was du sagst Irgendjemand fühlt sich Immer angegriffen Hat immer was zu meckern Man braucht ja jetzt Wirklich nur mal An so vieles zu denken Was auch in letzter Zeit Passiert ist Vor allem wenn sich Dann die Politik noch einmischt Und dann extra Gesetze lässt Wegen irgendwelchen Sinnlosen Banalen Sagt nur weil sich Irgendeine Sau Einfach nur so Auf den Schlips getreten Fühlt Dann fühle ich mich Auf den Schlips getreten Weil ich nicht beachtet werde Weil es mir auf den Sack geht Dass es denen auf den Sack geht Was eigentlich Kindergarten Also egal was man macht Es ist scheißegal Irgendjemand Piss Ja wenn du einen Noob Nicht als Noob Bezeichnest Wenn du zu jemandem sagst Ah Bist du noch ein Anfänger Du bist ja noch nicht so gut Oder Ja komm Das kriegt man schon hin Dann fühlt er sich ja Vielleicht auch nicht beleidigt Sondern Er sieht Ja ich bin Relativ neu da Dabei Und bin ein Anfänger Naja Bist du für Noob Klingt dann schon wieder Und beim Sack Wenn du zu jemandem sagst Dass der ein Einfallspinsel ist Ich glaube nicht Dass der sich so Komplett beleidigt fühlt Sondern denkt Ja genau Wenn ich mir aber mal dran denke Vor 18 Jahren Ging es schon los Mit dem Wort Noob Ne Da wurde es auch einfach Nur scherzhaft gesagt Einfach mal so Wenn er einfach mal Was dummes gemacht hat Im Spiel Weißt du Einfach nur so Für so einen kleinen Fehler Einfach nur scherzhafterweise Und mittlerweile Ist es nur eine scheiß Beleidigung Wo ich mir denke Alter Warum Ne Man muss Wirklich alles Mittlerweile so Ernst nehmen Und so aggressiv Sehen Dann kannst du sagen Was du willst Irgendwie Jemand Fühlt sich halt Immer auf den Schlitz Treten Alter Taubsi Hast du jetzt Nur Emotes Chat Aktiviert Oder was Was geht ab Taubsi Was geht ab Ja Ja Dann kriegst du Ein Schicki Taubsi Hier hast du Schicki Wieso kann ich schreiben Weil mich das nicht betrifft Oder was Richtig Aber alle Zuschauer Können jetzt nur Emotes schicken Okay Das ist mir zu doof Da mach ich nicht mit Aber tobt euch Durchaus Nein Das ist rot Guck mal Der hat noch nicht mal Ein Pipe Ja Cool Nein ich wollte eigentlich sagen Guck mal Haman jetzt ist es weg Hier unten zeigt es doch Ganz klar ein Stolos an Ein Stolos Und wenn ich dann hier drauf gehe Ist natürlich Kein Stolos da Na egal Wir haben Immer noch zwei Nämlich Drachek und Versus Und unsere Kollege Der die ganze Zeit gefragt Und gewartet hat Ist natürlich nicht in den Raid gegangen So Wo willst du jetzt hingehen Weil ich bin ja eigentlich schon gegangen Und du bist wahrscheinlich nicht hinterher gegangen Doch guck Bin auch da An welcher bist du denn Palkia steht da Hatres Mural Waren wir doch Oder ne Na dann Na dann So Thomas Was hast du denn für Leute Was hast du Da wäre jetzt aber wirklich auch mal eine Entschuldigung fällig Dass du mich immer so hinstellst Und dann mir Unrecht tust Passt Passt Ne da passt nix Die hab ich eben auch schon vorgelesen Versus und Drachek Mehr hab ich nicht Dann kann ich dir jetzt den Versus geben Weißt du Weil Dann hab ich ein Urinalbecken Ich hab Dradais Ich hab Völler Ich hab Andréka Und ich hab Jenny Also ich hab fünf Und die behalte ich so lange Bis ich wieder Anfragen kriege Also ihr braucht jetzt nur noch den ersten Raid Und ihr kommt an jeder Arena Beim zweiten Account dran Findet ihr geil Läuft Fußball Bro Woher die Leute alle so Fanrate Pace haben Ich meine es gibt ja trotzdem jede Woche Jetzt wieder einen kostenlosen Fanrate Pass Aus der Box Am Montag Sag wir mal Für einen Cent Ist nicht kostenlos Okay Und eigentlich könnte man sich Jeden zweiten Tag Wieder einen Fanrate Pass kaufen Mit den Ingame Coins Weil wenn man sich in die Arena setzt Gibt man pro Tag 50 Euro Äh 50 Coins Ein Pass kostet 100 Jeden zweiten Tag Könnte man sich wieder einen Pass holen Aber die meisten Die hier so bei uns rumhängen Die haben mal so viel Bock auf das Game Dass die auch gerne mal im Monat da Hunderte Euros aufladen Und dann den ganzen Monat Einfach raiden 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 Und wenn sie keine Pässe mehr haben Kaufen sie neue Und wenn sie keine Coins mehr haben Laden sie wieder auf Ist natürlich ein Unterschied Ob man jetzt Äh 30 ist Und Schwerarbeiter in der Metallfabrik Oder Ob man halt 15 ist Noch zur Schule grad so geht Und Nur auf sein Taschengeld angewiesen ist Sind halt die Unterschiede Und deswegen Die einen halt mehr Die anderen weniger Aber Im Ende soll es halt Spaß machen Wie kriegt man bitte Pokemünzen Genau Entweder halt Wie gesagt Kaufen Oder Aus der Arena Wenn du 8 8,5 Stunden in der Arena sitzt Und dann rausfliegst Dann kriegst du dafür Deine 50 Münzen Als Maximum pro Tag Und wenn du jeden Tag In der Arena sitzt Und wieder rausfliegst Dann nach Dieser Zeit Dann kriegst du jeden Tag Deine 50 Münzen voll So ich guck nochmal Ob noch was hinzugekommen ist Jetzt hab ich genau 5 Drachik Versus Diver Pascal Der gelbe Traum Und dann Let's go Ja Setze ich mich 17 Uhr Immer in eine Arena Und am nächsten Tag Und am nächsten Tag 17 Uhr Setze ich einen anderen Account von mir In die Arena So fliegt er vom Vortag raus Kriegt seine Münzen Der neue sitzt Der seine Münzen kriegt Und da wo der andere gesessen hat Setze ich den rein Also wenn du nur 2 Accounts hättest Du setzt einen roten und einen blauen Und am nächsten Tag Setzt du halt dann Blau und rot Entgegengesetzt Die kriegen sich gegenseitig raus Und sitzen wieder den Tag Braucht man natürlich aber Arenen Braucht man natürlich Äh Ein bisschen was abgelegenes Und man muss auch die Zeit Und Geduld und Lust Und Bock haben Da immer hinzurennen Wenn du nämlich mitten in der Stadt Dich irgendwo setzt Sitzst du wahrscheinlich 5 Minuten Und fliegst direkt wieder raus Oder du sitzt abgelegen Und sitzt halt dann einfach mal 20 Wochen am Stück Und kriegst halt gar nichts Ist halt ein bisschen Problematisch alles so Ist voll Können wir aufmachen Na genau Mehr 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 Ich kenne noch eine 10 Euro im Monat 10 Euro im Monat Vor allem Jojo 10 Euro im Monat Aber macht gefühlt am Tag 200 Raids Wie ihr das schafft Wie ihr das schafft Mit 10 Euro im Monat Das Taschen geht es nicht mit Google Play Sehr gut haben vergleichbar So Jetzt Alter Alter Versus Ich hab den angenommen Rausgeschmissen Den hast du gerade eingeladen Der hat sich schon wieder Bei mir angestellt So Dann nehm ich den einfach Jetzt raus Und nehm dafür Den Wanderer nur mit rein Warum So Du wolltest eh wechseln Wie viel WP hat Skaraborn als Raid Boss Im Raid Im Raid Wenn du dagegen kämpfst Musst du eigentlich nur mal auf einen Skaraboss Raid drauf drücken Dann sieht man das Wo das eigentlich komplett egal ist Die Zahl die da steht Poste de Aragonia Wäre schon gut Wenn man da mindestens so zwei Leute hat Vielleicht haben wir ja gleich einen in der Nähe mit Und können da mal drauf gucken Richtig Also den schaffst du schon recht gut Äh Solo Und Der 100er Wert ist ja dann 17,72 Und 22,15 Mit Wetterboost Ne Bist du jetzt auf Poste de Aragonia Da sind nur noch zwei Drei andere oben drüber auf Aber Wie siehst du das Ist ne halbe Minute später Wo du drauf gehst Und zackst dann die anderen auf Haben wir hier ein Dings Ne haben wir nicht Schade Hm Ja Nicht das beim Fangen Wahrscheinlich das wirklich Wie es jetzt Zu bekämpfendes Pokémon hat Braucht wieder fünf Anfragen Thomas braucht fünf Anfragen Ich würde gerne mal aufs Klo Aber da ist der Adi ja im Flur Dann geh Nun geh Dann kommt er ja wieder hier rein Wir haben doch jetzt Zeit Wir haben doch Zeit Ne Da muss seine Strafe aussitzen Dann machen wir ein bisschen Ali TV Wenn ich aufs Klo gehe Geht er eh mit aufs Klo Dann reibt er sich wieder an einem Und sagt Tut mir leid Ich äh Ich hab das falsch verstanden Oder ich bin in den Spreisel gedreht Das hat weh getan Da wollte ich mich Schnell irgendwo festhalten Und so Und dann sag ich Ja Alles klar Das Ganze deiner Großmutter erzählen Dann sagt er Die kennen dann nicht mehr Und dann war's das Wer ist denn Heisel Zack Oh hier David Jetzt reicht's Aber ich kann gar niemand muten Hier Weil ich hab nur die Antwortmöglichkeit Dann müsste ich ja erst wieder hier den Dann kannst du Klick auf den Namen Ich dachte Ich geh auf Mod-Symbole anzeigen Und dann hab ich das Du sagst Das geht einfach so Du kannst doch einfach auf den Namen Der Person klicken Und dann tut sich ein Fenster auf Und dann kann man Freunden hinzufügen Flüstern 168 Nachrichten Oh das ist aber schön Dass Twitch so eine Funktion hat Dass da Statistiken stehen Vor allem wie oft derjenige schon Timeouts hatte Mod-Status entziehen Na warte Timeout versetzen Sperren Timeout Was stehen da für Timeouts drin? Da hat er das genutzt Entplugged Eiserie Ich verstehe Wieso denn aber 10 Minuten Ich denke Das konnte man einstellen Irgendwo die Zeit Ja In die Mod-Funktion Dann extra Kann man das jetzt auch wieder Also wenn du In dem Extra-Fenster Kannst du es dann aufrufen Ihr habt das halt so Auf 10 Minuten gestellt Und ich dachte Ich kann jetzt da so Einfach für eine Minute Da was geben Kann man das auch wieder Rückgängig machen Kann man das auch rückgängig machen Ja Ich glaube Er kann so einfach absetzen Ich wollte ihm doch jetzt Keine 10 Minuten Timeout geben Das ist ja Quatsch Ich wollte nur einfach mal gucken Wie das hier funktioniert Und jetzt ist der 10 Minuten weg Was ist denn das? Ich hab's aufgehoben Ohne dass es Ohne dass es vorher Irgendwo stand Und dass man das wusste Einfach nur Nachdem du da drauf drückst Stehe die Zeit da Wie lange das ist Ich hab ja die App Weißt du Damit gehe ich auf seinen Namen Hab das dann jetzt Extra großes Fenster Noch daneben Und da steht dann unten halt Aufheben Und alles mögliche Und bei Timeout Hab ich halt 10 Sekunden 1 Minute 10 Minuten 30 Minuten Oder Benutzer definiert Schenaya das 100er Und Hannes Auch Und ich Und Ja Wer will noch Nehmt halt noch ein paar mit Wolltest du nicht aufs stille Örtchen? Ja ich guck mal kurz Ob ich schon Anfragen hab 4 Ich hab keine gekriegt Nigo Dostin Diver Pascal Also Der Thomas braucht 5 Leute Ich hab halt 4 noch von davor Und dir fällt Eine Mir fällt Eine Also passt Geh Lauf Mach ne Runde StuhlTV So was haltet ihr Jetzt von StuhlTV Ist das Was geiles StuhlTV Jojo, wer ist sehr leise? Jenny, bei was hast du geschwitzt? Ach, Hunderter krank. Alter, was geht ab? Siehst mal, hast du es im selben Stream gekriegt wie Ramses, das Hunderter, ne? Also brauchst du jetzt auch nicht mehr reden, außer XE sammeln. Ne, mit uns an die Macht, wir verteilen alles. Wir verteilen Hunderter, wir verteilen Shinies, mit uns kriegt man alles. Ich habe, Jojo, sei mir ehrlich, willst du lieber KloTV haben, der mit dir spricht, aber du es nicht hören willst? Ne, ich glaube, das wäre ein bisschen schlimmer, ne? Oder habt ihr alle Bock? Ein bisschen KloTV? Dann kommt die Spülung, macht... Aber Jenny muss halt so sehen, es hat dir erst angefangen, ja? Nach drei Tagen ist es noch so viel Zeit, bis der weggeht. Dann machst du noch genügend Rates, auch wenn du am Tag nur zwei, drei machst, das reicht. Hast du noch die zwei Raid-Stunden rein, also XL würde ich jetzt nicht so extrem fahren. Also jetzt sofort halt, weil es kommen ja eh genug. Aber wie ich dich kenne, willst du ja eh jetzt noch weiterhin mitmachen, ne? Würde ich nicht. Jeder Sen ist wertvoll. Jenny hat ihr Hunderter, ne? Ja. Du kriegst es zuerst und dann sie hinterher. Naja, das ist so. Jojo ist auch raus, die zehn Euro sind leer für diesen Monat. Ich habe Tobi Mott genommen mit dem Mute. Ja. Lebt er noch? Hast du jetzt voll? Es sind bestimmt wieder welche hier, die bei dir und so. Also ich hätte Nico, Toastiness, Taiva Pascal. Und Eurotika, was war vorhin bei dir war, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe Jenny, der Wanderer, Urinalbecken, Andrejka und der Gelbe Traum. Ja, nehme ich halt Eurotika mit und tue mal so hier rein. Genau. Denn RS Impact habe ich auch bei mir in der Liste, aber den kannst du haben. Ah, stimmt. Den ist gut dann. Ihr habt ja hier... Hä, wieso kann er denn aber nicht mehr mit Wörtern antworten? Ich meine, dieser komische E-Mote-Chat ist doch aus. Da müsst ihr doch trotzdem schreiben können nochmal. Ja. Kann er auch. Jetzt mache ich wieder alles kaputt. Wer sollte... Wer sollte nicht antworten können? Tobi kann doch schreiben, wenn er will. Nein, ich meine mir auf Discord. Eigi! Was? Ach so, die auf Discord. Was ist da? Wie wäre es mit Eurotika, hä? Ist das hier... Glaub sie! Was geht ab mit dir? Das ist doch hier eigentlich nach Alphabet geordnet. Wo ist denn hier der... Der heiße Iri? Sehe ich gar nicht. Heise Irl. Ist raus. Warum? Was habt ihr denn wieder gemacht? Keine Ahnung. Du hast ihm Mord weggenommen, weil du ihn... Ja, ne? Du gemutet hast. Aber ich habe hier den Mute aufgehoben. Also theoretisch könnte er schreiben. Gibt's Watchtime? Was ist das? Einfach den Befehl vom letzten Mal. Brobanane, aktuell gibt's hier noch keinerlei Funktionen. Kannst du mit Ausrufezeichen Watchtime kannst du halt anzeichnen lassen, wie lange du halt hier schon zuschaust im Kanal. Und bevor das kommt, ist Twitch eh wieder weg. Das sag ich euch. So, Lovie ist voll. Ja, dann können wir ja jetzt hier so und da. So, weil ich nehme jetzt einfach den gelben Traum raus. Und Thomas erklärt und erklärt und erklärt und Probanane einfach, ach egal, ich drück's trotzdem mal. Watchtime! Ja, ne? Nichts. So, den RS-Impact nimmst du. Also nehme ich Mio-Wifi. Ne? Und habe dann meine 5 für die nächste Arena. Wir müssen ja jetzt nur warten, bis die hier durch sind. Ja, die lag im Flur auf dem Karton. Da liegt er zwar sonst auch immer, aber diesmal lag er dort, als wäre er auf der Strafbank. Ich hab den jetzt gar nicht gesehen. Ich hab nur was Miohnen hören, als ich vorbei bin. Ging's... Hä? Och, da. Und jetzt liegt er in seinem... In seinem Body und putzt sich. Guckt, damit ihr seht, dass es ihm gut geht. Nicht, dass ihr denkt, hier der ist... Achso, du willst zu Escultura, okay. Da in seinem neuen Kratzbaum, weil der andere ist ja kaputt. Er hat gerade angefangen, sich zu putzen. Jetzt denkt er, er kann nicht putzen, wenn... Oh. Und da wird weiter geschleckert. Wunderbar. Ja. Wir gehen zu... Er ist Escultura, wohl so. Erst Erotica, dann Escultura, also... Ja, ist auch selber. Also... Impact und Drachik. Aber... Braucht noch drei. Deswegen... Wie war denn der Befehl letztens überhaupt hier? Ihr macht das... Das ist voll kompliziert alles hier. Warte mal, ich muss ja einfach nur... Ausrufezeichen machen. Hä? Sind ja Befehle. Ne, geht nicht. Gut. Hm. Schrägstrich. Er ist ja eh... Er ist ja eh gerade nicht hier. Ah, Schrägstrich. Und wenn er nicht hier ist, kann man das nicht, wenn er hier ist. Ja, es wäre ja eigentlich leichter, wenn er da wäre, ne? Moin. Nicht, dass du ihn halt falsch schreibst und dann kriegt's jemand anderes. Na, dann wäre der andere halt gelöscht. Ja, genau, das möchte ich doch. User name. Und dann auch noch in spitze Klammern, oder was? Hm. Wie heißt er nun? Das konnte ich beim letzten... Ich musste ihn beim letzten Mal kopieren, weil ich das nicht gecheckt hab. Heise. I R R L Und das L aber halt wieder auch klein. Zahlen war da nicht dran. Ungültiger Benutzername. Und das I, großes L, kleines L. Ungültiger Name, okay. Das ist Twitch, ladies and gentlemen. Das ist Twitch. Einfach warten. Ja. Tobi, wir denken an dich. Ich hab zwei Anfragen. Ich brauch noch drei. Ey, jetzt so weiter geht, ist das wahrscheinlich die letzte Runde, weil... Ich suche eigentlich nur Scaraborn. Okay, dann kann ich dich ja löschen. Und dann... Schaffst du Scaraborn alleine, Monsieur Impact? Ja, ich hab den alleine. Oh, yes. In die Hose gekackt. Was stimmt mit dir denn nicht? Ach, rausgedrückt. Thomas macht gleich mit. Ja, komm hier. Man, da war hier richtig Druck da. Ja, nee. Zum Übergang. Solange wie ich warte, dass ich noch drei Anfragen kriege, kann ich dich ja mal hier in den Scaraborn reinpacken. Weil ich so nett bin, packe ich... Boah, bin ich doof. Ich hab die ja noch gar nicht angenommen. Ho, ho, ho. Weil ich so nett bin, packe ich den Drachek. Oder wer da war. Auch einfach mit in den Scaraborn kurz rein. Solange wie wir noch auf drei andere Mitstreiter warten. Wenn er den nicht machen möchte, muss er nicht. Wenn er den machen möchte, kann er den mitmachen. Du bekommst dein Scaraborn. Beziehungsweise, dann willst du ja keinen Palkier dann machen. Das heißt, eigentlich brauche ich ja trotzdem vier Leute. Also ich packe euch zweimal hier rein. Ja. Mach dein Scaraborn. Scaraborn wollen wir ja... Dann vielleicht Dienstag oder Donnerstag noch mal machen, so. Sonst ist es gleich 15 Uhr. Das heißt, dann ist der Sack eh zu. Und Impact, wenn du mir nicht auf YouTube folgst bisher, dann kannst du das ja mal nachholen. Weil, das ist nur Übergang, dass wir bei Twitch sind. Sobald die Sperre weg ist, geht es nur noch auf YouTube weiter. Und da ist auch regelmäßig Raids für Zuschauer. Mit legendären Pokémon, mit Mega-Pokémon, mit anderem Zeugs. Deswegen... Ich kann dir... Ja, Name ist im Prinzip der gleiche, Rams ist der Dicke, aber ich kann ja auch einfach direkt einen Link suchen. Weil normalerweise machen wir das alles immer auf YouTube. Da haben wir feste Zeiten, da wird jeden Tag gestreamt, außer Freitag. Zwischendurch sind Videos mit Pokémon Go und Zeugs und allem hin und her. Aber weil ich gerade eine Sperre habe, mussten wir uns fix Twitch einrichten. Du kannst aber gerne auf dem normalen Kanal dann da mal mit hin. Ist eigentlich sogar verlinkt alles, ja. Also... Wieso sieht das denn jetzt wieder hier so doof aus? Jetzt packe ich das hier weg. Videos. Das C packe ich auch weg und ich bastle mir meinen eigenen Link. Nein! Jetzt habe ich natürlich den Schrägstrich mit weggemacht. So! Jetzt habt ihr das hier... So kann man das lassen. Jetzt bin ich aus Versehen hier rein. Ja, Foxy, wir warten ja nur drauf. Wir warten nur drauf, dass wir die Lobby zusammenkriegen. Wie gesagt. Ja. Wir warten alle nur auf dich, dass die Leute dich adden. Sonst muss man um 15 Uhr dann immer die Codes deaktivieren, dass keiner mehr adden kann. Und die offenen Anfragen abarbeiten von den Anfragen, die da sind. Aber jetzt gibt es ja gar keine Anfragen. Wir müssen jedes Mal an jeder Arena wieder warten, bis ich 5 habe. Bis Thomas 5 hat. Bäm! RS Impact, verfolg dich jetzt auf YouTube. Das hat ja super geklappt. Dankeschön. Wird sogar hier angezeigt. Natürlich. Weil YouTube, da ist alles eingerichtet. Was mache ich jetzt mit dir? Wollen wir da vielleicht zum... Ich stehe immer noch an der Arena. Ja, aber die finde ich eh nie wieder. Also, deswegen gehe ich jetzt mal zum... Zum hortigen Spot. Ja, die meisten wissen nicht, dass ich bei YouTube gesperrt bin. Die meisten wissen nicht, dass ich gerade auf Twitch bin. Deswegen ist auch nichts los heute. Weil alle bei YouTube sitzen und denken, was macht der denn? Warum streamt der denn heute nicht? Hm. So, wir sind am hortigen Spot. Ja. Einen heißen Spot. Doggies sehe ich hier. Aber der geht nur noch bis 3,5. Aber würde vielleicht ausreichen. Wo bist du jetzt? Hotspot, dann nach Distanz und auf Doggies. Und jetzt habe ich hier genau noch 3 Leute. Doggies? Nämlich Taiva, der gelbe Traum und der Wanderer. Dann hätte ich 5... No one, let's go. Dann hätte ich 5 vorne... 5... Na, warte mal. Pizza. Ich mag auch Scaraborn. Bin der Wanderer. Pizza. Pizza, du machst also das Park ja nicht mit, oder wie? Und da. Pizza, machst du Park ja mit, wenn ich dich für Park ja einlade oder nicht. Sonst nehme ich dich jetzt raus und so den Platz mit einem fünften ersetzen. Wie viele Anfragen hast du denn jetzt? Hast du deine 5 voll oder hast du mehr als 5? Ich wollte seit 3 Stunden auf dich. Das heißt, wie viel? Ich habe 5. Hast du mehr als 5 oder genau nur diese 5? Weil ich würde wahrscheinlich jetzt lieber einfach nur diesen Abschlussrate machen und dann warst du das. Aber wenn du natürlich noch 3 übrig hast, dann haben wir ein Problem. Glaub sie. Andrejka ist doch auch hier. Also, ich habe ja auch geschrieben, dass sie jetzt hier ist. Sie ist seit Anfang an hier drin. Sie wird hier sogar angezeigt. Mit Andrejka7563 als Name. Okay, Pizza, pass auf. Ich lösche dich raus, weil ich habe jetzt 5 mal gefragt, ob du das Park ja mitmachen würdest. Wenn es hier am Scaraborn geht, dann nicht. Dann tue ich dich hier weg. Ich habe jetzt hier Pascal. Ich habe also 5. So, dann let's go. Taiwa, Drachek, Pascal, Impact, der gelbe Traum. Ja, aber da habe ich ja schon wieder 2 mehr. Die haben dann Pech oder was? Weil wir auf Twitch sind. Taubsi, du bist schon total verpeilt, weil ich habe hier schon, ähm, wann habe ich geschrieben? Am 7., ne? Ne, also gestern. Dass wir hier sind mit Link und allem drum und dran. Habe ich gestern auch gemacht. Ja, Pizza, jetzt habe ich dich schon gelöscht. Weil du ja immer so nur... Wir waren beraten in die 10er-Einladung. Ah, toll. Es ist eh simpel. Von was rede ich denn hier überhaupt was? Ich frage Thomas 5 mal was und der Thomas, der antwortet dann niemandem Taubsi anstatt bei mir. Ich habe vorhin vorgelesen und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich warte nur auf dich. Weißt du? Ich weiß trotzdem nicht, wie viele du jetzt dann noch übrig hast. Na, ich habe immer noch dieselben 5. Weil ich ja keine Anfragen kriege, habe ich die erst gar nicht gelöscht. Sondern nehm die einfach von Arena zu Arena immer mit. Also hast du niemanden übrig. Genau das wollte ich doch wissen. Du hast genau nur diese 5. Und sonst hast du gar nichts. Und dann hätte das doch super gepasst, dass das der letzte Raid ist und einfach nur noch meine 5 voll werden sollen. Ach du willst jetzt durchziehen, ja? Okay. Ja, das habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Weil sonst müssen wir ja jetzt, wenn du gar niemanden hast und ich immer zu ewig warten muss, bis was kommt, dann dauert es ja nochmal 10 Jahre. Ja, die Pizza kommt jetzt eh nicht rein in den Raid. Warum? Weil die Pizza jetzt traurig ist, weil die Pizza kein Skarbon kriegt. Nö, der hat doch geschrieben, er macht auch Palkia jetzt auf einmal. Also muss er ja natürlich auch jetzt reinkommen und Palkia mitmachen. Er ist aber nicht reingekommen. Und es hätte auch gepasst, weil bei dem Raid man eben alle restlichen mit nutzen kann. Ja, und ich ziehe jetzt mit durch und kämpfe mit. Alter, das geht so nicht, ne? Lobby ist voll. Ich habe vier Anfragen noch. Ich gucke mal, wenn ich die vier annehme und die vier da reinpacke, ob die vier das noch mitmachen können, wenn man es öffnet. Also wäre es nochmal Trades, Völler, Terwanderer, Toastiness. Jetzt bin ich eben fertig. Ja, wenn er jetzt nicht reingepasst hat, dann kommt er jetzt rein. Ja, Pizza, du hast es zu spät gesehen, aber ich lade dich jetzt nochmal ein. Und entweder kommst du rein oder du kommst nicht rein. Ich sehe nämlich genau nochmal diese vier. Ich würde es trotzdem dann aber bei ca. 50 Sekunden öffentlich machen, dass ich es fülle. Wenn ich mich immer einlade bei spätestens 90 Sekunden, habe ich die Einladung meistens auf meinem Account drauf. Selbst wenn sie bei 80 kommen, habe ich die so ungefähr da drauf. Wenn du ein langsames Handy hast und dazu langsames Internet, dann kannst du froh sein, wenn du das auf die letzten 20 Sekunden kriegst. Vor allem, wenn du dazu noch langsame Reaktionszeit hast und nicht gleich siehst, dass du eine Einladung hast, kannst du auch erst in den letzten Sekunden reinkommen. Ja, es bringt aber nichts, wenn ich jetzt einfach sie zulasse und die halt dann nur zu dritt sind. Und dann schaffen sie es nicht. Also, deswegen muss ich das jetzt leider so machen. Völler ist auf jeden Fall drin. Rudi in Fachkreisen genannt. Jetzt sind es vier. Das heißt, eigentlich sind Trades und Toasty ist auch drin. Der einzige, der fehlt, ist also unser Wanderer. Wieder mal. Ich mache es aber jetzt bei 50 auf. Denn jetzt zeigt es ja, die Anfragen müssten ja eigentlich gleichermaßen angekommen sein, wenn alle drin sind und nur der eine fehlt. Und dann hoffe ich, dass es sich jetzt noch füllt. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Und was macht es? Füllt es sich, es füllt es sich nicht. Jetzt hat es sich gefüllt. Das heißt, das passt. Ist der Wanderer noch reingekommen? Nee, sieht nicht so aus. Also, beim Thomas zu spät. Bei meiner Einladung ist es wohl nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Passt nicht. Ist aber nicht schlimm. Die haben den auf jeden Fall jetzt noch gemacht. Dann würde ich das jetzt auch ausmachen. Würde das hier auch schließen. Es ist auch genau 15 Uhr. Wir wollten sowieso 15 Uhr Feierabend machen. Drachik hat sich noch ein 98er Shiny mitgenommen. Ja, ich werde jetzt meine Mutter holen und dann zack. Ja, du kannst der Gruppe jetzt nicht beitreten, weil ist er jetzt voll mit 20 Mann. Und du hast bestimmt die erste Einladung angenommen von dem Raid. Wo die Lobby nicht mehr da war. Es kam ja dann eine neue von mir. Du hast ja eine vom Thomas bekommen. Wenn du jetzt weiterhin auf Thomas Einladung immer gedrückt hast, die ja schon gar nicht mehr ging, hättest du ja die zweite jetzt von mir nehmen müssen. Und ich habe dich ja jetzt eingeladen. Denn bei meiner wäre es gegangen. Das ist alles so kompliziert. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Von Thomas' Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht. Mal gucken. Ich hoffe, wir sind bald auf YouTube zurück. Da mir das alles irgendwie gesitteter zugeht. Wer jetzt neu war, guckt am besten bei YouTube rein. Verfolgt das bei YouTube. Ist eigentlich überall verlinkt im Profil. Steht auf der Twitch-Startseite. Folgt mir auf meinem Hauptkanal. Da muss ich das hinschreiben. Sonst heule ich da nie so rum wegen irgendwas. Aber alles, was hier ist, nervt mich eh. Und deswegen kommt lieber auf YouTube. Macht damit. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Thomas. Ciao.